Ja, 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 ich weiß, ich komme zu spät, ich weiß, ich weiß. Lass mal mein Ü-Ei aufmachen, Alter. Hm, 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 hm. Wie cool ist das bitte? Jetzt zocke ich Fortnite und trinke Ola. Es gibt Sokolade. Nein, den Chat habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung, wie das geht. Musst ihr auch mal vielleicht mal gucken. Hm. Ah. Kinsey, danke schön für den Prime Summer im 37. Luvio, Luvio. Wie cool. Wie cool ist das bitte? Und Niki, Niki, danke schön für den Prime im 21. Und hallo, meine Kinder. Oh, wir können starten. MDK, vielen, 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 vielen lieben Dank für fünf giftige Zapps. Dankeschön. Wie geht's gut? Und was toll leckeres gab, nur Brötchen. Und grad ein Ü-Ei, Alter. Mal gucken, was ich da drin hab. Glücksspiel, Junge. Oh, was ist das denn? Boah. Irgendwann war da drin, keine Ahnung. So, 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 so. Keine Ahnung, Niki, Niki, weiß ich nicht. Ich bedanke mich trotzdem. Ist das kacke, wenn man auf sein Essen wartet, nicht mehr lang, nicht mehr lang, Kollege. Glücksspiel ist auf Twitch verboten, auch Ü-Ei, die sind in Amerika verboten, wie Glücksspiel, ne? Ja, ja. Jingleberg, Jingleberg. So, hallo. Hallo, hallo, hallo. Moment. Die Regler einstellen, so. Wunderschönen guten Abend, meine lieben Kinder. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Den Chat habe ich nicht eingestellt bekommen, dafür aber das Spiel. Zumindest war bei mir das Flackern weg. Wir machen heute, eigentlich war geplant, Pummelparty zu spielen, aber irgendwie hat jeder andere Zeiten. Ich weiß nicht, ob da heute was draus wird. Wenn nicht, zocke ich mit Mila alleine, ist mir scheißegal, Alter. Weil, ob wir jetzt langweilig im RP irgendwie rumstehen oder Pummelparty spielen und uns fetzen, ist beides das Gleiche. Pinsel ist um 19.30 Uhr da. Hoppy wartet auch schon, also, Lück. Der ist auch schon live. Der macht da irgendwie so Powerwash-Simulator. Priester Luis wollte auch mitmachen. Der Roy ist auch da, aber der geht, glaube ich, vorher ins RP, weil er diese Traumreise machen will. Oder keine Ahnung, Alter. So, und dann hätten wir noch zwei Plätze frei. Müsst ihr mal gucken, ob wir noch jemanden erwischen, der bockert. Aber alles immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Sag, wie das? Guten Abend, ich hoffe, sie hatten einen schönen Tag und konnten die Tageswecke hinter sich bringen. Ich habe überhaupt nichts gemacht, Leute. Ich bin irgendwann erst um 4 Uhr nach, äh, 4 Uhr mittags aufgestanden. Hi, Shorty. Ich war noch bis 6 Uhr wach oder so. Ich habe gechillt. Und GTA und so heute Nacht eingestellt. Let it snow, let it snow. Matze, danke, schüpfel Luis ab. Im 43. mit Keikusch-Piek. Gegessen habe ich auch nichts Großartiges. Doch ein Brötchen habe ich gegessen. Hat doch keinen Hunger. Vielleicht kriege ich das nachher. Aber wir haben ja sowieso Weihnachtszeit jetzt erst mal. Die nächsten Tage wird eh so beruhigt. Von daher. Wo ist die Aulo? Warum klingt das so... Komisch schon wieder hier. Aber geht's euch denn gut, Chat? Wie geht's, wie steht's? Und gab es bei euch zu essen? Ich merke schon wieder. Ihr seid schon alle wieder hochmotiviert. Ah, eine schöne... Eine schöne Duftkerze vom Kamin, Alter. Ich sag euch, wie das... Schön. Ihr müsstet nur noch schneien, Alter. Ja, fast wieder gesund. Das ist gut. Ja, mir... Ja, mit geht's auch ganz gut. Gut, gut. Morgen letzter Arbeitstag. Also ab morgen Mittag dann, ja. Boah, freut mich, freut mich. Das ist schön. Mir geht es nie gut. Ich hatte Chicken Nuggets. Ja, wenn die vom Magister so ein Shit sind, dann verstehe ich das. Was war jetzt mit dem Chat? Warum ist... Was ist jetzt mit dem Chat los? Oma, fummelst du gerade am Chat rum? Wer fummelt da am Chat rum? Warum ist denn der Chat auf einmal weg gewesen? Schon wieder? Hallo, Jazz-Kid. Du warst das nicht, Andi. Du hast gar keine Rechte dafür. Im Arsch vom Pumpen. Aber ja, muss halt. Boah, das ist meinetre richtiger Pumper, Junge. Pumper-Nickel. Warst du das echt, Oma? Ja. Ja. Hab mir Salat bestellt. Meine Eltern sind in Bayern. Wie geht es dir, mein Lieber? Mir geht es gut. Ja, Smashing, hast recht keckische Mude. Ich sag, die nächsten Tage wird sehr ruhig. Deshalb wollten wir ja heute ein bisschen lachen mit alle. Aber organisatorisch ist das eine Katastrophe mit den Leuten. Gibt gleich Knusper-Dinos mit Pommes, Alter. Boah, diese Chiqui-Nugiz, oh, wah. Komm ich auf morgen auf Arbeit, gibt es Spanferkel. Ei, ei, ei. Da war nicht voll, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist auch nur eine Vermutung, dass nichts gehen wird. Weil es ist halt Weihnachtszeit. Gestern war ja schon sehr ruhig. Außer die eine Sache mit dem Kartellding da. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich hab keine Wünsche. Hab ich wirklich nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich hab und wie ich bin und wie alles ist. Ich hab echt keine Wünsche. Und wenn, dann sind halt irgendwie Dinge so für den Computer oder so für den Stream. War echt ruhig gestern, aber dennoch chillig und spaßig. Ja, ruhig bedeutet ja nicht schlecht. Ja, aber die haben doch alle frei, die Einzocker. Ich kann ja mal gucken. Aber die Zahl, wie viele Leute drauf sind, ist nicht ausschlaggebend dafür, ob was abgehen wird. Ist da? Sektor sind gerade 202 Leute drauf. Und seit 14 Minuten ist erst Primetime. Hallo, Bamba. And, hallo natürlich an alle anderen. Mit Streamern etwas organisieren, da gibt's doch nie Probleme. Ja, das ist eine Katastrophe. Ich sag dir wie das. So, Price hab ich auch gefragt. Der ist auf der Arbeit. Der schafft es nicht. Pinsel, 19.30 Uhr ist der circa da. Luis hat gesagt, ja. Sagt Bescheid. Jake Corner. Ich geh mal einen Meta machen. Ich guck mal, ob der schon live ist. Der ist schon live und das seit einer halben Stunde. Der will die Traumreise noch im RP machen. Hoppy ist schon da. Piep wollte nicht. Der sagt, Pummelparty ist kacke. Laufende Meme, Alter. Oh, dieser Michael Bubli ist auch eine geile Sohne, Alter. Jaskit wünsche ich dir auch. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Und Weezy. Dankeschön für den Weesup. Im 56. Hoch Austria. Du, alter Fremdgeer, du. Und hallo, Bucky. Aber wurde ich ja gerade gefragt, was ich mir wünsche. Was wünscht ihr euch denn? Habt ihr irgendwas, was ihr euch so unbedingt haben wollt? Hallo, Uwe ist auch dabei. Was geht ab? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Habt ihr irgendwelche Wünsche? Neuen Computer. Hätt gerne eine Freundin. Irgendwann bringt dir der Weihnachtsmann aber nicht. Ja. Weihnachten fällt aus. Gesundheit und Zeit mit den Liebsten. Das ist cool. Meine Mama wieder gesund wird. Gesundheit. Bin gesund. Mir brauche ich nicht. Es sind nur realistische Wünsche, Alter. Piet, Junge F. Schütz mir nix. Mit Femme am Tisch und gut essen. Ja, Mann, Alter. Essen, essen, essen ist immer gut. Was frage ich hier auch eigentlich alle? Ihr seid alle über 30, Alter. Einfach gut essen. Ja, Mann, das reicht auch. Mehr braucht man noch nicht. Ich habe eine Nachricht. Price schreibt, yes, sorry, höre einfach zu. Du sollst arbeiten. Wie spät ist denn das? Okay, Mila macht sich gerade Essen. Dann warten wir mal darauf, dass Pinsel gleich irgendwann auftaucht und dann organisieren wir weiter. Und wenn das alles in die Hose geht, dann geben wir einfach eine Pommes. Mir ist scheißegal, Alter. Das Winkern ist verboten, ja. Ich wünsche mir jedes Jahr Schnee zu Weihnachten und werde jedes Jahr mies enttäuscht. Ja, auch ich auch. Bei uns fällt überhaupt gar kein Schnee, Alter. Absolute Katastrophe. Und da ist der Piep, du laufende Meme. Komm, Pummelparty, Junge, Alter. Fürs Kacke, das macht richtig Bock. Distri, Dankeschön für den Prime 39. Ich wünsche mir einen Sub bei dir. Du bist auch Sub. Trägliche Piep, Alter. Schön und Ghetto hier, fliegengelbe Säcke. Welcher Schnee ist die Frage? Ist mir scheißegal, was für ein Schnee fällt. Weiße Weihnacht, Mann. So wie man ihn halt kennt aus seiner Kindheit. War in der Woche noch komplett eingeschneitiert hier. Jetzt wieder alles weg. Irgendwann werde ich ins Sauerland oder so ziehen, da wurde es richtig krass schneid. Wenn das heute noch so ist. Bei mir hier in Wien 13 Grad zu Weihnachten richtig geil. Auch noch so einer aus Wien. Stimmt, der Nachbar von Weezy, Alter. Pummelparty macht gar keinen Bock. Alle nur am Haten, weil ich zu krass bin. Ja, komm. Junge, du lauerst eine Scheiße, Alter. Du hast einfach nur Angst, gestompt zu werden. Das ist dein Problem. Was brauchst du da für den Stream? Eigentlich nix. Gibt nur Dinge, die ich upgraden will, wie Mikrofonarme oder so ein Shit. Sonst eigentlich nix. Ich habe halt in den letzten Wochen einige Sachen geholt durch euch. Wüsste nicht was? Keine Ahnung. Streamdeck bin ich gerade mit Elgato am Schreiben auf Twitter. Die haben mir jetzt geschickt, dass ich mal über den Support gehen soll nochmal, damit das so offiziell da wird. Mal gucken, ob ich da was abstauben kann. Weil das sehe ich nicht ein, dass das Streamdeck einfach von heute auf morgen ausgeht, das Display. Absolute Verarsche, Alter. Sonst habe ich alles. Bin wunschlos glücklich. Außer vielleicht mal einen Tag, wo ich online kommen und ihr mich nicht ärgert. Das wäre cool. Ich weiß gar nicht, wann es Schnee in Duisburg gab. Wäre aber geil. Kann ich dir auch nicht mehr sagen, weil es das letzte Mal Schnee gab. Schön, schön. Du sollst arbeiten, Price, Junge. Ich schwebe mein Gott, ich verpetze dich bei deinem Chef. Ich gehe in Suppenküche. Wunsch denken. Ja, aber damit haben wir mich schon abgefunden. Kannst du lange warten. Ich komme nur online, um mich fertig machen zu lassen. Geil. Hallo live, Rusty. Guten Abend. Bruder, Chucky, Alter. Chucky, du bist so... Du bist verrückt, ne? Chucky, du bist echt verrückt, Alter. Genau wie gestern, Trist schon wieder. So kann... Ich will jetzt... 800 Nachrichten. Du folgst seit dem 14. November 2017. Ups, Unfall. Hat nicht eine Facecam? Ah doch, du bist kein Lurker. Aber du spammst eigentlich nur Emotes. Ah doch, ne? Du schreibst auch viel. Du hast schon mal zwei Timeouts bekommen. 2018 beide. Chucky, why? Why? Upsi. Die Wus, hallo. Und Chucky, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für 20 giftig. Ach Gott, nein. Aua. Am Let's like. Wir sind alle verriegt. Das ist hier Pinsel und Mila waiting rumgerade. Es passiert auch gar nichts. Chucky, vielen lieben Dank. Und Blitz like, vielen lieben Dank. Das sind wieder 40 Dinge, Alter. Ich streiche wieder das Sofa. Ich streiche wieder das Sofa. Alles wird gut. Ich war bei Stay ein Jahr gebannt. Warum? Was hast du denn da gemacht? Joshua, schick mal aus. Was der gemacht hat da? Wir haben ja hier einen Stay-Mod. Auch als Mod. Oder bist du keiner mehr, Joshua? Doch, ne? Doch, im Discord bist du noch Mod. Das habe ich gesehen. Schon dabei. Da bin ich mal gespannt, was der beim Stay gemacht hat. Oh. Hallo, Mila? Hallo, Mila? Hallo, Mila? Hallo? Moin, moin. Was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Vielleicht, ne? Bitte nicht kurzen oder so. Ich habe gesagt, ich bin live. Bitte nicht pupsen. Und Best Fanatic, vielen lieben Dank für fünf Gifte-Zaps. Dankeschön. Hallo, Chat. Hallo. Hallo. Was hast du gegessen? Burger? Burger. Burger. Ich bin gespannt, ob der Pinsel jetzt wieder aufkommt. Ul? Ja. Bitte nicht rülpsen, bitte nicht rülpsen, bitte nicht rülpsen. Oh mein Gott, Alter. Wenn ihr wüsstet, Alter, wenn ihr wüsstet. Wenn ihr wüsstet, Alter, was hier manchmal abgeht. Von wegen, ah, Mila ist die kleine, süße, voll das Engel und so. Die Junge, die kotzt richtig ab manchmal. Brüllaffe. Warum so verstreichend? Weil Chucky20 reingraunen hat, Blitzleckau, Best Fanatic 5, MDK vor den fünf schon wieder. Die wollen mich schon wieder puten auf mir. Schön am Rumbrettern, Alter. Sollen wir dem Chat mal ein Geheimnis verraten, Mila? Okay, ich sag's. Ich krieg' einen Pickel. Nein. Nein. Jappi. Also, es kann sein, dass ab und zu mal ein bisschen mehr rumgerülpsen wird und wir uns gegenseitig eine Punktzahl immer geben. Das ist einfach so ein Ding bei uns, Alter. Alter. Und manchmal diskutieren wir auch eine halbe Stunde, ob die Punktzahl jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Was soll ich sagen, Alter? Wer führt? Ich glaub, ich führe. Ja, in deinem Ding. Ich führe. Ich führe auf jeden Fall. Ali, vielen lieben Dank ebenfalls. Fünf Gifte Zaps. Dankeschön. Ich führe. Oder? Aber Mila holt auf. Ja, aber du bist auch ein halber Mutant manchmal. Auf einmal Godzilla im Discord. Beispiel bitte. Was wäre bei euch eine 10 von 10? Eine 10 von 10 ist immer dann, wenn das Mikrofon übersteuert. Oder wenn Mila sich erschreckt, dann ist es auch schon vorgekommen. Dass die dann sagt so, boah, was war das denn? Irgendwie muss man sich beschäftigen, Alter. Ja, soweit sind wir schon, ne? Nächstes Jahr kommt auch schon, dann werden Pupse geratet. Ne, das, oh mein Gott, nein, auf gar keinen Fall, Alter. Und das geht, wir gehen jetzt auch hier viel zu krass ins Detail. Wir müssen schnell über was Agnes reden. Zum Beispiel wie die Vergangenheit aus dem RP oder so. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit dem RP, aber das kommuniziere ich ja auch immer. Ja, ja, ja. Das ist gerade ein bisschen, unsere Situation im RP ist gerade ein bisschen knifflig, würde ich sagen. Ja, ja. Ich habe gestern eine halbe Stunde lang mit einem Zelt geredet. Ja, da war ich ja auch nicht da. Der Henner kam zu mir und dachte wahrscheinlich, ich bin kein Geblieben oder so. Wie sieht es bei dir im WoW aus? Keine Zeit, Bruder. Absolut null Zeit dafür. Sag mir das. Ich bin noch kein Max-Selven, noch gar nichts. Ich habe keine Zeit dafür. Nur test and represent. Wo ist fucking Pinsel, Alter? Fünf Minuten hat er noch. Nein, vier. Fünf bei mir. Ja, bei mir aber vier. Okay. Soll ich altes VOD raussuchen? Dann kann es dich wieder ein bisschen schämen, ey. Das waren damals schon... Oh, das war damals schon eine Zeit. Könnt, es hat mich wieder wehsichtig gemacht. Ach komm. Ach komm. Ne, wir gucken keine alten VODs und keine alten Clips. Das war... Das war... Das passt. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß so. Das passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit rein. Wenn ich mir das Video von Moonlight angucke, was der auch damals gesagt hat, Alter. Ja, das war schon ein bisschen daneben, ne? Zur damaligen Zeit war doch alles noch erlaubt. Das war heute, aber nicht mehr so. Ich schiebe es immer auf die Kinder, wenn es stinkt. Und wir wohl zu Gast sind. Mittlerweile aber etwas schwieriger, weil mein Jüngster keine Winde mehr trägt. Ja, egal. Trotzdem weitermachen. Ja, aber fällst du überhaupt auf, Schottie, wenn du zwischen deinen Kindern sitzt? Trägst du Windeln? Trägst du Windeln? Hallo, Teku. Das ist Mihain ruhig. Mach doch gar nichts mit Mila. Immer auf die Kleinen. Was steht heute an, Malmeck? Was steht eigentlich heute an? Pummelparty. Mit Pinsel und Hoppy und so. Aber wir organisieren das gerade noch. Und wir warten gerade auf Pinsel, weil Hoppy ist bereit. Dann gucken wir, dass Jake Corner da seinen LP kurz durchzieht. Dann kommt der auch. Und Priester Louis ist auch dabei. Und Miss America ist noch nicht erreicht, ne? Nee. Leute, nein. Ja, aber scheiße, die sind alle weg. Alle weg schon. Ich hab bestimmt noch welche auf Arbeit, falls du ja brauchst. Genau, wir lieben dich, Schottie. Was zockst du momentan eigentlich, Bruder? Liegt im LP Schnee? Ja, liegt gestern Abend. Haben die angemacht. Ja. Gestern Abend haben sie angemacht. Und Uwe ist auch dabei. Aber leider keine Schneebälle, Alter. Das hätte ich... Oder vielleicht gibt's auch irgendwo ein NPC, wo man die kaufen kann für 50 Pennys oder so. Aber das hätte ich richtig gefühlt. Einfach ein NPC am Stadtpark hin der Schneebälle verkauft. Auch wenn die Damage machen. Auch wenn die Damage machen. Scheißegal, Alter. Hat mir aber richtig geil gewesen. Aber vielleicht gebittert, ja. Und Orkan, hallo, merhaba. Wie war das damals mit Mila? War sie nicht Anfangsteam Asta, Tore? Wie kam sie zu dir? Warst du Team Tore? Ähm, ja, ich war mit jedem schon unterwegs. Ja, ja. Keine Ahnung, wir haben uns einfach kennengelernt. Ist einfach, ist einfach, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, ne? Verstehen. Dann hat sich irgendwann Zehner vor mir geliehen für Kippen und dann ging er voll Arbeiter. Ja, und Solarium. Ja. Und dann habe ich gedacht, hm? Solarium? 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 Und dann habe ich mich wie so ein Klammeraffe an ihm geklammert. Und er so, digga, nerv nicht. Gegen der Sun Galaxy Premium Gold-Karte, Alter. Hallo, Jerome. Solarium? Mila ist ja eigentlich wie ihr RP-Charakter Chantal im Echten Leben. Ist ja eigentlich nur eine Rolle die ganze Zeit. Ja. Weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Was hast du denn geschrieben? Call of Duty. Ach, Call of Duty, Junge. Komm in die Pommes, Alter. Mila einfach aufs Stadtpark eingepackt und seitdem kommt sie nicht mehr weg. Ja, das stimmt eigentlich. Hallo, Mia. Eingepackt? Ja, klar, ich habe dich, glaube ich, in der Grove genommen damals, du RP. Ach, aber... Ja. Schnapper, danke für den Prime. Im 63. Monat. Und alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. War das mit Mila nicht damals am Stadtpark, wo die den Psycho gespielt hat? Gegenfrage, wann hat die aufgehört, den Psycho zu spielen? Bis dann noch ein Pommes, wie wir einem Typen so ein Stück Fleisch rausgeschnitten haben, weil der das wollte. Und wir das gegessen haben, Alter. Wenn der Johnny ins Team ist, wie kommt, redet der heute noch darüber und sagt, wir sind wahnsinnig. Das hat sich auch in den so eingebrannt, ne? Ja, voll, absolut. Hallo Schattenbund. Ich sage nur Zwiebelring und Augenringe, ja, im Gefängnis. Mila kann ja auch nichts anderes außer Psycho-RP. Unter den Brücken an den Kanälen, genau. Zum Chucky gibt es keinen Banngrund, aber der Bann war nur zwei Monate und kein Jahr. Chucky? Chucky Statement? War da nicht was mit Hamster? Ja, Mila hatte so eine Hamster-Story beim Walle und so. Eine Hamster-Story bei jedem. Ich habe die jedem erzählt. Aber der Walle hatte ich immer noch angesprochen. Ja, und der, 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 der hier, Dings. Ah, Smoker. Ach, die Schmöker, der Gehle, Alter. Die Schmöker. Mila hat auch schon Ameisen-Ampeln-Guten-Morgen gesagt und hat mit denen geredet, ja. Mila war gestern eine halbe Stunde am Zelt. Ja, und danach noch mal eine halbe Stunde mit der Kamera nur am Reden. Ja, das wusste ich aber nicht, Alter. Ich dachte, du bist AFK. Weil es dir noch dringend jemanden braucht für Pull-Party, mache ich mit sonst. Mache ich mit sonst. Ey, Piep, was ist mit dir, Alter? Komm einfach und spiel einfach mit, Junge. Genau, Junge. Wir haben noch zwei Plätze frei. Was ist mit dir? Ist mit dir. Ist mit dir. Ich bin Noob, falls du darin scheiße bist, ich bin's auch. Das ist okay. Wieder diese neuen Streamer von 2022, diese LP-Andys wieder, ne? Mein Gott, Alter. Wenn ihr unbedingt noch jemanden braucht, dann sag Bescheid, dann spiel ich mit. Arrogant. Arrogant. Komm einfach, spiel mit und hab Spaß. Ja. Ansonsten gucken wir dich, Mann. Wir gucken dich. Kriegst einen Linken auf deinen Kinn, Alter. Der Pull-Party macht nicht so Bock, falls da jemand mehr Bock hat, lass ich ihn anders vor. Wie? Das macht richtig Bock, Junge, wie wir uns fassen. Was erzählst du? Wer auch immer mich angreift, ist der größte, abgefuckteste... Ich hab gehört, dass schon mein Ohr abgebissen wegen dem Spiel. Dann ist ja das Geile daran, dass man sich aufregt. Das waren keine zwei Monate. Ich wurde damals noch gebannt, als er auf Alltand gestreamt hat. Und da hat er mich schon auch gebannt und auf seinem Kanal auch. Äh. Böser Chucky, Alter. Böser Chucky, sag wie das? Böse, böse. Wie lange seid ihr eigentlich zusammen? Elf Jahre, glaub ich. Gar nicht wahr. Doch. Gar nicht wahr. Warte, Alter. Ich weiß nicht, wie ich mir das auch... Oh Gott. English, Motherfucker. Do you speak it? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach so, der Alternate Channel. Ist da immer zu spät. Ich schwöre, bei Gott, Alter. Ich dachte, ich bin absolut unprofessionell in dem, was ich tue hier, ne? Aber die kann keiner toppen, Alter. Hätte ich dem Pinsel vor einem Monat dieses Dings nicht geschickt, diesen Hintergrund-Wallpaper von den Cops, hat der bis heute noch nichts. Der wird immer nur ein Wallpaper benutzen, aus GTA. Äh, nee, dankeschön für die Reset am 18. Liebe Grüße an dich und Mila, wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Dankeschön. Grüße, Grüße. Pinsel, Lisa, dreckig. Dieser dumme Piep. Hab ich. Danke. Ich liebe das GoXLR, Alter. Ich schreib den jetzt, ne? Der kommt schon wieder. Pinsel. Alle warten. Sagt, der kriegt Hausarrest. Das reicht auch irgendwann. Scheiße, ich hab geschrieben, alle warten. Dabei ist noch gar keiner da. Ich geh mal kurz Meta bei Hoppy machen. Hoffentlich ist der nicht in den IP gegangen, weil dann haben wir den verloren. Aber ich glaub nicht. Ich glaub. Nee, nee, der ist noch im Waschen. Ich glaub dir, what? Ich hab das Reflex im Disse auch gedrückt. Also, der Plan, ich wiederhole nochmal Pummelparty heute mit Sektor Gang. Ja, ja, Hoppy wartet auf uns. Warte, ich schreib den mal eben. Ich bin leider nicht im Discord. Ich geh kurz in seinen Channel rüber. Was für ein Lied, Mann. Im Wald rauscht der Wasserfall. Wenn's nicht mehr rauscht, ist Wasser all. Wow. Pummel, ging, ging. Discordnachricht von niemandem. Ich schwör, alle müssen auf Pinsel warten. Wir könnten sogar so schon starten, aber. Aber. Wahrscheinlich müssen wir, oder wir spielen halt einfach ohne J-Corner, wenn er der Meinung ist. Ich hab keine Ahnung, wo der dahin bringt hat. Ich meine, wir können ja eine Runde so machen und dann kommt er vielleicht, stößt er vielleicht dazu, weißt du? Ja, ja, ja. Der fährt grad nach Tayanuts. Oh Gott, Chucky, Bruder. Voll geil, wenn man Meta machen kann, Alter. Auf Jay kannst du lang, ja, dann hat Jay leider Pech gehabt. Und Chucky, vielen lieben Dank für 50 Tacken. Ich hoffe, das kann mein schlechtes Verhalten 2018 wieder gut machen. Wenn ich ehrlich bin, nein. Das wird nie vergessen, dass du böse warst. Aber es ist okay. Hier darfst du böse sein. Und BabaMT, Dankeschön für den Primes am fünften. Der sagt ihm was von 20.30 Uhr mit Viper. Ja, dann spielen wir ohne den. Sorry. Ich werd jetzt hier nicht bis 10 Uhr warten, Alter. Bis alle da sind. Wir fangen dann an, wenn die Mehrheit da ist. 50 Euro, das sind drei Döner. Wo wohnst du denn, Mustad? Das wären bei mir fünf Döner. Sechs, sieben, Alter. Sieben. Hallo Frontierer. Soll ich den Pinsel mal anrufen auf dem Handy? Meinst du, der kriegt Ärger von seiner Freundin, Mila? Ach, Quatsch. Soll ich den anrufen? Mach. Soll ich den jetzt an? Kannst du die Leute, die ein Handy haben, aber nicht drangehen? So halbe Panikattacke dann bekommen. Pinsel? Hallo? 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 Du weißt schon, dass du drangegangen bist, ne? Oder bist du schüchtern zu quatschen? Oh nein. Sein Hintern ist drangegangen. Was? Ich glaub, vielleicht saß er auf seinem Handy. Und jetzt ist sein Popo drangekommen. Sind sie die Freundin vom Pinsel? Hallo? Das Internet wartet. Er ist drangegangen, aber redet nicht. Egal, ich lieg auf. Ich werd jetzt versehen, Popo. Jetzt hat er aber wenigstens gesehen, dass ich angerufen habe wahrscheinlich. Er ist cool. Was hat denn für ein Lied, Alter? Ja, ja, da kam Piepen und dann hat man irgendwas gehört, dass sich irgendwas bewegt hat und dann war nix mehr. Cyberfighter, hallo. Chucky, dankeschön nochmal. Als ob sie auf Freundin vom Pinsel hergeht. Wer weiß. Ich weiß nicht, wie Pinsels Freundin heißt. Er hat die mal irgendwo nur Haustrache genannt. Ah, der schreibt mir gerade da. Was soll ich machen? Dauert noch circa 10 Minuten. Alles cool, Jill. Alles cool, ey. Ich hätt's den Chat nur gegen dich auf. Über dieses scheiß Higiene von Peter Klauser, Alter. Ich komm nicht weg davon. Nee, das war keine Mailbox. Wisst ihr, was geschickt ist? Das, was mit der Post kommt. Oh, 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 oh. Oh. Ja. Einen Platz hätten wir nur frei. Ich weiß nicht, vielleicht Bomfer oder Denver Knutsch oder so. Aber die gehören nicht zur LP-Bubble. Oder Juri? Juri könnten wir auch fragen, ja. Oder wir fragen... Der Hoppy hat gesagt, wir sollen die Dings fragen. Die Cortes, aber... Cortes. Die ist im LP. Die ist im LP? Ja. Ja, und geh mal hin, schreib mal, komm mal, Pummel-Party. Nein. Ja, stimmt, die ist im LP. Den Jordan Cobain hab ich gefragt, aber der ist heute auf dem Geburtstag gleich. Ach, als ob Stay kommt. Soll ich dir mal... Ich schreib's dir jetzt. Warte mal, der ist doch live, oder? Aber der macht doch Reaction gerade oder so'n Shit. Als ob Stay Pummel-Party mit uns spielt, Alter. Moment. Oh, stimmt. Spielt der solche Spiele überhaupt? Ich weiß das nicht. Ich markier den jetzt. Spielt der überhaupt andere Spiele? Vom Pummel-Party. Hallo. Gucken, ob der überhaupt drauf reagiert. Der guckt sich gerade wieder dieses... Seven in the Wild-Dinge an. Seven in the Wild! Ach, das kann ich ja doch gar nicht lesen, der Abgehobene, Alter. Ich könnte den Discord jetzt anschreiben, aber dann schreit er mich wieder zusammen. Oh mein Gott, dann schreit er mich wieder zusammen. Aber es macht auch so Spaß, dich anzuschauen. Stay rechnet kurz die Zuschauerzahlen aus, wenn wir jetzt zusammen weniger habt, als er lohnt sich das nicht. Das ist eigentlich traurig. Also, ich streame momentan nicht, darum muss man schon so schätzen. Und ich glaube, schätzungsweise würde ich anmachen, hätte ich jetzt 100.000. Ja, safe. Locker 100.000. Ja. Mila Black 69. Ist halt Schrödingers Viewer-Zeit. Schrödingers Katze. Wenn ich jetzt nach rechts oder links gucke, habe ich null Zuschauer. Ich weiß erst, wie viele ich habe, wenn ich da unten hingucke. Mhm. Kann Mila jetzt eigentlich New World Spieler immer noch nicht? Schalpes 2021, Junge. Der Giffi hat da... Welche Comics haben wir eigentlich? Giffi haben wir da auch, oder? Glaube ja. Giffi, wir brauchen Intelligenz. Welche Schalpes, Alter. Scheiße, Junge. Kann Mila jetzt eigentlich New World Spieler immer noch nicht? Ach stimmt, YouTube auch. Curtis Kusch, dein YouTube-Kanal ist weg. Also, den gibt es nicht mehr auf YouTube. Der war auch gut, Alter. Der war auch richtig gut. Okay, der hat um 38 geschrieben, noch 10 Minuten circa. Okay. Die, 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 die. Müssen wir halt warten, Chet. Müssen wir warten. Let's know. Seven in a while ist bald vorbei. Wann kommt in die letzte Folge? Welche haben wir gestern geguckt? Das ist schon Tag 6, ne? Das ist schon Tag 6. Und Mila und ich gucken nach gestern und der Fritz sich wieder eingeschmiert mit Dings wegen diesen komischen Mücken da. Sandmücken. Und dann sagt Mila so, boah, da schreiben bestimmt wieder welche irgendwie auf Twitter das virtuelles Blackfacing. Und was war? Da schreiben wieder Leute auf Twitter virtuelles Blackfacing. Ach, nicht virtuell. Blackfacing allgemein. Blackfacing, ja, ja. Gestern war Tag 7 zum Ende. Drei Stück noch. Ja, also ich denke auch mal drei, so zwei, drei, vier, ne? Aua, aua, aua. Das heißt, ähm, jetzt am Samstag kommt einer? Okay, nächste Woche Samstag. Ja, aber darfst du nicht gucken. Nee, nee, ich warte auf dich. Nächste Woche Samstag, dann ist das Ende. Gestern hab ich gedacht, knurrst die Haut ab. Wer ist Domdodo? Ach so, die, ja. Aber Twitter ist eine eigene Welt, Alter. Die benutzen, also... Twitter ist halt Twitter. Die Leute, die ich kenne und denen ich auch gefolgt bin bei Twitter oder so, die benutzen das auch gar nicht mehr so, wie wir das damals benutzt haben. Ich schreib da auch nur noch rein. Ich bin jetzt live so, keine Ahnung. Wer von euch hat ein Twitter überhaupt noch? Pyro, danke schön für den Rieser im siebten Monat. Wer von euch ist aktiv auf Twitter? Einfach mal so ein Plus machen oder so. Ja, wahrscheinlich Troll. Keiner. Super wenige benutzen Twitter. Ich weiß nicht mal, ob es sich das lohnt, überhaupt nur da reinzuschreiben. Ja, aber ich komm jetzt live oder so. I don't know. Genau wie Discord. Aber wir müssen mal eigentlich meinen Discord wieder beleben. Ehrlich, Chat. Ich mein das ernst. Eigentlich müssen wir das mal wieder versuchen. Und den Defibrillator. Aber bringt halt auch nix mehr. Die Zeit Discord ist auch irgendwie vorbei. Ich mein, ein paar Leute chatten da ja nur rein, aber... Ja, aber wo chattest du sonst rein? Der Discord. Eigentlich Discord. Ja. Was für die Zeit ist vorbei. Genau, wo sind die Ollen für Pyro? Ich guck mehr Insta, weil er mehr abgeheuert wird, wenn du im Alter. Oder wir brauchen unbedingt einen Comment für dich. Wer guckt denn auf Instagram rum? Was ich neuerdings mache, ist auf TikTok. Und das ist... Oh mein Gott, mein Gehirn tut immer weh. Ich scrolle einfach auf TikTok rum. Da darfst du nicht die Kommentare anschauen. Naja, die Videos sind schlimmer. Jedes dritte Video ist eben ein Typ, der dich reich machen will. Bei mir ist es jetzt nur noch so cringe. Ja. Das kommt drauf an, welche Videos du dir anguckst, ne? Und Pferde-Videos. Die hab ich nicht. Ich hab irgendwelche RP-Videos. Wo wieder irgendeiner denkt, der hat RP seine Mutter ge... Und irgendwelche Videos von wegen, oh, ich mach dich reich und so mit dem trickier Kryptowährung. Dropshipping, ganz schlimm. Guck mal, das hab ich heute gemacht. What? Mit dem Bot. Apropos cringe, schon wieder Berg. Irgendwann? Uh. Last point. Schön, schön, schön. Tschü, tschü. Ist das gut oder so? Geh mir auf TikTok voll auf den Sack. Ach, diese ganzen RP-GTA-Troller-Dinger, Alter. Viel schlimmer finde ich, dass das Leute lustig finden, aber Geschmäcker sind ja unverständlich. Ja, wie Leute, die etwas lustig finden. Da komm, der Gleckmeier ist cool. Der Gleckmeier und sein Kumpel, die sind schon lustig. Ja. Du hast doch Insta, aber guck auch eher Insta als Facebook oder Twitter. Oder weißt du, wann ich mein Insta reingehe? Alle fünf Jahre einmal oder so. Wenn ich da irgendwie den Nutzerbestimmungs-Scheiß aktualisieren muss oder so. Also wenn ich ein Pop-Up davon kriege. Alles hat irgendwie nachgelassen. Mittlerweile auch alles nur zum Verblöden gedacht. Bockt alles nicht mehr wie damals. Ist so. Gibt locker nur Leute, die auf Facebook sind. Ja, klar. Boomer. Die schicken sich dann so Glitzer-Gifs da rum und so und kündeln irgendwelche Gruppen, Alter. Meine Mulle hat das auch immer gemacht. Die war auch da in so Facebook-Gruppen drin und so ein Shit. Hallo, Auge. Ich bin insta-süchtig jetzt so jetzt raus, aber du bist wahrscheinlich in der Autobubble, ne? Social Media ist dann Corona-Pepperoni gestorben, kann man alles nicht mehr benutzen. Für mich ist das einfach Verblödung. Oh, es klingt heilig. Für mich ist das schon vorher gestorben. Ja, ich bin dein Vater. Ja, dann komm mal endlich nach Hause. Nein. Es reicht. Doch. Ey, schweiß mein Gott, wir zocken gleich alleine, Alter. Fucking Pinsel, Mann. Fucking Pinsel. Macht er mir hier schon dann noch professionellen Streamer in seinem PD, Alter, und kommt nicht zu Termin. Kommt nicht zu Termin. 48 schon. Wir sind schon seit 42 Minuten live. Ja. Hoppy ist Ehrenmann, der ist schon da, seit drei Stunden wartet der schon. Ehre. TikTok-Badsherrer, kommst du öfter vor als bei Bomber? Ach, beim Dr. Bubbles? Der Hoppy ist schon live, der wartet nur von uns. Aber wir warten auch auf Pinsel. Facebook-Selfel und Geburtstagskalender. Es gibt einen simplen Grund, wieso wir Twitter-Insights nicht mehr so attraktiv finden. Wir sind nun die Boomer, die alles kritisieren. Hehehe. Alles verändert sich, ja. Oh, scheiße. Warte mal, was hat Mila gesagt? Hast du gleich wieder da. Ein GTA-Streamer, der manchmal breit auf dem Berg ist, wohnt in meiner Nähe. Wenn ihr mal reich werden wollt, kann ich vermitteln. Scheiße auf denen. Aber gut, hat er geschrieben, er ist ein GTA-Streamer und kein GTA-Appeiler. Mit Mila in der Zukunft auch Livestreamer auf Twitch. Äh, die streamt ab und zu mal. Also mittlerweile, also gerade nicht. Aber sonst hat die auch immer gestreamt. Ich versuche die immer zu motivieren, Alter, dass die wenigstens am Wochenende mal ein bisschen kommt, so. Und ihr Zeug da reinhaut und zeigt, was die immer so macht. Aber für die ist dann irgendwie nicht so momentan was. Für so weit würde ich ja nicht gehen. X-Feier, Alter, hatte ich ja auch. Ja, klar kann sie nicht zwingen. Ich versuche halt, ich meine, warum nicht? Es gibt doch auf jeden Fall Leute, die da zugucken wollen. Weil ihre Stimme ja so schön ist. Schnell Clip machen. ICQ hatte ich nicht, weil mein Kumpel immer gesagt hat, da kriegst du Viren. MSN hatte ich. Hallo. Da hat gerade jemand gefragt, ob du auch mal Livestream wirst wieder. Ja, 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 ja. Ja, ähm, Pins und ich wollten ähm, Green Hell machen. Ja. Ja. Was macht Mila denn sonst noch so, wenn ich fragen darf? Ich streiche meine Füße. Du wolltest streicheln sagen, aber du hast streichen gesagt, ne? Oh mein Gott, jetzt kommen die Subs. Wollt ihr mal die Donations reingeflattert? Bin da. Komm, wir laden den Pinsel mal ein. Okay. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Wenn der überhaupt reinkommt. Let it snow, let it snow, let it snow. Und Q-Tag, danke für den Prime 23. Oh, schon wieder 5 Euro Donation. Oh, schon wieder 2 Euro Donation. Ei, 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 ei. Das knallt hier richtig. Dich. Pinsel. Pinsel. Ist der live gegangen? Ey, ich weiß. Pummelparty wollten wir machen. Nö, der ist doch nicht live. Aber laden wir dann alle hier hin ein oder gehen wir Teamspeak? Nö, wir gehen irgendwo auf ein Teamspeak bei People oder so. Oder bei uns. Schön, schön. Ich hätte niemals gedacht, hätte ich jemals in meinem ganzen Leben Justin Bieber hören im Stream, Alter. Danke, Alter. Welches Lied hörst du? Keine Ahnung, habe ich schon geskippt. Wie cool ist das? Masahiro, danke schön für den Prime 25. Pinsel. Pinsel. Boah, das ist schon wieder so ein Lied für die Oma. Ich nister nicht live und ich sage trotzdem nicht da. Ja, ja. Der ist beim Hoppy. Der ist beim Hoppy. Aber was macht er, wenn Pinsel gleich live geht? Oh, oh. Ja, dann spaltet er sich. Mit einer Axt? Pinsel. Mit einer Gartenschere. Mit einer Gartenschere. Cool. Pinsel. Pinsel. Boah, ich penne gleich ein, Alter. Okay, er ist schon on the line. Ist er online gekommen? Ja. Pinsel. Ist der Plan für heute? Pummelparty mit der Zegno Gang. Boah. Ich schwäch, gleich eine Pommes, ne? Hab, hab. Pinsel. Juhu. Juhu. Ich hab, ich hab ein bisschen gebraucht. Die zweite Staffel von Alice in Borderland ist raus und die hab ich mir heute noch angeguckt. Wie, ich dachte, du bist einkaufen gewesen. Ja, war ich. Und dann hab ich noch gegessen. Ja. Und du musst mir die Folge angucken. So, pass auf. Mir hat er gesagt, er geht Eichhörnchen füttern. Ja. Ich geb dir jetzt ein Update, okay? Okay. Hoppy ist schon live, der wartet. Ich hab auch grad angemacht. Ja, ja. Ich weiß nicht. Hallo, Chat. Hallo, Chat. Achso, ich schau dir was. Ähm. So, Piep will doch mitzocken. Er hat gesehen, wie viel Reichweite das wahrscheinlich bringt. Deshalb hat er sich umentschieden. Er hat gesehen, boah, Pinsel, da Hoppy, da kürzest du, Alter. Da muss ich rein, da muss ich rein. Nee, das glaub ich nicht. Das ist doch nur Schade, Alter. Nee, Piep, ich glaub, der war krank, soweit ich weiß. Ja, ja, Piep ist krank. J-Corner ist im RP. Pech gab, spielt er dann vielleicht am Ende noch ein bisschen mit. Der will da irgendwas machen. Äh, Luis kommt auch. Und wir hätten da noch ein oder zwei Plätze. Warum? Warte, ich schreib dir mal. Wir können aber auch auf den TS gehen, wo die, also, wie du willst. Wollt ihr das im Discord-Alo machen? Ich hab's hier nur eingeladen, damit wir kurz ein Update machen können. Schön ruhig hier. Okay. Immer schön locker durch die Hose ab. Sollen wir uns beim Piep treffen oder bei Rakim auf dem Teamsweek? Ich weiß halt nicht, ob der Piep da irgendwas eingestellt hat, dass da nicht Leute drauf joinen, die dann einfach reinschreien und so, weißt du? Das ist ein Passwort-Channel, die einzigen... auch nicht, oder? Nee, also die einzigen... Könnte halt sein, dass vielleicht einer von den anderen... Ja, aber die kommen nicht da rein und schreien irgendwelche Zeug, was, äh... Nein. Sonst schreit ihr einfach hinter eurem Namen on air. Nee, das ist extra ein Live-Channel. Da kommt keiner. Okay. Dann let's go, oder? Okay, dann gehen wir schon mal da hin. Ich glaube, ich muss euch dann da rein switchen. Ach man, ey, ich muss das, du musst uns... Wollte ich da hochziehen? Ja, ja. Feliz Navidad! Feliz Navidad! So. Äh, so. Ach nee, ich dachte, es ist Price oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, dann fehlt der Priester Luis noch. Price ist auf der Arbeit. Price ist auf der Arbeit. Und Jay kann erst nach einer halben Stunde, oder wie? Der macht irgendwie Traumreise noch im RP. Keine Ahnung, was den schon wieder geritten hat, Alter. Und Traumreise. Also, was wir auch machen können, also, wir können auch dieses Crap-Game, ich glaube, das hat nur so 200 Megabyte, ist absolut schlecht. Ist das so ein Browser-Ding, oder ist das so ein... Nee, das ist ein Steam-Kostenloses-Game. Aber das sind quasi auch ganz viele Minigames, kannst du, glaube ich, auch mit 50 Leuten oder so spielen, oder? Weiß ich nicht. Ja, da könnten wir, wenn wir, ähm, den Sprach-Chat ausstellen, sogar mit der Community spielen. Das Problem ist, wenn du das Sprach-Chat anhast, dann kann man halt alles sagen, ne, und da wird, äh, halt auch Sachen getroppt, die Toss sind. Boah, ich hasse die Community. Ey. Also, ich muss ehrlich gestehen, überfordert mich jetzt gerade nicht, Alter, weil ich zock eigentlich nichts anderes. Ich würde sagen, wir fangen mit Chillig-Pummel-Party an, dann regen wir uns alle auf, und dann habt ihr mich überredet, dass wir auch vielleicht Guss-Guss-Tack oder so. Ich hab das halt noch nie gezockt, ne? Guss-Guss ist wie Among Us. Das kennst du, das Bete. Ja, nur besser. Das ist auch noch nicht leicht zu lernen. Ja, aber ich würde erst mal Pummel-Party machen. Ja. Ja, ja, ja. Das ist einfach, das verstehe ich, weißt du? Ich komm aus dem Ghetto. Ich hab das halt nicht so. Ich, ich, ich tu mich da schwer. Die guten alten deutschen Ghettos. Sicher, sicher. Sicher, ja klar, ja klar, du nimmst. Na klar, na klar. Nein, ich hasse nicht wirklich. Natürlich nicht. Jetzt kommt ja Priester-Louis noch, dann sind wir sechs, dann hätten wir nur zwei Plätze frei. Ich schreibe, der hat das Game doch, dann könnte Sky schon mal mitmachen. Wer? Sky. Sky kennst du auch, Ite. Ehrenmitglied der Bigs Family, ich biete Fox bei den Ranchers. Ja, Mega, let's go. Sky? Fox? Gaiuto heißt der. Das Gaiuto-san. Oui, oui. Und Pipi, bist du wieder fit? Oh, warte mal, hier ist Luis. Noch nicht ganz, Das sieht doch aus. Grüße, Luis. Papa will mitspielen, hat Stay echt geschrieben, oder lügst du, Alter? Stay würde ich ja fühlen, bin ich ja ehrlich, ne? Aber ich glaube, der Krautsalat, der verarscht mich gerade. Das ist echt unhöflich. Ich will auch vorstellen. Stay würde ich halt so weg, Raketen, Alter, in dem Game, bis der Rage quittet. Da muss ich direkt mal den Stream aufmachen und metern. Da geh ich mal direkt rein. Ich kann Mama metern, da hast du recht, ne? Da geh ich mal endlich metern. Nein, nein, der Vater, der geht gleich rein, in der Pommes, Junge. Da kennt der nix. Der Krautsalat, der Lama hat gesagt. User, join your channel. So. Okay. Du on the line stehen. Sky, sag mal hallo. Soll ich eine Lobby machen? Hallo? Moment, immer mit der Ruhe. Wir sind sieben Leute, okay, passt. Luis. Ja, bitte? Boah. Du bist nicht Luis. Du musst wie Luis reden. Oh Gott. Wobei, ich glaube, Pinsel, du hasst alle wahrscheinlich, ne? Ich hasse alle, ja. Ja, du hasst alle. Auch. Aber du bist sicherlich mit allen hier befreundet in Steam, ne? Ich habe nämlich keine Freunde. Okay. Voll vertraut mich, Alter. Ey, nur fünf gifte Zapps in jedem Channel, der hier gerade im Teamspeak ist, können so Tränen drucken und nicht sagen, wie der ist, Alter. Das ist immer direkt viel angenehmer für andere zu beten, ne? Ja, klar. Da hat man nicht so schlechtes Gewissen. Genau so sieht das aus. Was muss ich denn da machen? UPNP? Einladen musst du uns. UPNP. Einladen musst du uns. Einladen musst du uns. Einladen, der Herr. Ja, aber was muss ich denn da für ein Ding verstellen? Warte mal, ich mache einen Raum und du schaust mal, ob du die Leute... Ja, aber erst mal musst du uns reinkommen. Es gibt Schnee auf dem Sektor, Bruder, das haben wir gestern Abend schon gesehen. Das ist nur so lustig, einfach zack Schnee da. Also, ich glaube, ich habe keinen von euch in meiner Friendlist, oder? aber der Pinsel ist doch gerade. den Louis hat. Pinsel muss aber erst mal on the line gehen. Curtis habe ich schon eingel... Achso, ich bin... Curtis hat gesagt, 5 nicht 18. Wie, 5 nicht 18? Achso, ja, 5 nur. Aber 18 ist auch okay. Nee, das ist zu viel. Nee, nee, ich kriege ja sowieso 30% vom Pinsel seinen Einnahmen. Daddy. Schnell anpassen. Oh mein Gott, Alter, was hast du da gerade gesagt, Junge? Ich bin schüchtern. Ich würde mich... Oh, übernehmen. Wie kann ich Dings Farbe nochmal ändern? Ah, hier. Okay. Ich bin drin. Wird mal hier alles ausmachen, Alter. Und hallo, Louis übrigens. Grüße. 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 Ja, Grüße. Ah, ich habe es dazu gelassen. Chris, danke schön für den Prime Sub im 11. Und Prime, Moor, danke schön für den Prime 15. hier mein Verbindungsbeitrag für Omega-Lust. Dankeschön. Welche Lobby muss ich denn rein? Und Nitrophin, lieben Dank für 5 Gifte, Zapsmann, Dankeschön. Anzuschreiben. Dealer hat sich doch eingeladen und nicht. warum heiße ich denn jetzt Mill? Warte, warte, warte. Jetzt hat sie mich eingeladen. Auch nicht schreit. Da, Profund 3, ja. Profund 13, eben. Wie kann ich das übernehmen, mein Name? Ach, komm, Alter, das war auch so lange nicht mehr drin. Was ist denn das? Nein, was habe ich gemacht? Oh Gott. Kann ich mir meinen Namen ändern? Ich will gerne Pinsel heißen. Könntest du erst mal die Leute einladen. Du beruhigst dich jetzt. Gut, ich gehe kurz pinkeln, Knister braucht einen noch. Ah, hier, 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 der Pinsel muss jetzt alle einladen. Mikrofon, übernehmen. Showtime, Dankeschön, du bist am 44. Oh, okay, übernehmen. Mikrofon, ich lade ein. Katastrophe hier, Alter. Geil, wo ist Hoppy? Wir machen auch die Winter mit. Erst pinkeln. Ja, er ist ein Hoppy, nochmal ins Team, Hoppy, oder? Hoppy, einfach nur Cringe-E-Girl, oder so. Gib es nicht. Hoppy, gib es nicht. Dr. Chuck auch dabei? Nein. Aber mich würde mal interessieren, wie Dr. Chuck O.C. redet. Genauso wie E.C. Ja? Hast du schon mit dem gequatscht? Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ja. Also, ähnlich jedenfalls. Okay. Nicht ganz so auf Sex gepresst. Auf Sex? Was? Was? Beinerei. Nee, Hoppy ist nicht im Spiel. Kann ich die Musik in dem Spiel hier ausmachen, ohne die Lobby zu liefern? Bestimmt. Nee. I guess not. Mila, du stellst den Spielmodus ein, ne? Ja, ja, ja. Pokale 5, okay. Pokale 5 ist gut. Ja. Auf Winterglanz, ne? Weil wir haben ja Winter, Weihnachten. Hat wird Synapsen-Gulasch bei den ganzen Leuten heute? Das stimmt. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich auch zugeben. Warum? Ja, ich bin schüchtern einfach. Bist du eh nicht, Junge? Doch, schon ein bisschen. Komm nur auf die Mood an. Altmole. 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 Der Luis ist schüchtern, der redet nicht. Der Luis ist schüchtern. Ich muss gerade mit mir selber klar kommen, und dem warum. Warum? Weil ich noch Sachen einstellen wollte hier, und gucken möchte, wie es funktioniert. Überhaupt ist einfach Chaos. Ich spiele das jetzt. Zeitlang zum ersten Mal wieder. Das ist so weit wie Monopoly, nur mit Minigames. Also ich habe auf jeden Fall ziemlich gut versagen. Ich spiele das öfter. Könntest du schützt halt, ne? Das ist mein Leben. Ja, weil der immer, das hat ein Gewinnern, Typ. Ja, was du denn? Ich habe die letzten Male, als wir das gespielt haben, nur auf die Fresse bekommen, Alter. Weil wir immer mit irgendwelchen Schwitzern gezockt haben. Ein bisschen Schwitz. Ey, warte mal, Pinsel ist doch auch ein Schwitzer. Ja, die sind nicht hier. Das waren so andere. Nee, ich war das nicht, Mila. So, wem muss ich jetzt noch einladen? Na, Hoppy. Piep. Piep haben wir ständig gemacht. Du bist? Ja, du warte nicht doch mal, Pinsel. Du bist nicht online. Natürlich. Also, ich habe Pinsel auf jeden Fall meinen Freundschaftscode gesendet. Oh mein Gott, da muss ich aufpassen, Alter. Da gibt es manchmal ganz schlimme Leute mit ganz schlimmen Avataren im Stream. Äh, was hast du gesagt, Luis? Ja, warte, ich mach das. Äh, dass ich Pinsel meinen Freundschaftscode gesendet habe. Nein. So, ob es für dieses Spielhacks gibt, Mann. Obwohl, es gibt doch Befassungen. Es gibt für jedes Spielhacks. Du bist offline anzeigend, Hoppy. Ich bin invisible, aber wenn du dich anschreiben, müsst ihr das sehen können. Nein. Und dann kommt. Oh, ich hasse es online zu sein. Nein, ich hasse es auch. Ich will doch für mich alleine sein. Mach einfach für eine Sekunde. Oh, warte mal. Jetzt hätte ich erst mal noch Luis. Freundeskode eingeben. Heißt du ernsthaft Therapeut? Ja. Mila, wie kann ich denn hier bereit machen? Äh, du knistert? Ja, du gehst wieder auf, ähm, warte, wo bist du? Auf zurück und dann... Also, knistert, ey. Jetzt habe ich euch alle eingeladen. Hoppy wird geflamed bei mir. Alles gut, schön, schön, schön. Schön rein da. Weil ich wieder nix zusammengeschissen bekommt da. Ich kann nicht beitreten. Dann hör doch. Ja, oui. Ach, es geht nö. Mann, doch, es geht wohl. Ach, Mann, komm. Ach, Mensch. Weißt du, ein Hack für GTA kriegt da eingestellt, Alter? Aber hast du mich jetzt noch mal eingeladen? Ach, weißt du, hab ich mir extra hier ein neues Crosshair rausgebracht, sage ich euch. Und jetzt sowas hier. Ach, Mensch. Pintzel, warum hast du mich eingeladen? Ja, spiel doch mit, die Mikrofone needed. Du hast mir gerade zwei Einladungen geschickt, was losgekommen ist. Zeig du blo, Chat, zeig du blo. I love you, chat, und Showtime danke schon für die Wiese am 44. Und Fanky danke für die Wiese am 48. Ich glaube, ich habe es schon vorgelesen, egal. Boah, wäre ich mal einfach in die Pommes gegangen. Hoppy, willst du nicht einfach mal mitspielen? So, ich rede hier. Guck mal, Hoppy ist schon wieder offline. Er ist doch schon drin in der Lobby. Ja, ich bin noch drin, das reicht doch dann. Okay, wie habt ihr das bestätigt? Du musst doch zurückgehen. Ich kann auch einfach... Easy, easy. Wenn der Hoppy auch soweit ist. Boah, Hoppy, Alter. Weißt du, wie jeden Tag vier, zwei Stunden, wie machen irgendwelche Autos waschen, Alter. Aber wenn du drauf ankommst, nix geschissen bekommen. Aber hey, ist das Pokémon nochmal? So sieht der Hoppy aus. Ich bin doch bereit. Mach doch jetzt hier, oder? Ja, dann starten wir aber auch jetzt rein. Boah, ich hasse das Spiel. Spielerladen. Kopfschmerzen. So, wartet. Ihr müsst Leertaste, ne? Ja. Dann befüllt man. Ja, ich hab ne vier. Ich bin schon wieder richtig reingeschissen, Alter. Wer hat die eins gemacht? Nein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Alter, aber es ist fünf Kronen, wollte ich spielen. Junge, einmal sechs. Ja, klar. Hallo? Der Hoppy ist als erster dran. Nichts? Guckt doch links. Oben rechts. Ey, wir spielen hier bis zwölf, ne? Gauert nicht so lange. Wartet, wartet. Der muss sich noch weiter drehen. Yes! Ey, Junge. Joa, ja. Das ist witzig, Alter. Der hat so, der hat so, der hat so an seinem Controller so... Nein, nein, ich hasse den jetzt schon. Ich hasse den jetzt schon. Am Controller, an der Maus. Geh nach dem, oh, schade. Okay. So ein Schlüssel und die richtige Richtung, nehm ich beides. Boah, Alter. Kategorien. Och, komm. Nauchentur, gut schiebt. Okay, wirklich so viel Glück. Ich hasse jetzt schon. Ja, man hat das schon. Das wird gut. Haben wir schon ne Superwaffe? Warte mal, wie machst du das nochmal mit der Karte? Wie Hund, ne? Moin. Na klar, du wieder mit wem Angela's Künischer gehst. Wir finden da 8 und kommen dazu. Die Biss. Äh, ich bin? Nee, du bist. Nee, doch, ich bin. Junge, ich hast den ja schon, ne? Ich mache direkt in dir auf. Warum empfiehlt ihr jedem nach links zu gehen? Da kriegt ihr doch Schlüssel. Also kann ihr doch einstellen. Ne, Geschenk. Und der kriegt jetzt direkt eine Rakete. Pass auf, was ich dir gesagt. Ne, Geschenk. Ne, Geschenk ist, du kannst sie entweder direkt davor teleportieren oder du setzt eine Runde aus. War so klar. Oder du suchst ein Spiel aus. Ne 3. Doch, Medikid. Bist du Arzt? Ja, selbstverständlich. Komm mit Medikid. Wie das vor mir alter Jamus? Nein, das kann doch nicht wahr sein Junge. Schooon... Ja da sieht man auch die ganzen Hacker ne? So, ich sag so wie das. Wenn ich eine ... unter ner 5 würfel, gehe ich einfach nach rechts. scheißegal die alle so ein komisches keyboard habt wo ihr dann so ein power knapp habt um dann höher zu würfeln auch ich darf auch mal schön und 100 prozentig eine 1 oder so und gehst du rechts aus prinzip ich wollte ich auch rechts ist gar nicht so witzig also so eine superwaffe nach pinsel ist der letzte tag und bin sie rechts oder wir pushen immer von rechts die punkte oder sind dann asifeld ohne da wisse immer von rechts immer rechts rum habe ich gelernt gut außerdem wenn wir alle links gehen kann save die kiste rechts rum kannst du aussuchen und untenrum kriegst du den mensch das ist ja kein richtiger umweg und der typ erzieht kinder hat ja wenn jetzt jemand auf das feld kommt jemand anderes kannst du aussuchen willst du blut damit teilst du dich dann auch oder schlüssel damit kriegst du dann als der schlüssel dann heilt sich damit da bin ich nicht gut drin sei ich ehrlich ich bin auch nicht bist du fast zu furious nein das wird nicht gut oder nicht reingekackt habe ich aussehen gebremst oh mein gott wird einfach nie ausgespielt sage ich euch die alles in die weste der herr alles gut war angeschnallt nein ich habe so reingeschissen ich habe so reingeschissen von dem man muss da lang ach du meine fresse das leckt doch überhaupt nicht wer ist denn der host mila ruhe ruhe ich habe keiner gefragt ruhe welcher platz bin ich ich bin erste also bei mir läuft gut die letzten Meter voll reingeschissen nein ich habe so reingeschissen ich habe hier ich bin nicht mal weg hier nein bist nicht ich bin ich ach Gott oh nein wie guck gut die jungen habe ich reingeschissen was ist denn los schon vorbei ja ich schon ja ich habe es noch nicht die letzte vierter scheiße wer kriegt Waffen die ersten beiden kriegen was für kürzer acht Unfälle schön weiter zu ja jibie direkt so da gehe ich jetzt aber auch all in sage ich euch ne das trinkst du ja nur ne das trinkst du ja nur ne ne doch nicht oh man alles scheiße die Säbel sind so schwierig im Säbel nimm die Säbel mit dem Schlitzer den neun stark ja schon ne das sieht man auch einfach die Hex mit voller und power sheet gezogen deswegen streamt auch nicht ganz overlay rot mit vierecken ich habe ein paar glück plus zehn hacken haben schon kommen schon wir laufen rechts außen wir pushen von rechts immer wir haben es egal welches spiel 40 schlüssel ja ja 40 hunders wird sogar kein gegenstand wieso hat der eine pump kann hatte gar nichts da habe ich eine saftige aubergine und das ist mein main game ihr müsst halt quasi da kommt ein ball runter und dann müsst ihr leertaste im richtigen moment drücken mit in den ball schlägt asozial ja ich habe auf die habt keine reflexe aber scheinbar schon ja ich sag mal so wenn man einmal drin ist und läuft doch scheißegal sie ist scheiße ich bin einfach alt ich bin so alt jungen junge ich treffe genix ich treffe nix junge knister wieder so am reinschwitzen also wirklich wenn ihr danach kein handtuch braucht da weiß ich habe null punkte ich habe null punkte oh nein ich bin so verkackt oh nein ich habe dich eingetroffen bisher ich bin so schlecht oh man ich habe nichts wow ich bin zum erster geworden absolut größter loser ich habe fünf in folge null gemacht das hat mich so zurückgeschmissen ich bin jung ich bin jung ich brauche ich bin einfach nur ein schwitzer junge was ist denn das hier was habe ich denn hier das ist ein port ja schon sport und ein geschenk ne machen wir mal auf das ding ja 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 grüße toll das spiel ich liebes ich würde es ja nicht machen was machst du denn junge ich würde es nicht machen grüße bin nochmal weg ich muss aussetzen und die würfeln hier neuner das hat mich erlebt jetzt hat er schon hatte ich schon die kiste ne aber du hast die wegen deinem scheiß äh dingsbombs wegen dem raketenwerfer eigentlich hätte man sich wegporten müssen und sich nicht wirken ach komm der kiste 40 schlüssel oder ich glaube das ist 50 30 40 er wird komplett er will oder ja freut mich aber auch freut mich sind immer zehn felder das hier ist das ist ein wird sich shit das ist der lang oh gut ja super tolles spiel tolles spiel ich liebe es ich liebe es nee direkt wieder am nächsten dran weißt du also wirklich möchte ich geben ja aber ich kann es ja nicht nehmen nimm doch mal einen schwebenen schlüssel hier der medic kommt wieder raus jetzt wird es was der taster vorgespielt ey der arm der kriegt doch schlüsse schön guck mal da bin ich auch oh ich seh dich nicht in meinem haus ich stinke ey ich kann nicht nach oben aber ich hab ne stattgarn äh da musst du die geschenke nur einsammeln weil wir haben geschenke einsammeln und kacke dort aber die kohle kohle die kacke scheiß so bin ich ach du scheiß kann er nicht näher heranzoomen bei mir dann brauche ich eine krille alter nehm auf die kleinen geschenke nein ich bin jemand schon verkackt vielleicht nicht die 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 alles verloren einmal kohle genommen ein geschenk verpasst was soll ich sagen da haben wir auch die augen ein bisschen wehgetan muss ich zugeben ob ich das dritte geschenk das müsste mich doch scheiße das sieht aus wie ninja turtle der steht auch ich hasse das mit vorgefahren und was schönes ist der therapeut ist louis und das hier ja du kannst in den sackgasse laufen ist das von der teleport gegen 1 renee das ist der 10 immer neun das doch heck ja chantal ist okay jetzt mal ehrlich so klar first time naja ist doch gut schön der alter gibt mir so auf die nerven noch immer als mila drei kommen ist einfach asozial ich erst mal ein schlangen bis am bein komm jetzt machen ich diese renee wird schon sagen dass ich mal gucken ich wollte mal gucken weil ich habe also ich brauche keine drei schlüsse jetzt direkt weggeschmissen ach das ist noch frei ja jetzt nicht mehr ach du scheiße war muss kann auch schlagen das ist so ähnlich sieht das aus ja ja okay gucken wir mal wir entscheiden man kann ja auch gegenseitig aufnehmen und schmeißen dann muss man nicht oder hinten geht weiter Oh mein Gott, ich bin so schlecht, Alter. Wo bin ich? Bin die ganze Zeit hier am Anfang? Nein. Oh mein Gott. Oh, zu früh. Oh, zu früh. Hab ich gemacht? And they get out of the way. Warte mal, bin ich erster? Was hab ich gemacht? Wie komm ich hier wieder hoch? Oh Gott, ich hasse diese vier Dinge, ich war kack so. Nein! Oh Gott. Ich bin so schlecht, Alter. Wie? Wie denn? Nein. Scheiße. Man kann ja gar nicht hauen. Ich habe ja auch schon rausgefunden. Einfach Gewinnertyp dieser Pinsel. Ich sag es, du witzig ist ja. Ab in die Portale. Nein. Okay, ich darf nicht. Nein. Oh. Aha. Ja. Kleiner Yibi. Ich kann man gar nicht mehr. Junge, ich war erster und ich habe so verkackt. Springen wir runter, René. Ich hab's ja auch so wirklich stark. Ey, da kommt's ja nicht letzter. Da habt's ne Gurke. Da habt's ne Gurke. Da habt's ne Schlüssel, vier Schlüssel, jibiii. Du seid ihn alle schmeiß jetzt ne scheiß Gurke. Die Gurke geht nicht mehr. Da kommt's schon weit mit, aber... Ich denk nix. Wie viel Damage macht ne Gurke? Nur die Hälfte, glaub ich. 15, ja. Aubergine macht 15. Stirbt keiner. Oh, toll. Baby war Kurtis. Nein, hättest du wegmachen können. Nein, findest du mein Freund. Was? Was sagt der denn wohl? Äh, Teleport. Ach, wo, Dinger? Hat der grad einfach ein Teleport bekommen aus einer normalen Gießung? Krank. Ich bin... Ich bin einfach ein Teleporter. Ich bin Magier. Der Pi bist am reinhacken, Alter. Hauchig. Das ist wirklich... Also wirklich, ich kann kotzen. Yibi. Gib mir noch ein paar Punkte. Baby. Rein da. Was hab ich da bekommen? Achso. Ey, der ist so am reinschwitzen, ne? Das ist ja unglaublich. Na, der braucht ein Handtuch. Lüge? Noch nicht, ne? Dass du immer noch nicht den Kaktus gezogen hast, das wird dir noch leid tun. Ah, ich müsste mal gemeinschaftlich einfach rauf auf René. Wieso auf mich? Nur weil du der Erste bist? Und bist du wieder nah an der Kiste? Also... Ja, aber ich hab eh keine... Ich hab eh keine Punkte. Ich kann ihn mir eh nicht holen. Stimmt! Warum bin ich denn nach links gegangen? Oh, halt dich mal darauf geachtet. Ach, weil Pinsel sich eh mit ihm teleportieren kann. Nein. Oh, Gott. Oh, Luis! Luis! Chat, flackert irgendwas am Game oder so? Oder ist alles wie in Ordnung? Das ist ganz genau, was du sagen wollt. Mikrofon aktiviert. Nee. Ich hab mir einen 10K in der Peeline. So. Aua. Was? Was? Jetzt hab ich dich Weihnachten bekommen. Ah, dann okay. Boah, jetzt muss ich aber reinschwitzen, Alter. Was ist denn das? Du musst auf das Ziel schießen. Mit A und D und linke Maustaste oder Leertaste. Gibt's auch. Die Dinger, die explodieren, die darfst du nicht treffen. Die darf man nicht treffen. Was darfst du nicht treffen? Ja, die, die brennen, darfst du nicht treffen. Die roten Ziele quasi. Wo bin ich? Genau das darf nicht passieren. Was? Weiß du, das waren nur zwei. Langsam Weil ich alt bin Nee, das hier an sie knicken Nein Alle unvoll Oh mein Gott BING Ich war Ich war Ich war Ich war Ich war Ja Letzter Da ist er Schön Schön Tide Oh, endlich mal Hat es endlich mal reingeschwitzt Irgendwie bin ich gefangen auf dem dritten Platz Ich weiß auch nicht Was benutze ich denn das Hä, warum Okay Wie viele Felder geht das nochmal? BING Links Wirklich? Ja Du kannst mit R gucken Oh mein Gott warte Ja Okay, was ist denn jetzt los? Och nö Nein Nein, Pinsel, warum? Oh Gott Ja Ich hab dich genutzt Und dann links So viel Dings hab ich? Du weißt Ich spiel das zum ersten Mal Du hättest Das ist wie Mario Party Ich hab noch nie gespielt Siehst du diesen goldenen Weg Wie das zeigt Der zeigt dir den Schnellsten Weg zum Denken Eine Superwaffe Aber die kann ich nicht benutzen Doch Ne, wie benutzt man die denn? Du musst das mal auf dem Feld kommen Ah, du musst ein Feld noch runter gehen Ja, du musst noch ein Feld runter gehen Dann hast du's Und was kann ich jetzt damit machen? Oh Was ist das? Keine Ahnung, ich weiß nicht was Das ist der Hase Das ist der Sauberstadt von Gondor Na, diese goldene Linie sagt dir den schnellsten Weg zum Dumm Dumm Zu dem Dings Und ich hab dich eigentlich Ach komm Du hättest nur runter gehen müssen Dann hättest du ne Druse ab Ach so sozial einfach Ich bin halt einfach ein fieser Fiesling Ja Ja Richtig später Richtig später Hallo Scherlo komm Und einfach Niko Dankeschön für du bist am 440sten Das ist alles nur, weil René sich den Kaktus benutzt hat Weil er zu geizig war Oh reinpiep Geh mal hier Geh mal ecken Ja und? Das stimmt jetzt eh nicht Der juckt den eh nicht, weil er eh keine Schlüssel hatte Ja Ich weiß, ich wollte eigentlich skybeam Fieser Ich hab gepupst Ich hab gepupst Ich hab gepupst Du meinst nicht Asho King Du meinst nicht Asho King Der hat mit der Muschel das Du was mit King Aber die Eigentlich halt Lasho King Lasho King Genau Lasho King Scheiß Lasho King hatte das aufm Kopf Schön Wie pulte die Hyperwaffe da am See WTF Was war das denn? Ach so der kam nicht weiter Ja ja schön mit Heck Und was machst du mit dem Elbenstab? Na da beschwöre ich einen Hase mit Ja den würde ich auch gleich sofort beschwören Mach ich sie auch Ab und Freihard Modus Würd ich nicht Oh wieder Parcours Ja komm geht rein jetzt Warum hab ich nicht so einen hässlichen Umhahn? Ah Oh Oh Gott NEIN So hart geschwitzt NEIN Oh man Nein 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 ich bin ersoffen Nein ich auch Oh alles verloren Oh Hauptsache nicht letzter Geil Lass mich nicht letzter werden Piss dich Oh nein 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 Keine Sorge Leute Wie sagt's euch bin ihr mir einer am abhusten Und trotzdem bin ich auf der Nummer 1 Ihr dummen Wichser Ja Oh Easy 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 Oh ja Nein bitte 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 Danke Fuck Scheiße Ich komm nicht rein Wer fehlt denn da noch Ok ich komm doch Hauptsache nicht letzter. Ach komm. Die Nummer 1, wieder zurück, Leute, ja. Wir müssen auf Pinsel gehen, er hat das Ding gleich. Aber wir kommen nicht genug Leute ran, wa? Er ist so am reincheaten, ne? Ja, dann bin ich mal kurz weg, ne? Was war das jetzt für ein Feld? Wo ist der Stab der Magie, Junge? Oh, du bist das alle anderen? Du kommst nicht vorbei. Ach, das hier wird gespawned. Warum ist mein Kacktus weg? Was machst du? Was? Warum ist hier Weihnachtsmusik? Warum ist das so lauert? Hä? Warum nicht? Genießt es doch. Vor Weihnachten. Ich will es nicht. Ach, ich bin schon wieder dran. Schön, ganz viel gegen den Ärgern. Ich kann niemanden ärgern, schade. Warum benutzt ihr auch den Kacktus nicht? Hallo, eh Noobs. Ähm. Ja, brauche ich jetzt eh nicht. Was wünscht ihr eigentlich so zu Weihnachten? Habt ihr irgendwelche Wünsche? Ich wünsche mir eine Giraffe. Du hast schon eine Giraffe. Oh. Wünsche mir nie was. Keller. Habt ihr gleich Bock, Weihnachtslieder zu singen? Nein. Auf jeden Fall. Wer ist mit Weihnacht... Weihnachtsgedichte? Ja, das meine ich doch. Ich wollte einfach mal sagen, es ist zu schön, wenn die alle hier sind. Alter, es hört ja immer laut an dieser Musik. Was ist da los? Was hat Gottes getan? Das ist, seit der Hase da ist, oder? Ja, ja. Das ist psychologische Kriegsführung. Das ist Assi. Oh, ist das auch. Last Christmas, I gave you my mind. Schmeiß die Gurke. Die Gurke. Die explodiert vorher. Oh, da kannst du echt weit damit. Oh, Gott. Das ist echt weit damit. Das ist asozial, was du machst. RIP. Ah. Und jetzt eine schöne 12. Ah. Ja, also. Ignorieren. Ignorieren. Ich wusste nicht, dass die Web so groß ist. Eins, zwei, drei. Was ist denn das hier? Was ist denn das da unten? Schnee, Schnee, Schneid. Oh, ist schön. Oh, so ein Zeichen ist mir wichtig. Fuck. Nein. Selbst gefangen. Nun denn. Lebt der Luis eigentlich noch? Ja. Okay. Ach, komm. Ach, Milan, nein. Späle, nein. Späle, nein. Ja, nein. Der Hase kommt. Oh, oh. Oh, schnell weg. Attraktiert ihr durch den Kaktus? Aber, nee, nee, nee. Oh, das ist gut. Das ist gut. Oh, was ist denn? Du musst dich verstecken quasi. Und einer ist der Hai. Oh, bitte lass mich nicht den Hai sein. Bitte lass mich nicht den Hai sein. Ich will auch nicht der Hai sein. Shotgun. Wie versteckt man mich denn? Du bist so ein, du musst die ganze Zeit schwimmen. Du bist so ein Creature-Entchen. Genau. Du musst sein wie ein NPC. So, am Anfang sehen wir so uns und dann kommen ganz viele Doppelgänger von uns. Du musst untertauchen an NPCs, wie im LP. Ich bin, ich bin auch, nein. Warte mal, wir können, also, steck dich, okay. Aber wir sehen uns, ne? Nein, wir sehen uns nicht. Fuck you, bitch! Gefickt. Boah, wusstest du, dass ich genau der bin? Arsch, Kurtis. Ich weiß, wer jetzt der echte Kurtis ist. Ruhe. Was ist denn dieses Piepen die ganze Zeit? Ist das so Piepen, oder? Ne, man... Nein! Man muss hier Dingsbums einsammeln. Die, äh... Walkie-Talkies und dann kommt in der Mitte das Ding fürs Go. Okay. Hätte ich mal nichts eingesammelt. Ja, danke. Also, wenn du ein Walkie-Talkie hast, kannst du abhauen, oder was? Ne, es müssen alle gesammelt werden, dann kann jeder abhauen. Ach so. Da fehlt noch Lila, ne? Piep frisst halt einfach alle. Ja, ich guck gerade. Ah, da war er. Wie fehlt denn noch? Was für eine Farbe fehlt noch? Rosa. Das können wir doch nicht sagen. Das können wir doch nicht sagen. Das hilft, Mila. Ey, ich bin nicht der Heim. Was so? Ich wurde schon gesnallt. Nein, falsches. Oh, nein. Ich war als erstes weg, René mit Rosa. Oh, seit wann ist das? Oh, wir haben Teleporter bekommen, Hopi. Ja, richtig und wichtig. Schön. Ich hab die ganze Zeit nur in der Mitte gecampt, bis es durch ist. Ich bin die ganze Zeit so wie Walkie-Talkies geschwommen, ne? Bye, have a beautiful time. Schön, nehm ich. Direkt noch ne Kiste. Boah. Bietchen. Und Bietchen. Ach, ich bin auch mal wieder dran. Das ist schön. Was hab ich denn für Gegenstände? Nö. Mädig, wie ruf Pillbox an? Nein, nicht Pillbox. Baycare. Fünf. Fünf Jahre Innendienst. Oh, bitte keine Not-OP. Oh, scheiße. Der ist vom Baycare. Schnell weg. Der ist schon wieder voll. Warte, ich helfe dir. Ich creme dich ein. Du hättest jetzt links lang gemusst, wo die Goldene weg ist. Ja, aber da war so ein komisches Feld. Ich wusste nicht, was das machte. Ob ich da sterbe. Grad voll geheilt, ich glaube nicht. Es sind eigentlich kein Feld, was sich one-shotted. Es macht dir höchstens, glaube ich, bis zu 10 Schaden. Okay. Hauptsache weg von hier. Bevor der Hase kommt. Der Hase des Dunkelndes. Eck. Ja, aber wenn der Pinsel pünktlich gekommen ist, wären wir jetzt schon fertig mit allem. Das stimmt. Wird ich nur gehatet? Ich fasse es ja nicht. Ich musste doch die Staffel, ich muss doch den neuen Film gucken. Hat schon in der Avatar 2 geguckt im Kino? Ja, ich. Ist ehrlich? Ja. Ist der gut? Ja. Besser als der Erste? Schwierige Frage. Schauen wir mal vom Geschmack an. Ich stehe auf diese blauen Aliens. Herrlich ist voll mein Ding. Nein! Oh Gott. Wie geht das? Einfach, äh, einfach drücken dann, ne? Ach, du hilfst ihr. Wo bist du? Akut drücken. Ach so. Danke. Bringt halt gar nichts, aber ich hatte einfach Bock. Naja, besser als sie alle rumliegen zu haben. Du kannst gar nicht nach oben? Wait. Du musst ihn doch. Na, ich mir hier den Weg um den Hase kommt. Ob dir überhaupt noch jemanden eingeholt bekommt bei dem Tempo? Haben die immer neuen Würfel? Glaub ich nicht. Oh, dann ist das mit der Bombe. Ah, ne, wir müssen, einer hat dieses Ding und wir müssen ihn dann wegnehmen. Das ist so dumm, da schlägt man sich die ganze Zeit einfach nur gegenseitig, nockt. Und steht einfach, ist einfach die ganze Zeit Stunlocked. Und wenn du das Ding hast, dann kriegst du halt Punkte. Junge. Junge, genau das. Und irgendein Schlaumeier läuft halt rum und, okay, wer auch immer die jetzt hat, der hat schon gewonnen. René hat schon gewonnen. Ich bin das gar nicht. Das kommt halt krank. Scheiße. Ah, Wichse, boah. Ach, komm. Die Musik, da dreht die so auf. Ey, ihr sollt den Krippen hauen. Ja, natürlich. Zwei-Meter-Arme, oder was? No. Ey, wieso hab ich den immer nur für zwei Sekunden? Ja, weil die uns stunnen die ganze Zeit. Die stunnen auch einfach so. Ja. Ach so, Long Range. Die Long Range-Arme. Junge, René, hör auf, einfach alle zu schlagen, du Spanns. Die alle nur rumstehen. Guck mal. Ich mach dir mal zwei Leute am Laufen. Ich blieb mich zurück. Ich hab, ich hab, ich hab original drei Punkte. Ja. Ja. Ich hab drei Punkte. Ja. Komm. So schreit ihr auch immer, wenn ich aus der Küche rauskomme. Ja. Warum? Weil die sich freut. Weil ich nix kaputt gemacht habe. Ihr kennt ja meine Waffel-Story noch gar nicht, Alter. Erzähl mal. Nee. Nee, nicht Waffeln. Was war das nochmal? Äh, Pfannkuchen? Pfannkuchen, Alter. Nee, das erzähl ich nicht. Nochmal. So? So unangenehm, oder? Naja, ich hab mir einen Pfannkuchen gekauft bei Penny. Schon ganz lange her. Kennt ihr diese fertigen Dinger? Man kann Pfannkuchen kaufen. Ja, ja, man kann die kaufen. Kurz warm machen. Und dann machst du die kurz warm und dann sind die super lecker. Ja. Ja, und ich hatte abends richtig Bock auf Pfannkuchen. Oh Gott. Ja? Und bye-bye, have a beautiful time. Und dann hab ich die halt im Toaster reingetan. Wie ich das kenne mit diesen Fertigwaffeln. Die tut man auch vorher im Toaster. Ja. Da sind die mir aber weggeschmolzen. Und dann wollte ich den Toaster sauber machen. Hatte den Strom noch drinne. Und dann bin ich mit einer Gabel da reingegangen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Schön, dass du noch da bist, sag ich mal. Joa. Aber ich hab nur ne bessere Story. Ich hab nur ne Zwischenfrage dazu. Waren sie lecker? Mal, oh Junge. Weißt du auch, ich hab noch ne andere Story. So, hab ich mir ne Duftkerze angemacht hier, ne? Ne Sportzigarette. Und mein Feuerzeug war halt quasi leer. Und dann kennt ihr das ja, ne? Dann pimpt man die Feuerzeuge, damit du nur ne Flamme kriegst. Ja. Das war nicht leer. Das hat einfach nur ne kleine Flamme gehabt. Und dann hab ich das halt so aufgedreht. Bis ich ne gute Flamme hatte so. Und dann hab ich das Feuerzeug quasi am Schreibtisch vor mir liegen gehabt. Und dann hab ich so Duftkerze. Und dann spiel ich irgendwas. Und dann auf einmal rieche ich so einen süßlichen Duft. Und mir wird super komisch, Alter. Mir wird so richtig komisch, Junge. Ja, hab ich die ganze Zeit Feuerzeuggas eingeatmet, ne? Also wir passieren Dinge. Wir passieren echt schreckliche Dinge manchmal. Alter. Aber für fünf Minuten war ja cool. Ich hab Eier anbrennen lassen. Nein! Ich hab Eier anbrennen lassen, die du zu kochen wolltest. Ja, ich wollte mir einfach so ein hartes Ei machen halt. Und dann auf einmal ging der Feuermälder los. Du bist jetzt doch kein Krieg, aber das atmet hier im Gangkrieg aus, sag ich dir. Naja. Du bist tot, Bruder. Es gibt keinen Krieg mehr. Ne, ne, ne. Da steh ich wieder auf, sag ich dir. Ein Freund von mir wollte mal Nudeln machen, hat es ohne Wasser gemacht. Auch schön. Oh Gott. Hat einer von mir auch geschafft. Der hat aber Wasser reingemacht. Ist dann vom Saufen gehen eingepennt, ne? Die Hartplatte war noch an. Wurde von der Feuerwehr geweckt, sag ich dir. Warte mal. Ist dein Kumpel zufälligerweise mein kleiner Cousin? Oh oh. Oh no. Da bekommt das in der Hasen Besuch. Der Hase kommt. Direkt ein Befettdokommen, Junge. Wo er spawnt? Ne, der kann nicht da hoch. Der kann nur nach unten. Ja. Was ist das denn? Englisch. The person's on the ground, most kids wins. Okay. Okay. Ja, aber gespannt, sag ich dir. Ich bin aber gespannt, was jetzt hier los ist. Wo kriegt man eine Waffe her? Was ist das denn? Hälber, kurz. Putsch dich, putsch dich, putsch dich. Ah, kurz. Putsch dich von links, von links, von links. Du musst dich mal sagen. Gank ich habe es gesagt. Die machen wir im Ries. Ja, ja, du Ries. Was hat jemand? Was ist das für ein Musik? Guck mal, wenn wir im Mettel hier sind. Mettel. Ich habe im Mettel hinten. Wie kann man Liesbomben? Hey, 2 gegen 1, wo er unten wäre, Junge. Ich hätte geschrien. Was macht das hier? Oh, schön. Ja, Brutzel. Brutzel, da liegt sie. Oh nein. Ach gut, ich lebe. Aber wie viel, wie lange? Wo habt ihr denn die anderen Waffen her? Mitte. So unfair, dann. So, one shot, zack, weg. Müsst ihr jetzt auch noch mit denen. So unfair, der holt sich so eine Powerwaffe. Dann gibt's die keine. Einfach unfair, ne. Oh mein Gott, man kann von Dings zu Dings fliegen. Ja. Oh mein Gott. Komm runter, du lange Hose, da geh ich lieber. Junge, gefächte Laser. Ey, Junge. Wer ist denn da mit 10 Kills? Ey, nicht schwarz, nicht schwarzer Weg. Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist ja ein bisschen Laserwaffe, der kommt jetzt gerade. Die ist total viel. Voller Weh, Junge. Die knallt mich jetzt denn um. Oh, die Miele hat mich gebreddert. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn hier? Natürlich, halt da da. Schon wieder jetzt auch? Ja, okay, schon. Wer hat denn da die OP Laserwaffe und die 18 Kills? Ich? Also wirklich. Junge, das kann es nicht gehen. Der hat 19 Kills einfach. Das ist aber lange gebraucht. Und Zweckspieler, Junge. Was willst du von mir? Junge, und wieder One-Shot von oben. Oh nein, keine. Wir sind tief. Liebe Hunde, liebe Hunde. Oh mein Gott. Ach, ich hab ne Shotgun, alter. Hab ich nicht gecheckt? Ey, zwei gegen einen. Das ist so unfair, ihr Arschlöcher. Könntest du, was das auf meiner Seite sein? Halt, kleine weg, kleine weg. Die hole ich noch mit. Deine Frau, ich mit. Ja, Juhi. Machst du denn, Junge. Komm her. Oh, von oben. Vorzeit, du musst immer hüpfen. Was, Junge? Da kommt einer von hinten mit so einer scheiß OP-Waffe. Ja, gut. Ob es da nicht letzter? Ich bin auch nicht da runtergefallen als, äh, 23 Kills. Alter, was? Ja, die Waffe ist halt auch einfach. Du hättest zwei Sekunden drauf und die Person ist tot. Ich hab am Anfang die ganze Zeit geklickt. Ich wusste gar nicht, ob man festhalten kann, die Maustaste. Ja, das ist eben. Alter, wirklich. Du bist einfach gefangen, Alter. Ja. Schön. Oh, nee. Ja, der auch jetzt? Aua. Hättest du schon einen Pinsel auch damage machen können. Ah, warte mal. Wen haben wir denn? Wen haben wir denn hier alles? Wo ist denn die Kiste? Ah, die ist rechts, ne? Ganz rechts, ja. Ja. Das lohnt sich natürlich nicht. Glaub ich geh doch ins Crime mit Pinsel. Schieß dir einfach alle von den Haufen. Und? Ja, gut. Das gibt's doch nicht, Mann. Gut, gell? Ah, ja. Irgendwann kommt der Moment, der spawnt das Geschenk im Labyrinth und ich bin zuerst da. Sehr weniger. Ich glaub, das kann das dann gar nicht spawnen. Dann muss ich schnell da raus. Piep, du bist. Piep? Piep? Ja, selber ein Rauchen. Ja, oui. Boah, ich hasse den, ne? Boah. Gut. Nee. Nee, ist ja wieder Rauchen, oder was? Junge, lass mich doch mal kurz pissen, wenn ich pissen muss. Ihr Geier, wirklich. Pissen, ist auch klar. Ja, Junge, denkst du, wenn ich krank bin, roch ich ihn nach dem anderen, oder was? Ja. Ja, nee. Hässe ich Sky Otto? Nee, hässe ich nicht. Hallo, Jack. Na. Lass ein bisschen mit den Bienen spielen. Bitteschön. Bisse. Ich sag's euch, ne? Das war's jetzt davon. Der Armer. Auf die, auf die Schlüssel kommt es uns auch nicht an, glaub ich. Hallo Palle. Mann, komm, ey. Das ist doch so ansoziant. Schön. Sie holen. Wir müssen gleich an dem Hasen vorbei, um da dran zu kommen. Boah, I hate it. I hate it. Das ist scheiße. Wir müssen einfach irgendeine Kugel reinhauen, oder? Ja, wenn du die, wenn du die letzte Person ist, die dran warst, die kriegt die deine Farbe. Ah, okay. Das heißt, du kannst, egal welche Kugel, einfach versuchen reinzumachen. Und du kannst so oft wie möglich machen. Ja, und länger drücken ist nicht unbedingt ein Vorteil. Manchmal kleine Klicks besser. Ich weiß nicht mal, wo ich bin, um ehrlich zu sein. Ach, da. Hey, du Hund? Wo bin ich? Ey, sowas ist genau meine Stärke, Alter. Ich glaube, ich versuche die ganze Zeit, euch reinzumachen. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier? Ha, hat sich einer selbst reingemacht. Lusche. War ich. Danke für die Vorlage, Mr. Grün. Ah, Fick. Die Junge noch nicht einen Punkt, ne? Also, das gibt's ja auch gar nicht. Ich... Ihhh... Oh! Das ist schwarz! Hör auf! Nein! Nein! Ja! Ich hab mich selber reingemacht, mein Christi Erster. Äh, wer ist denn rot schon wieder? Ist der komplett schrecklich? der war krank versenkt wo ich bin der schlechteste bildspieler ja super spiel komm ich mit der schrotflinte bis rechts rüber zu hobby die gefälter tatsächlich aber diesen one shot hallo hallo winke winke kommen wiegen die papier machen wir nicht ihr auge nicht länger hier in gefangenschaft war die man die bühne aber frei lassen ja einfach mal warum nicht hoffen wir mal du überholt sich den hasen da geht noch ein paar und glaube ich na klar ich bin ich mit mir über die ganze maps habe ich euch weg ach pinsel ist immer nur da unten hallo aber du bist ein porter und bringt nichts irgendjemand anders hat auch noch ein porter das ist das feld selber der sensmann doch mal raus hier raus ich will raus ach nee schön das war's wert das war's was war denn das nochmal du darfst nicht mit zwei leuten über eine brücke gehen und das random ja wieder das random naja so wenn jetzt alle nach unten gehen dann fallen alle runter okay du musst halt hoffen dass du der einzige bist naja ich bin egoistisch sag wie das wir uns einfach nur in die richtung drücken ja ich glaube schon und dann kann man da was einsammeln jetzt also am ende wenn die zeit abläuft oder jetzt drücken reicht ich habe weh gedrückt oder muss man da hinklicken mit der maus hallo wie funktioniert hat wenn das jetzt nicht klappt ich glaube schon wieder irgendwie random ich laufe einfach random was soll ich dachte das war schon der countdown du musst halten und während dem halten wenn du dich entschieden hast leertaste ich habe oben rechts gedrückt und nicht hoch fuck you game also halten und dann leertaste drücken ja ey das gibt's doch nicht das kann doch nicht wahr sein ey Louis mach doch mal nicht diesen jetzt hier oh wow zweiter auch zweiter perfekt aber das bessere item ich bin nicht zufrieden mit du bist jetzt bluten du mieser Riese zwei Raketen hat der noch auf Lager oh no ich bin frei ich habe ein paar items wenn ich jetzt 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 was macht denn ein hufeisen kann ich jetzt mit dem Schlüssel klauen mit das Magnet Schlüssel und items da ist kein Huggie-Bee im Stream ist es ist useless es geht da durch ich stimmt ach guck mal der schwitzer oh kam schon ach verdammt hundert hundert warte hast du mir grad Sachen geklappt naja nene 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 das war Louis es ist eh ganz hinten das ist egal die Leute die am Boden liegen da sollen wir auch nachtreten schau mal auf sein Leben Mila der hat nur noch einen neuen weil ich hab nur ich hab nur diesen Bock weil ich den oh das wär schon ein Waste für einen neuen HP ne ich würd den immer einsetzen selbst bei einem HP oh da könntest du sogar zwei damit treffen nene das geht nicht vom Winkel entweder hörst du Louis der schüchtern ist oder Sky der auch schüchtern ist was mach das mal mach das mal komm mach mal ich hab genug Schlüssel mich interessiert das nicht aber warte halt weil ich jetzt gleich zu weh mach den ich hab mir meinen Porta geklaut jetzt schnell weg oh nein warte ab jetzt Junge nein so was hab ich noch was ist denn das hier teleport wo ist ein Knister wieso ich du bist zurück ins Labyrinth du tränkest Bitch aus schön warte mal was ich hab ja das hier unten steigen gefällt mir schön schnitz fass hä Alles weggeklaut. Und dann wäre auch der Kaktusgarten. Oh, Luis, mach den weg, bitte. Shotgun, Shotgun, den weg. Shotgun, den weg, Luis, der wollte ich gerade verklauen. Shotgun, den weg, Bruder. Luis, Habibi, schwöre. Nein, nicht. Achso, der Teleporter geht auch. Ich kann nicht. Ich glaube schon, dass es abgeht. Nee, nee, ich glaube nicht. Aber du kannst try'n. Mit Hobby machen wir. Also, das funktioniert eigentlich nicht. Du hättest dir den mal weggeschutet, Alter. Ich hätte es gerne gesagt, dass es nicht funktioniert, aber da hätte ich mir selber einen Nachteil verschafft. Ach, so einer ist er. Okay, im Fall ja. Jetzt bist du auf der Mitte. Oh, jetzt geht's rund hier. Kuh, ducken? Oha. Kuh und auf Kuh. Wir benutzen Ducken. Mal gucken, wie weit er kommt. Ding und ducken. Oh Gott. So schlecht denn sowas. Ah, oh, ah, Rancher Rock, oh, ah. Ähm. Achso, man muss wieder Kuh drücken. Nein. Okay, ich bin weg. Hey, Junge. Hey, Junge. Nein. Guck dir Mila an, guck dir Mila an. Da war ich einfach so versichert. Oh Gott, der hat sich nur nicht ein Zentimeter bewegt. Ah. Nein, ich bin raus. Come on. Oh Gott. Oh shit. Ja. Weißt du, was du nicht abgelenkt hast? Weihnacht. Weißt du, mich hat abgelenkt, dass ihr falsch gesprungen seid. Ja, ja. Da bin ich mal mitgehüpft. Oh, das ist ja dumm. Oh, scheiße. Hopi, tu mir das nicht an, komm. Du hast mit so wenig Schlüssel. Ja, und nur noch zwei Leben. Junge, du hast eine Rakete. Don't do it. Don't do it, no. Ja, und nur gucken, ob ich safe hinkomme. Und ich komme safe hin, also. Bye, happy birthday for time. Arschloch. Schön. Ja, gut, na, dann sind wir ab jetzt Feinde. Ich bin dein Feind. 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 Hat es auch schon einen Pokal, Miedler? Wo ist denn den her? Stimmt, die ganz links. Habe ich gefunden in einer Mülltonne. Feind. 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 Er hat den weggeworfen, um uns eine Chance zu geben. Ja, mit seinem Kack-Hack, Junge. Wir sind einfach so viele Schüsse im Umlauf. Komm, Mila, mach ihn auseinander. Achso, ja, ich bin, ja, ich hab nix. Ich werde dann auch nur zwei Kette zurückgesetzt, ne? Das wäre jetzt nicht so. Oh, oh, oh. Oh, oh, der Hase kommt. Der Hase kommt jetzt, ne? Oh, die, ja. Warum ist das so einfach so asozial? Ja. Ja? Da kommst du nicht ran, glaube ich. Kann der Hase nicht jetzt verschwinden? Bitte? Erstmal healen, bevor er mir die nächste Schelle gibt. Nein, das ist kein Heal. Okay, was habe ich denn noch? Geschenk. Macht das Geschenk auf. Oh, mich, da sind ein dickes Aussetzen drin. Oh, der wird zum Dings teleportiert. Der wird zum Dings teleportiert, ja. Hervorragende Polizeiarbeit, ja dann. Der hat aber keine Schlüssel. Also, Pinsel hat noch gesagt, mach's nicht, das wirst du bereuen. Jetzt hast du wenig Punkte wegen der Sache. Und kein Geschenk mehr. Siehste, Luis, hättest du dir mal abgeknallt. Hättest du dir mal abgeknallt. Und jetzt kommt er zu mir, weil ich ja gesagt hab. Ja, weil du gesagt hast, Wache, ne? Ja, warte. Ja, warte. Ach, die neun schmeckt, sage ich dir. Mann, ich werde noch mal sterben. Ganze Hass jetzt aus Prieb. Auch IC, OOC, überall. Ich kann IC und OOC nicht drin. Junge, wie viele Items du hast. Ja, die halte ich mir alles schön auf. Richtig, Horter. Wie hättest du dir auf, bis einer mit nem Magneten kommt. Wie viele Schlüssel liegen wegen mir. Hättest du den mal abgeknallt, Luis, Alter. Scheiße, ja. Ehrlich, Mann. Luis, dann einfach gängig. Ach, komm, Mann. Du hast so gelitten mit dem Würfel. Hast du überhaupt mal vier oder mehr gewürfelt? Ich wette, dass du die ganze Zeit auf den Desktop guckst, Alter. Oh, nein. Was? Ja, klar, du stehst daneben. Du stehst daneben. Ich hab dich beschützt. Als Orb. Was ist das denn? Was ist da über die Brühe mit deinem Element? Ach so, jeder hat ein Element, oder was? Ja, ja. Es ist einfach, möglichst viel davon muss dir gehören am Ende. Welche Taste? Einfach laufen. Einfach laufen. Du vertreibst das automatisch. Bin ich denn da hier? Ich bin die Blume. Da auf mir hinterher zu laufen. Was soll denn der Move? Wirklich. Gib mal eine andere Ecke. Ich bin die Ecke für mich. Hallo, das ist meine Ecke. Ich bin alle nur im Kreislauf. Nein. Oh Gott, so verkackt. Nein. Wo bin ich? Was? Wenigstens nicht letzter. Ich bin sogar noch Zweiter gewonnen. Das ist sehr schmackhaft. Da mundet es mir aber anders. Als Small Egg. Wo ist der Bums? Ganz links. Was ist das denn für ein Weg? Ja, wenn du jetzt die Kiste öffnest und du hast gewonnen, ne? Hauptpreis. Dann geht's set. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das ist ein Muster, oder? Spiel das hier aus. Ah, fuck. Ich hole mal. Ah, würde ich heulen. Motor-Mord. Ne, mach das mit den Schlängelnspuren. Ne, das hasse ich. Ich weiß, dass du das magst. Ich mach das nicht. Ne, das ist ein Züchtig-Gambo. Also, ich weiß, dass du das magst. Ich hab das noch nie gespielt. Du magst das. Mach dich. Ja, geht zum Hasi. Ja. Droh. Ähm, wo geht's denn hier lang? Da kann ich mich heilen. Schön. Ach, der Hase kommt echt an mich ran. Der Hase kommt echt an mich ran. Nein. Oh, nö, ich hab gefett Fingerdrückse. Baa. Ja. Ja, komm. Was ist da denn los? Weg mit dir. Jeebi. Ja, ich steu'n dir dann gleich. Ah, da ist Mila. Gegen Mila hab ich natürlich nix. Aber ich könnte... Ne, muss ich gar nicht benutzen. Okay. Hallo, Hasi. Du musst dich nur ärgern, dass du die ganzen Items behältst, ohne Leuten Schaden zu machen. Ja, ja, warte mal ab. Was ist das später fürs Late-Game? Ich behalte alles für den Piep. Okay, das reicht jetzt, ey. Du hast echt pech, ne? Mila, erinnere dich dran, dass ich dir nichts getan hab, ne? Weiß. Ja, gut. Denk dann, er hat dir bis jetzt noch nichts getan. Ich werde dir auch nichts tun. Bis jetzt. Oh, warum? Ach, du wolltest nicht da vorne so schmerzen. Weil die das Geschenk haben wollte. Weil die nicht gekillt werden möchten. Der macht eh wieder eine Acht oder so. Der ist auch mit Zeichen gekommen. Bis das sag ich doch. Oh, lol. Nee, du bist schon Ushita. Oh, Gott. Ah, schmeckt das. Ja, das war Spaß. Wann ich auch was? Äh. Gab das. Bödel. Oh nein, sorry Mila! Sorry, ich konnte nichts dafür, ich kann den Haaren nicht definieren. Wir hatten eindeutig gesteuert, Mila, lass dir nichts einreden. Ja, ich bin direkt mit dem Hoppy. Hoppy, ich nehm links die. Nein, ich nehm geradeaus die. Wie, du hast die wirklich bekommen? Ich will mich doch flaxen. Junge! Was? Ist das denn für eine Schäpperei? Oh Gott, was für das? Oh! Cool, schön. Oh nein! Ui! Ah! Das gibt's doch nicht! Nein! Ich komm nicht mal an eine Waffe, das ist so ein Schmutz. Oh nein! Weg mit dir! Hä? Hä? Weg gemacht! Ach, das ist so kack in mir, Alter! Ach, komm! Ja, da sollten einfach alle mit Waffe spawnen. Oh nein! Wo gibt's denn diese Kack-Knarren? Oben und unten in der Mitte. Ach! Scheiße, ich lag da so eine... Du bist da am, was? Du bist da am. Das ist da am. Ein Schuss drin oder was? Ja, ja, die wird hittet, aber. Hey, das kannst du nicht gehen, Dude! Ach! Wie kommt ihr denn? Ja, diese sind halt oben, Timelack! Jaaaa! Wenigstens nicht Letzten, das Ding ist geil. Ja, Piep, nicht wenn du dir ausdrehen, oder was? vier leute sind auf dem letzten platz das finde ich gut also geschenk rein ins gambeln entweder kommst du direkt raus oder setzt du raus Junge das muss jetzt sein war es zum vierten Mal Spieleauswahl das ist ein Pummelpunch das ist unser Lieblingsspiel oder schön zu recht der bescheiden ist geil, nehmt doch die kleinen Zahlen mit Schmeiß dann die Gurke Boah Luis, hat mein Glück Ja Er hat sich einfach nur den Heck runtergelacht Luis, ich hab immer nicht geglaubt, dass ich dir Luis, denk dran, der wollte ich vorhin ausrauben Ja, ja, ja natürlich, beschützt dich Freunde, helfen einander Ich hab doch was Schönes tun, nehmt Ich bin eine Blume So eine Freundes-Schrotflinde Ibi Och ne Er muss sich erst angreifen Außerdem hast du... Oh, nicht mehr Den fett nicht Ich kann so viel Pech haben Okay, überleg dir gut, was du machst Ja, ja, hol ihn zu mir, bitte Ehrenlos Hol ihn zu mir, bitte Ja Jetzt warte ich Du kriegst jetzt alle meine Eltern in die Fresse Grüße, René Absolut ehrenlos, sag ich dir Ich hab dir nichts... Ich hab dir vertrut Langfristiger Plan Langfristiger Plan Das musste sein Ich hab dir vertrut, Digga Ich hab dir vertrut, Digga Schnell raus hier, Alter Ja Ja, das kann echt sein, dass das Spiel ein bisschen lange dauert Warum kann ich jetzt nicht... Das kann ich nach links, Willy Oh ja, oh nee Oh oh Dann pfeift doch mal den Hasen zurück Scheiß auf den Dämmel Ja, da rein ich auch drauf Kommt, läuft der Hase am Ende? Ja, das wird schon eine Weile dauern Sieht man allein, wie viele Schlüsse man hat Egal, wir können ja vorzeitig sagen, okay, der und der ist jetzt Gewinner Oh Mama, oh Mama, bitte Oh Gott, ich pfeift den Hasen zurück Kann ich nicht Ah, Piep ist ja tot, ne, was kann ich denn Der Hoppi hat mir eigentlich nichts getan, Alter Aber der hat viele Schlüsse Ich hab René zu dir gebracht sogar Ne, du hast ihn umgebracht Und zu dir gebracht Guck mal, deshalb lass ich dich auch einfach in Ruhe Wo muss ich denn hier hin, Junge? Ja, nach links geht wieder nicht Das hatte ich ja eben auch Was ist denn hier los? Ja dann, was ist denn da? Was ist der Unterschied zwischen Grün und Gold? Wahrscheinlich 3 und 5 oder so Oder 2 und 3 Ich glaub, weil einfach nur die Farben halt unterschiedlich Schön, da bin ich wieder dran Schön nochmal präsentiert, dass er einen Teleporter hat Ja, geklaut Friendly! Hase! Oh! Ja, der lässt euch in Ruhe Aber der greift euch gleich an Ich muss sofort weg hier mit der Teleporter Ich bin schon wieder an dem Drecks Ding da gefangen Was muss man hier machen? Einfach laufen und linke Maus das Swam Und manchmal kriegt man so super Items wieder Wie beim Schießen Wir dürfen nicht runterfallen Und wer am wenigsten stirbt, gewinnt Ne, wer runterfällt, hat verloren Ja, also doch Oh Gott! Oh mein Gott! What the fuck! What the fuck! What the fuck! Ach so! Ich seh nix! What the fuck! Das ist ja wie das Säbelspiel Einfach rein smashen Ich stehe ja gar nichts weiter Ich bin nur unten Ah ne Ah ne Ist einfach runter gelaufen Wie so ein Kelp Haha Ich verstehe das Spiel Ich auch nicht Ich bin auch einfach nur unten Hä Ich bin einfach nur unten Ich spore und werde direkt weggeboxt Aber ich habe gar keine Punkte Leute runterkicks ich wusste gar nicht nur ich bin ich 0 punkte schmecken auch was gestern diesmal wird richtig regeln regelt das geschenk der eine oder andere hat gerade schon eine stelle bekommen schön dieses schöne der hase unter dir so klein würfeln ist kritisch ob ich doch nicht ich glaube wenn du draufstehst tötet er nicht auch nicht getötet aber am jese auch vorbeigelaufen mk2 wie die oben im ist die junge der hase ist kaputt der rennt immer wieder in dieselbe gas nur an wenn er jetzt gleich dran ist und dann wird er dich oder mila wieder erwischen jetzt schon mal bevor er es tut unfassbar leid tut und ich kann ihn nicht steuern tut mir leid liegen da viele schlüssel alter ich muss durch dieses labyrinth egal wie sehr schön mit stolz auf dich die 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 schlüssel holen ich glaube da komme ich nicht aber gleich da geht es mir auch einfach nur um die schlüssel zu klauen du hast 100 schlüssel was ist das für eine frage absoluter hasse gegner bitte die schlüssel holen einfach verdient so verdient junge die kombination zählen genau und dann mit leertaste c zu immer wo steht nach steht was erzählen muss das ist ein raccoon waschbär waschbär rettet ein waschbär welcher der weiße schwarze ding da oh gott keine ahnung aber das sollten eigentlich alle erster werden hat so schnell nicht lesen was zu erzählen Weißt du, was ich eben gelesen habe? Es reitet eine Maus und da sind nur Eltern und ich denke so, es ist keine Maus dabei. Ich habe noch eins hier, was ein anderes reitet. Ich bin so dumm, jetzt habe ich das Game wenigstens verstanden. Das war es schon. Warum bin ich dritter? Was soll das? Ich bin auch ein Teleporter. Ihr seid alle Erste. Warum bin ich auch ein Teleporter haben? Raccoon. Scheiß Elch heißt einfach Moose. Ja. Da habe ich einfach nichts gemacht. Oh, nicht noch ein Hase. Oh, nicht noch ein Hase, Alter. Ich gehe nie wieder auf die rechte Seite. Hallo, Chat, was soll das heißen? Natürlich kann ich zählen. Wer ist das? René, ne? Das ist Mila. Ja, das bin ich. Ja, das bin ich. Guck mal, wie er sagt, das bin ich. Ich bin so ein hinterländiger, Alter. Ohne Witz. What are you doing, Alter? Ach, das ist einfach asozial. Ich bin am Hasen vorbei. Ich muss durchziehen. Oh, offensichtlich ne eins. Ich bin einfach nur weg vom Hasen. Tut mir leid, war nichts gegen dich. Hier, hier. Ich sag das deine Mutter. Meine Mutter darf man in den Streams nicht gucken. Ich glaube, der Piep ist da unten, ne? Ja, aber ich würde gerne mal sprechen. Wie viel leben wir unten, der Piep? Können wir uns sicher einrichten. Warte mal, Curtis, ich dachte, wir haben Waffenstillstand. Ich glaube, das geht nicht durch die Wand. Oh doch, das geht durch die Wand. Doch? Dann hätte ich das wie er schon gemacht. Meine Bienen hat er gestohlen. Oh nee, bitte ändere nicht das Labyrinth und ich bin wieder... Oh Gott sei Dank, du gehst noch eins. Piep, wir können jetzt Waffenstillstand haben oder ich zerfetze dich. Ich sage es dir. Lass mich zuerst gucken, was für Waffen ich habe. Da fetzt ihn, zerfetzt ihn. Du hast nämlich... Dafür kriegst du sie gleich so krass, wirst du sehen. Ey, ich zieh erstmal durch hier, ne? Ja, ja, ich komm gleich. Ich bin hinter dir. Dafür kriegt er so einen Helmbomber. Ach, Pinsel ist ja auch noch dabei. Och nee, ich geh weg. Ich muss durchziehen. Wo gehst du denn hin, Junge? Oh Gott, Pinsel, Alter. Was war das denn? Was war das denn? Was ist passiert? Ich will doch nur weg. Er ist seit einer Stunde in diesem Labyrinth. Alter, der kommt doch nicht raus. Wie kommt denn raus? Ich werde einfach die ganze Zeit sterben. Mann. Gott, mir ist so fucking warm. Oh, das schmeckt jetzt auch. Ach, Mann. Boah. Boah. Boah, ich will noch meinen an links. Scheiß drauf. Ja. Verlierst du halt jetzt ein paar? Wollt auch nicht. Oh Gott. Irgendwo 106, das sind Schlüsse. Guck mal, der ist kaputt. Ey, das ist so asozial, ne? Oh Gott, hast du Glück. Oh Gott, hast du Glück. Ey, was für Glück. Ich sterbe dreimal. Ein Spiel ist der Blitzerbleiter. Was bedeutet, dass der Blitz einen Regenbissabstand trifft? Äh, der muss dann versuchen die Leute umzukriegen mit dem Blitz. Hä? Die anderen müssen weglaufen. Und wenn der einen Blitzen macht, dann geht die Platte unten weg. Wo er drauf steht. Oh nee. Motherfuck. Nein. Ach, Alter. Was hast du auf? Ich hab mein Mixer gezogen. Hä? Ach, da kannst du rüber? Ja. Und Play-to-Mixer. Ach komm. Ach komm. Nein. Wird noch einer? Ja. Und Play-to-Mixer. Es lebt doch einer. Haha, Mila. Ach nein. Boah. Nein. Was ist das? Oh Gott, Mila, Alter. Ich hab einfach nicht gesehen. Mila hat einfach Pfeife, Junge. Das schmeckt jetzt natürlich. Denk dran, Mila, ich hab dir nie was getan. Schlüssel, weil ich die ganze Zeit sterbe. Haha. Das befindet man unterwegs. Ich will nicht sterben, bitte. Der Hase läuft immer wieder runter. Der Hase ist kaputt. Der Hase ist buggy. Die Frage ist, geht der runter oder geht der nach links? Der geht immer runter. Der geht immer runter. Zumindest die letzten paar Male. Oh, ich hoffe. Oh, ich hoffe. Das geht schon. Das geht schon. Ey, wenn ich nochmal sterbe, ne? Hm. Shotgun? Oh. Friendly. Friendly, Mann. Das hast du nicht. Junge, du kriegst gleich so ein Brett, ne? Oh nein. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Alter. Der kriegt jetzt so ein Brett gleich, Junge. Gefällt mir. So, was hab ich denn? Du musst einfach mit Haas reingehen. Du hast den Hasen vor allem. Ich geh jetzt pipi. Okay. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. Oh. Oh ne, jetzt ist wieder Wintermusik. Ihr könnt aber Escape drücken und dann noch Sound eben kurz leiser machen. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Da, Scheiße. Habt ihr ihn abgezogen oder was? Ach komm, Müll. Er hat uns gerade angegriffen, ne? Ich hab euch 10 Schlüssel pro Person abgezogen. Guckt dir mal deine Items an. Lass mich mal kurz überlegen. Hast du Glück gehabt. Das wird auf jeden Fall das Late Game dominieren. Ich komm gleich. Oh, Scheiße. Gut gemacht. Wir haben alle nur einen Pokal. Ja, das geht bis Weihnachten. Und die Runde geht schon ewig. Du hast das eingestellt, Mila, du allein. Wir können ja sagen, wir machen mal drei. Wir können ja sagen, wer drei hat, hat gewonnen. Wir ziehen halt durch, aber dann kommen wir zunächst an. Wenn sie denkt an, ich hab dir grad nichts getan. Ich muss Hobby töten. Was machst du denn, Junge? Ich bin dann, ne? Töte mich bitte nicht. Töte bitte nicht den Fernseherkopf. Oh, Pinsel ist draußen. Pinsel ist draußen. Ich bin frei. Tschüsse. Juhu. Nein. Noch nah genug dran. Schön. Oh, oh. Irgendwas stimmt mit dem Hasi nicht. Hasi, warum machst du so viel Blut um den Mund? Mach das mit der Bombe, ne? Komm, ich zeig dir mal nicht die Nasen. Oh, nicht schon wieder das. Ach nee, das hab ich ja bestehend. Das ist jetzt mit Bombe, nicht mit Krone. Ja, der die Bombe hat, muss die ja niemand anders geben. Sehr gut, ich bin ready, sag ich euch. Oh, nicht die Nasen. Die anderen, er ist besser. Nein, ich darf... Irgendjemand hat die Bombe. Ah, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wir haben die Bilder für time. Ach, nein. Okay, komm wir machen jetzt Frieden hier oben. Ruhe jetzt. Nee. Frieden, oder? Kriegst du ein Brettchen. Frieden, Frieden. 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 Nee, ich war das, ich war das. die top 3 zu drinnen wenn wir so stehen ja sie ist ja ja du bist schlagbereit ich sehe das nein ah Junge wie kommt ihr nicht hoch er hat den Weg er hat den Weg er hat den Weg er hat den Weg Mila er hat den jetzt Mila geschlagen die Assis er hat mich davon geschlagen er hat mich davon geschlagen du bist sonst was nein nein Karma Junge Mila ich dachte wir sind Freunde ich weiß nicht ich weiß nicht was ist keine Freunde mehr nein ihr seid so assoziier ich schwöööööö hier hinten ist einer hier hinten ist einer hier hinten ist einer nein ich hab nicht K.O. warum bin ich K.O. mit der Bombe das ist nicht fair nein nein das ist nicht fair das ist nicht fair das ist nicht fair uuuh top 3 sicher hättest du dich mal angelegt René Lulis das hat die Bombe Luliseser der Bombe multitude Flööööööööööööööööööööööööööööööö ficou Ll provision Sack Asselausm ist so glück Die kriegst du nicht Junge, der wartet bis die runtertickst, ja natürlich. Los! Das war ein Fehler, Mila! Oh mein Gott! Ja! I have a beautiful time! Das ist so laut! Ja, das ist immer wieder umgepusht von der Lautstärke, ne? Tramila, ich hab dir nix getan, ich hab dir sogar grad gratuliert. Ja, ich weiß. Halt die Klappe gegen den Kellner. Chat disst mich schon wieder, alter. Ardetek! Ardetek! Oh Gott! Grüße! Ja, ist doch immer die Sachen süß da, um Lust zu werden. Ja, Pinsel kannst du eigentlich schon wieder Disconnect vortäuschen. Danke für die Grüße, Grüße! Na, René? Wir verstehen uns doch. Ja! Das war übrigens der Peep, der dann auf dich geworfen hat. Stimmt, ne, das warst du! Ne! Ja, äh, Fitna-Kürtis! Guck mal, die Schlüsse, die da unten liegen. Das ist ein Blutsch! Den kannst du überall hinmachen. Hm. Ja, Prissbirne. Geht über die ganze Map. Nachkost. Wird hier zu wenig Blut vergossen, warum benutzt ihr denn die Items nicht, um euch gegenseitig abzufacken? Dann entsteht erst der richtige Hass in dem Spiel, den man braucht. Das bringt er jetzt noch gar nicht, oder? Das ist doch egal. Ich will, ich will jemanden richtig abfacken, wenn man nach vor der Kiste steht. Aber ich kann ja nicht aus diesem Scheiß-Labyrinth raus. Piepel? Ne, ich will wieder rauchen. Okay, okay, pass auf, pass auf. Na, halt den Maul! Achtung. Ach, ist doch ne Scheiße. Ist okay, ne, kann man mal machen, aber hab ich schon was besseres erwartet. Ja. Ja. Ja, war kacke, hab ich doch gesagt. Und? Helene. Kim. Also, wow. Was haben wir denn? für ein besserer behinder. ordum. Moin Fuck Erstmal heute wieder Cop-Kollegen verpetzen Gar kein Bock Boah, hast du ein Glück, Junge Das ist doch mal seine Ah, stimmt Oh, das ist geil Was müssen wir machen? Geld und so runterholen Also aus dem unten nach oben Runerholen kann ich gut Schön Wie holt man das denn nochmal? Wie nimmt man das auf? Mit Lapp hast du Wollt mich doch verarschen, ich krieg hier gar nichts Ach, man kann noch mehr holen Ja, schön, dass ihr das alle wisst, ihr Schweine Und Gold ist mehr wert, glaub ich Boah Dreckige Scheißspiel Nein Jojo, 5-0 Bleiben Sie stehen daher Wie kann man nehmen? Drei Sachen maximal, ne? Nein Wenn das Gold Will all das Gold haben Easy Ach nein, kurz davor noch mal Ich hab komplett Ein Krakusche, Alter Hauptsache Ich bin am Anfang mit Mit einzelnen Säcken Rauch Bloß, weil ich nicht wusste, dass man die stacken kann Laufen mit so einem Sack Und ihr habt da so riesen Säcke Gut Kure, jetzt stirbt hat Special Waffe Bitte mich Wo sind die Kiste da? Oh Drei Teleporter hat der Typ Mikrofon muted Scheiße, seid ihr müde? Können wir eigentlich mal ein bisschen knutschen, oder? Grüße Mikrofon activated Ja, jetzt hat er aber, ne? Oh, Scheiße Da kriegt ihr nur einen Hasen, alles gut Das ist meiner Weg, was ist denn das? Ich dachte, wir sind Freunde, ne? Ich dachte, wir sind Freunde und du machst diesen Du bist nicht mehr mein Löwe, mein Bär Sag Walla Walla, bei der Korani Hör auf alles Du kommst aber ganz schön nah dafür, dass ich One-Shot-Waffen hab Rätest du mit mir? Nein, nein, nein Okay, okay Ich bin mal gespannt, was du bekommst Bitte den Hasen, bitte keine Gätsling an Ach, der kriegt so ein One-One-Spiel Schöööön Kriegt man da nicht auch einen Pokal? Yes Ja Blit Das ist so dumm Ich verliere doch die ganze Zeit, Mann Boah, ich beiß gleich wieder jemanden ein Ohr ab Richtiger Tyson-Move Aber ich bei Körde schon gemacht Mhm Seitdem hab ich ein Piercing Am Bauch, Nabel Genau Da ist so eine Sonne Oh Gott Komm, Schlüssel, ja Oh, warte mal Oh, das schmeckt Oh, das schmeckt Ach, Pinsel ist auch noch da Nein, ich wollte nicht Dress Game Drückst du einfach die ganze Zeit Und jetzt ändert er, der fällt wieder Jetzt ändert er, der fällt Bitte Ich bin schon wieder Oh, die Sache Die verdammte Scheiße Oh, Jogi, das knallt richtig rein Oh, Harry Potter Also nur WSD Oh, fuck Bilder von dir Überdauern Oh, schön, falsch gedrückt Hab Angst Ich seh nicht, wo ich bin Oh Mann, ich hab mich nicht gesehen Das ist so asozial Da muss rausfliegen Oh, da hat doch der Wald durchgemogelt Wieso muss ich rausfliegen? Weil du so zu nahten am nächsten an der Kiste bist Junge, keiner bombst mich in Harry Potter, Alter Avada Kedavra, Kuduva Das hat funktioniert Das hat wirklich funktioniert Hä, warum ist der Erste? Hä? Hä? Der gibt gar keinen Sinn Der war doch gar nicht mehr da Sattel, hast du einen Ring verpasst? Genau, weil du einen Ring noch hättest Ich hab halt einen Arbe Ich seh nicht so viel Oh, Dicke Oh, Dicke Fetzt du mal noch nicht? Komm, komm Mach einen Slion Ja Aber groß ist doch besser Ja, ganz groß und dünn Aber geht ab in den Lämmerschen Ich bin halt der, der noch gar keinen Pokal hat Aber Aber die Schüsse gehortet Aber dafür wirst du scheinen In the end Genau In the end, tonight Ach, der Jake Corners auch, Mann Da wolltest du nicht mitzocken Oh, wie? Ah, Joppy ist mein Kumpel Der ist doch nicht hier Ja Ja, ja, ja Ach so Oh, das schmeckt jetzt aber auch Weißt du was? Ich guck mal, ob ich vielleicht einen Pokal krieg Sieht gut aus Aber Sieht gut aus Ich muss ja auch mal einen bekommen Ich muss auch einen bekommen Ah, wieder letzter Ah, ne Ah, ne Ja, wie? Bin ich nur an dem Labyrinth? Schön Absolut Bist du in dem Labyrinth? Ah Bist du jetzt nach oben so Genau Dann kommt der so Ja, genau Bam Gut, gut, gut Oh, Pinsel Ja 1,0 1,0 Oh, eine 2,0 Oh, Pinsel kannst du einfach nicht einschätzen Ja, genommen Das ist durch Das ist durch Wieso Milchspiel? Du Fix Oh mein Gott, Alter Der kriegt ja eine Bude nach der anderen hier Das ist halt nur ein Tor Oh, okay, doch nicht Los, Pinsel Aber das ist nicht gezinkt Das ist betrogen Das ist nicht gezinkt Ja Machst du Was? Mann Ja Du hast verloren Wie lange du einfach stehen bleibst Schön Ja, super Jetzt kriegt ihr einen Pokal Wow Toll Also wirklich Wir müssen weiter alle auf den Weg gehen Wie kann man dir nur Subs geben, Alter? Hä? Ich bin schuldig Mach mal einer ein Clip Das ist nicht gezinkt Das geht Na klar Hast du eine Tasse Tour mit aufgenommen, oder was? Warum? Du Bitch Benutzte auch mal Items Ja, guck mal da Nicht wieder die Rakete Ach ja, stimmt Und wieder von vorn Das gleiche Lied noch mal Boah, ich komme niemals raus Ich kotze Immer das gleiche Lied noch mal Schön, sieht gut aus Boah, das geht Das war hintereinander Einfach so Hat er aber verdient Das geht nicht pro Also das geht immer Zufällig Für die Einzelpersonen Luis hat es einfach verdient Er ist einfach der Beste Absolut verdient Muss man sagen Muss man sagen Ja, weil Luis war noch nie im Labyrinth Ja, und? Schaftiges Comeback Und jetzt mach dir eine schöne Zwei und dreien gewürfelt Genau Absolut verdient Willa, nimm ihn auseinander Gib ihm Klau ihn, klau ihn, sag ihn Hat er überhaupt was zum Klauen? Was für Freunde? Schön, sein Telefon hat er geklaut Er hat meinen Telefon Ähm, okay Was war das? Was war das? Sobald du in der Sackgasse warst schon Äh? Mila, wir kommen nie wieder raus Du bist ja auch schon eine Stunde hier drin Boah Gibt es am Schluss so einen Erfolg? So einen verschenkten Pokal Für War am längsten im Labyrinth gefangen Oder so? Ne Stimmt, ich wollte die Pokale noch ändern Am Ende Ah shit Brauchst ne Vieh Oh Schlüsse Oh, so ein Assi Ich hab ein bisschen so viele Leute einfach getötet Schön Kriegt er noch die Schlüsse da? Ja Ah, fang Sein Kopf Tötet ihn Tötet ihn Er ist ja auch mal im Spiel Von denen kriegt man ja gar nichts mit Ist der andere Haar sein Queck, ja, ne? Ja, der ist weg Oh, nö Oh, ich hasse den Bomberman Bomberman Also jeder kann Bomben platzieren? Ja Ja Du musst dich ja freikämpfen, ne? Oh Gott Oh, ich bin am Arsch Boa, irgendwer hat mich eingesperrt, ne? Wo war ich? Ja, sag ich mal, wenn man tot ist, ist man tot, ne? Ja, und ihr könnt mit eurem Bomben auch Leute einsperren Okay, dann bin ich raus Ich krieg aber jetzt gleich zweiten und dritten Durchgang, glaube ich Ja, gepickt Man kriegt nur Punkte, wenn man jemanden tötet? Leicht? Keine Ahnung Oh, Gott Los, Luis, los, Luis Ist euch das klar? F F Hä? Nur ne Runde? Ja, Luis hat trotzdem gewonnen Ja, ja, sind drei Runden, glaube ich Ja, ich bin halt Oh nein You gotta be shitting me Fuck you could have Das war so dumm Schön Hauptsache nicht letzter Oh Mila tut mir leid Heute keine Rp Wahrscheinlich geht da nichts ab wegen Weihnachtstag Heute machen wir Pummelparty Morgen gehen wir aber wieder rein und gucken was abgeht Und wenn da nix abgeht machen wir einen schönen Angel stream Schön Heute sind 150 Leute drauf Ja aber das heißt ja nicht dass irgendwie die Leute da sind mit dem wir zu tun Das stimmt Ja dann sind welche im Haus Und Warum nicht Ich bin ein ganz großer Freund davon Ich mach's auf jeden Fall gleich Ja Karma weil du's nicht gemacht hast Ja der Hoppy hat mir noch nix zu zahlen Und alles was ich hab geht auf geht auf geht Aber mir aber mir Ja das hättest du mir vorher sagen müssen Ich bin ein ganz großer Freund Und Rene und Pinsel und Louis und Skye War ich die ganze Zeit in diesem Dreck Finde ich Was Nein Nein Du kommst jetzt raus Ich glaub man dich Zurecht Bye bye wizard Schlaf gut Nächste Runde bist du draußen Komm mel wsp Komm Labyrinth, du kriegst direkt noch eine Das ist mein Territorium Das ist mein Territorium Da ist denn Jetzt ist wieder die Weihnachtszeit. Eigentlich müssten wir uns wieder Harry Potter und so'n Shit angucken. Guck dir sowas? Ja. Ja. Läuft auf Amazon gerade, oder? Amazon? Ja. Also mit Prime. Gab's die nicht mal alle bei Netflix? Amazon Prime ist übrigens kostenlos. Mhm. Aber investiert euer Amazon Prime gut. Also bei Curtis? Also bei mir. Bei Mila. Ich hab 100.000 Zuschauer. Wenn ich mal streame. Ach komm! Ich verkauf ja bald Badewasser. Schön. Würde ich reinhalten. Und ich fußbäder. Hallo. Was geht das? Ach komm. Nein, da darf man sagen. Oh, er hat das. Warte mal, merke den. Das hat jedoch andere Fallrichtungen, ne? Ja, oui. Müssten wir dafür Falltasten benutzen? Ne, wir hast den. Er sagt dir, in welche Richtung du geben musst. Also nach unten, nach rechts, nach links. Und dann gehst du einen Schritt, so immer wieder, ne? Ach du Scheiße. Warte, wo bin ich? Wo bin ich? Okay. Ey, was ist das denn für ne Kacke, Junge? Ey, ey. Ich hab einmal zu wenig gedrückt. Was ist das denn? Ich hab bis direkt tot. Ach so, Mann. Ich hab mir zu schnell gedrückt. Fuck my life. Ich bin so dumm. Ich bin auch vorgelebt. Naja. Weil das wäre noch easy gewesen. Einfach vorgerannt. Das war's schon. Hä? Kack, game, alter. Egal, ob es da nicht letzter ist. Ja, ob es da nicht letzter ist. Die null Punkte schmecken aber auch, sag ich euch. Ich glaube, ich habe ja gar nichts hier in dem Spiel. Neuer Hase. Was? Neue Waffe gespoken. Kein Futz im Glas. Any Primes left here? Was aber auch schon gut gesammelt, ey. Zwei Auberginen. Ja. Microphone activated. Das ist auf jeden Fall eine Party mit Schlagen. Ich hab nix. Um Hobby wegzubauern hier. Schaut. Androos. Muss mal rankommen an die Leute. Schööööön. Super. Ist auch mal eine schöne Alternative. Oh, schön. Warte mal, hast du dich mit mir geportet? Ja, ich hab kein großes Ding draus gemacht. Du F***er. Ich bräuchte neun, Alter. Oh, das wird nicht machbar sein, Scheiße. Ach so, ein Ärger, ey. Also irgendwie ein richtig schön abfacken. Ja, du könntest mit mir porten. Ich könnte Mila töten. Aber schon wieder? Ja. Wir haben recht. Freaky Tri, vielen Dank für den Primes ab im sechsten Monat. Ich küss dich. Dankeschön. Ach, Pinsel immer noch da. Oh, krass. Das bringt der Nächste her. Noch? Es gibt viel zu viele Teleports. Aber es gibt doch Leute, die nach dir jetzt dran sind, müssen auch noch Port haben, oder? Bestimmt. Ich glaub, ungefähr jeder hat nen Port. Ich sag dir, wenn ich einen hätte, würde ich doch nicht töten. Mila, guter Porter jetzt? Ne, Piep ist dran. Ne, gut. Hallo Port. Mila. Otto sich zu ziehen. Töt ihn. Schön. Ach so, ich ziegwer dich gut aus im Taschen. Aha! Zieh ich mal schnell durch, ne? Wir hören uns. Aua! Was haben wir denn alles? Wollen wir bis drei machen und wenn drei machen wir einfach aus? Ja. Könntest du das Spiel einfach liebe Runde? Von mir aus können wir noch länger machen, ich weiß noch nicht was ihr heute noch sonst noch zocken wolltet. Ich hab nix vor, Alter. Also ich wäre auch noch für Goose Goose Duck. Ja, also ich brauche kein Crap-Aim, aber Goose Goose hätte ich auch wollen. Ich will jetzt ehrlich sein, okay? Ich wollte schon immer Goose Goose Duck in einem Team machen. Wollte ich auch. Ich kenn das Spiel nicht. Aber ich hab keine Freunde. Klingt voll Kacke. Aber ich werd's mir runterladen und ihr müsst ihr mir beibringen. Aber machen wir dann mit ingame Voice? Ja, ja. Gut, gut, gut. Das Spiel ist so lagbar. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel. Das muss man versuchen. Das hat er einfach gewonnen. Diamanten. Diamanten oder den Schatz. Einfach Linksklick gedrückt lassen, alles wegsaugen. Entsaugen bin ich gut. Ja, hat man gesehen was, ey. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. F an die Gefallen, Bruder. Wenn er jeden Tag ins Büro rennt, selber schuld, ne? Hier nehm ich mir. Hier nehm ich was auf mit E? Hey, wie saug ich denn? Nee, einfach reinlaufen. Manche Diamanten sind so verpackt, die sehen so aus, als wären die noch da. Ja, aber eigentlich sind die Sch... Ey, geh weg, Rüna! Ich muss den Schatz finden, nur die einzige Chance. Der Schatz. Was? Ich hab den Snatch gefunden. Äh, Schatz. Junge, ich hab nur nicht einen Diamant gefunden. Was das denn? Zurecht, zurecht. Auch nur einen Diamant. Ey, ich schmutzspiel wirklich ohne Wirt. Weg hier, das ist meine Wand. Hier bin ich goldabend. Du gehst weg. Das ist ja kein Karoff Simulator. Das ist halt wirklich kein Wunder, dass ich das nicht spielen wollte, ne? Also wirklich. Ne ganze Ecke hab ich mich gemacht. Ich hab mich übergehüftet von Diamanten. Ich bin der Er. Natürlich. Zweite. Woooo! Wenigstens nicht letzter. Ja, im Könnis im Song auch sehr stark. Ach. Ja, klar. Natürlich. Oh, ich glaub ich hab da was schönes. Kann man denn da? Oh, das sieht auch gut aus hier. Ach, du Sau! Bye! Have a beautiful time! Irgendeiner wird aber nur einen Porta haben. Ja, Hoppy. Zum Beispiel. Hoppy hat einen, den kannst du nur, den musst du einfach umbringen, ne? so schön ist. Weißt du, ich finde, ich hab's auch mal vertrieben. Mila, du musst Hoppy töten. Ich hab's auch mal vertrieben. Boah! Komm, Alter. Ja, ist okay. Mein Ernst. Los, Mila. Los! Oh, du Hoppy töten. Nein, bitte töte mich nicht. Nee, nee, das ist nicht Hoppy. Ja, Hoppy. Nein! Nein! Das will ich. Ich meine, wenn ich tausche, werde ich eh sterben, weil ich hab nur zwei Leben. Also... Das ist schon okay. Ich hab's auch verdient. So viele Leute getötet, dann kam immer ungeschoren davon. Ah, und jetzt Porta-Hoppy, dann... Ja, das ist auch klar, ne? Unter volles Leben, angenehm. Ein Assi. Geh lieber rechts rum, Mila. Links bin ich. Das sind meine Schlüssel. Ja, nimm. Nimm, nimm. Nein, ich bin wieder wachsie. Ich hätte mit Stay nie Kontakt gehabt, hätte Dizzy nicht gefragt im RP, ob wir ihn befreien können. Ja, also... Das ist schon frech, ja? Das ist schon frech. Geil, du bist die Hoffnung. Hab ich hier noch irgendwas? Loser hast nix. Das hier. Aua. Wer sich versteckt, kriegt doch nur ne zwei. Finde ich fair. Ja. Dafür kriegst du die ganzen Schlüssel. Wieder zurück auf Platz 6 mit dir. Bin nach Cloud, bye bye. Außenkurve. Du hast auch nicht geguckt, was da ist, oder? Ist mir scheißegal. Einfach nur die Außenkurve nehmen. Luis? Ja? Komm ich mit der Aubergine hier hin? Ja. Ich glaub schon. Locker. Du musst nicht den Weg damit rollen, sondern kannst du auch zwischen Baum und Stein und dann kommst du easy dahin. Du kannst auch springen mit der. Ja, mit der Aubergine kommst du auch richtig weit. Spring! Nicht bei mir! Du hast schon. Du kannst natürlich auch beide treffen. Klar. Du kannst natürlich auch beide treffen. Klar. Alter. Oh, das ist jetzt. Helf' ich noch da. Helf' ich noch da. Helf' ich noch da. Helf' ich noch. Das gibt Ize Ärger, Alter. Die Robe kommt wieder weg. Die Robe kommt wieder weg. Die Robe kommt wieder weg. Und wir erzählen im Royal verengengert. Oh. 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 Direkt die nächste Gurke. Vopiep spielt auch noch mit. Jaaa. Ich hab mir auch mehr Punkte als zu, ne? Oh. Und mit zwei gewürfelt hat er meistens die Schnauze. Gemeinsam hättet ihr mich töten können mit jeweils 15 damage. Ach, der lebt ja auch noch. Das Guy ist nicht mehr schafft seinen eigenen Hasen abzuhängen. Oh neee. Oh neee. Oh neee. Was muss man machen? Einfach Leertaste drücken. Einfach Leertaste drücken. Ein richtigen Moment Leertaste drücken. Bis nach oben stacken. Ja. Wird das immer schneller. Oh ne Scheiße. Wo bin ich? Wo bin ich? Das bringt nix. Ach. Das bringt dem Casino auch immer was. Wo bin ich eigentlich? Fuck. Junge, das Delay. Guck mal, ich hab Pimmel gebaut. Ah fuck. Oh Gott. Wie oft denn noch daneben. Fuck you. Junge, wirklich. Ich baue hier ne Mauer. Genau. Ja, ich sag's dir. Ich raste auf. Easy. First try. Okay, ich verkacke hier richtig. Das ist der Green Sky, Junge. Was mach ich hier, Alter? Ach, ein Mittelfinger. Komm mal her. Die Mauer. Die Mauer einfach raus. Junge, ich spam die Leertaste, Alter. Egal, ob man nicht leistet. Geil wurde erlöst. Geil wurde erlöst. Ach, Porten können auch schmecken. Frage ist jetzt, Geschenk oder Porten, ne? Ich spiel Porten. Oh, Pinsel mit Einschlüssel vor mir, ne? Hat denn noch jemand einen Porter? Ich glaub nicht mehr, ne? Ich glaub auch nicht, tatsächlich. Du wichst. Warte. Hat er grad einen bekommen? Das ist nur ein Wichser. Weiß ich. Ich hab's selber drauf an. Ich hab nicht gekocht. Nein, der hat keinen bekommen. Er hat keinen bekommen. Er hat auf jeden Fall keinen bekommen. Er hat auf jeden Fall keinen bekommen. Egal wenn, kann er eh noch nicht... Vorbei, im Nika. Schlaf gut. Danke, dass du hier warst. Gruß. Mikrofon activated. Schööööön. Ey, das so assoziiert, wie alles auf mich geht. Wirklich? Ich sterb aber die ganze Zeit. Schööööön. Wärst du näher dran, hättest du 50 Schaden gemacht dran. Bin ich enttäuscht gewesen. Dann machst du nix, ne? Das ist ein Scheitertnachweis, aber ich dir der HP. Nee, damit kriegt man keine 50. 15. Achso, 15. Bin ich auch mal irgendwann wieder dran? Es geht doch gerade erst los. Hobby, wenn du cool bist. Ich bin jetzt am überlegen, Curtis zu töten, weil Mila mich da weggeholt hat. Du kriegst ja Mara. Aber das bringt halt überhaupt nichts. Außer Schlüssel. Oh, jetzt ein Teleport mit Pinsel. Ich habe noch ein Teleport. Schmeiß eine Gurke auf Hobby. Oh Gott, ich glaube, das geht nicht da durch, oder? Nee, nee. Meinst du nicht? Ich glaube schon, oder? Im Labyrinth? Nee, glaube ich. Ich glaube nicht, ich wende. Nimm die Gurke, nimm die Gurke. Geht doch eindrücklich durch den Kopf. Der hat Hobby abgeknallt. Gut, gut, schwöhn. Das hat IC-Konsequenzen. Ach, schlitz. Ach, wo bin ich denn? Ich bin am Wegweißer. Ich bin falsch abgebogen. Du hast ja gar keinen Teleport. Was mache ich denn? Den habe ich auch nicht, ich labere nur. Und Umwege. Stirbt. Du könntest auch noch wie Tipees, oder? Ich habe nur ein paar Sachen, aber... Aber kein Teleport, ja. Das bringt mir alles, geht nix hier. Er wird auch nicht tauschen mit mir. Zieh doch einfach mal den Boxhandschuh an. Ich würde auch vielleicht einfach mal so eine Abrisskugel benutzen, für zwischendurch. Ja, für Hobby kann man machen. Ich bin gerade zweimal ineinander gestorben. Ja, ich bin schon fünfmal ineinander gestorben. Ja. Schön, das wäre so... Das würde schon Sinn machen, auch Mila anzugreifen. René hat sie sowieso immer verdient. Oh, ne. Du bist doch gar nicht begeistert. Doch, ne. Ah ja, danke. Oh, Schlitz. Wann ist es überhaupt meine? Ich weiß gar nicht, welches Feld wem gehört, um A zu sein. Sieht man nur in der Farbe. Was für Farbe? Das hier ist pink. Oder lila. Gibt gar nicht. Ah, doch, das wirst du. Schmerzen. So, Mila holst du jetzt den zweiten Pokal? Der ist ja auch noch unterwegs, also... Der läuft ja noch. Ja. Vollidiot. Du brauchst auf jeden Fall eine Sechs gleich. Ja, ich werde mit dem Putter... Oh Gott, da bin ich so schlecht drin. Ich auch. Das, was wackelt, das fällt runter. Ach so, ja. Ja. Wackelt, das fällt runter. Ah, Gesundheit. Das schlägt mir Augen, ja. Schönen Triad-Modus. Jetzt ist das Ende. Oh, zum Glück hat der gewackelt. Gott. Okay, ich mach mal. Oh Mann. Also angenehm ist, der muss mich noch nicht bewegen. Ich bin tot. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Junge, was packst du da so drin? Sagte er, er hat schlechte Augen und stirbt einfach nicht. Er sitzt wahrscheinlich mit der Nase am Bildschirm. Boah, hat er den gedribbelt, Junge. Also, ich saß sogar mit der Nase am Bildschirm. Null Punkte können auch was Schönes sein. Null Punkte kann auch mal was Schönes sein. Auch mal schön, ne? Habe ich auch schon erlebt. Nächstes mal einen Schlüssel wenigstens wieder. Oder auch nicht. Man kann seine eigenen Schlüssel nicht auflegen. Ach, der scherz. Ach, right in the fields. Ich wette, ich würfel jetzt eine 2. Safe. Ich will am liebsten mein Geschenk gleich benutzen. Ey, Pim. Geh mal rüber. Ergreif dich. Ne. Probier's doch. Probier's doch. Na los, komm. Probier. Trau dich. Na los. Pff. Ich hab dir auf die Schreie. Hast du erst recht? Ich Junge. Du weinst es dir nur. Das geht ein Fake. Pinsel hat einfach schon aufgegeben. Ja, das solltet. Dumme. Bam. Mit der Sniper krieg ich dich. Was? Das war eine Shotgun. Ja, aber mit Slug-Munition. Und da kannst du auch mit Snipen. Doch, kannst du. Hab Benfick gespielt. Oh nein. Oh, der Hase kommt. Komm, tu mal einmal, was gut ist. Halt genug Abstand zum Hasen. Und fick den Wichser. Was? Bitte? Bitte? Zwei? Distanz, Distanz, Distanz. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Doch, eine 6 schaffst du. Du schaffst das. Ist eine 6, nur umgedreht. Bloß richtig drücken. Ignorieren, ignorieren, ignorieren. Bloß richtig drücken. Hältst du da wieder mal kurz töten können, ne? Hören wir bei drei Pokale auf? Oh, waff. Nein, da bin ich gerade vorbeigeschlendert. Können wir machen. Können wir auch weitermachen. Also, mir ist egal. Ich mache aber weiter. Also, wir haben drei Mal gesagt, wir hören bei drei Pokale nach. Lass doch dann aufhören noch Guse-Guse. Ja, Guse-Guse habe ich Bock. Gott, Gott. Aus Medium. Oh, wenn du jetzt krass bist, Sky, benutzt du das Item der Enterbung? Dann kannst du gar nicht. Wann hat das hier? Wir beide treffen. Ja, rein rein. Wenn er mein Geschenk bekommt. Oh mein Gott. Geh, 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 geh. Er hat einfach meine Rakete. Ach, ich habe hier eben nur vier Schlüssel. Oh Gott. Aua. Wer saß? Oh, oh, Hase kommt. Komm, 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 komm. Ihr seid beitermarschen. Oh, ja. Das war's für die vier Schlüssel. Oh Gott. Ist das nur drei Schlüssel? Drei Schlüssel. Du meinst, das sind vier Schlüssel? Oh, gut. Oh, I love it. Oh Gott. Oh Gott. Oh, direkt mein Rekord. Ich muss einfach mal nicht hochkommen. Ich habe mich das verdient. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich bin schon raus. Raus. Oh Gott. Kann man hier springen? Oh ja, kann springen. Kannst du immer wieder anfangen. Oh Gott. Halt auf mich zu. Oh mein Gott, Junge. Ey, das kann doch nicht sein, Alter. Was? Wer ist denn da fast ganz oben? Easy, gewonnen. Fingerns oben. Geh, 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 geh. Keine Fresse. Oh mein Gott. Jesus. Nein. Jesus. Oh, ey. Auf mich fliegen vier Panzer zu. Oh Gott, Alter. Wie soll man das denn machen? Oh, ich bin so schlecht. Das Geist noch viel schlechter. Warte mal, ich bin tot. Hauptsache, nicht letzter. Nee, Küdis. Aber warum bin ich... Ach so, ja. Dings, René ist auch. Erster. Der hat die Rakete bekommen, Alter. Bau, 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 bau. Ich bin sechster, du musst den Dinger abziehen, sonst bin ich siebter, gönne. Nein. Oh, schön, schön. Mein Leben wird so wie... Oh, 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 oh. Grüße. Grüße. Ich mach nur noch eins oder so. Oh, 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 oh. Bitte geh nach links, äh, rechts, Hase. Bitte geh nach rechts. Mach nicht diesen, Habibi. Komm, fick den. Ich meine, dieses kleine Digimon, wie hieß das immer? Ja, Kaktus. Hallo, Justin. Keine Ahnung. Gute Frage. Ja, Mann. Hieß das nicht Kaktusmon, scheiße. Kaktusmon? Nein. Ich hab verdammt viele Schlüsse. Togemon hieß das. Togemon. Togemon war ein Kaktus. Ja. Metallgaburumon. Grüße. Ja, ich geh mal weiter direkt. Ich hab mal das MMORPG von Digimon gespielt und das war scheiße. Ja, ja, klar. Oh, oh. Oh, oh, Pinsel hat Macht. Pinsel kann nicht mit Macht umgehen. Oh, one on one, Pinsel. Oh, wie provokst du Wechsel? Nein, wenn der gewinnt, hat er gewonnen. Nee, der hat er nur. Ach, wenn du dich traust. Nee, der hat nur einen. 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 Nee, der hat zwei. Nee, der hat zwei Schlüsse. Nicht, Alter, ich bin so bescheuert. Ich hab keine Schlüssel. Der hat doch eh Angst gegen mich zu verlieren, der Pinsel. Ja, bait. Lass dich nicht baiten. Lass dich nicht baiten von René. Erste Runde hab ich die nächsten abgezogen. Pinsel-Statement. Und sowas nennt sich Spitzer. Kurz weg. Ich hasse den Typen. Komm, jetzt noch was Hohes. Das wird langsam echt knapp hier. Zweiter. Ui. Ey, wieder auf der anderen Seite. Ich bin doch gerade auf der anderen Seite gekommen, um wieder in die Richtung zu gehen. Oh, nö. Scheiße. Oh, das ist gut. Nee, ist schlecht. Oh, komm. Komm. Nimm mich um, bitte. Bye-bye. Sehr schön. Ja, der Stimm-Dings hat Peeper gewonnen. Ach, ich weiß, Bonn da. Das ist auf der anderen Seite. Get fucked. Get fucked. Oh, das ist auch gut. Ah, nee. Nee, bin ich auch kein Fan von. Mutz, ich hasse Labyrinthe. Du bist wahrscheinlich der Einzige, der nie rauskommt. Da muss er nicht rauskommen. Nee, nee, du musst du den Schlüssel suchen. Ja, macht's jetzt den Bitsch. Macht's den besser. Alle warten auf Mila. Oh, ist die Garten. Weiter. Mila. Weiter. Frau Mila, bitte zu Kasse 3. Frau Mila, bitte zu Kasse 3. Was hast du denn eigentlich aufgenommen? Alter. Ist das ein Geräusch von dir? Ja. It's a real effeting. Ich bin die Scheiße gespawnt. Fuck you. Oh. Oh, da kommt ja noch einer. Ey, lass mir den Einschlüssel wenigstens. Man kann sich ja boxen. Man kann sich ja boxen, ja. Durch die Wand vor allem? Ja, sehe ich ja, Junge. Als ob du mich durch die Wand geboxst hast. Weil mir gebe ich nur durch die Wand, Alter. Wann? Ja, ich finde keine mehr. Ja, auch nicht. Aber irgendwo bin ich weg. Ja, sind alle leer. Ja, hab ich wohl gewonnen, ne? Schade, aber auch. Jetzt sind 35, René, willst du mich verarschen? Dann bin ich Zweite. Äh, vielleicht? Schön. Ja, war eine gute Runde, ja. Gerne wieder. Oh, jetzt gibt's direkt die Rache von René. Hallo, du musst Schussankündigung machen. Schussankündigung. 15 Sekunden Reaktionszeit. Man sagt nicht mehr Hände hoch oder es knallt. Man sagt Hände hoch nur noch. Ne, Hände knallt. Hände knallt. Hände knallt. Hände knallt. Hände knallt. Das machen die wirklich, ne? Die sagen nur noch Hände knallt. Wieso? Wir haben Zeit zu sparen. Achso. Hände knallt, ey. Das ist ein Geschenk, ne? Ja, aber kein Geschenk. Ja, aber kein Geschenk. Nein, das ist ein 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 Geschenk. Schmeiß die Gurke. Anfangen. Mikrofon activated. Was soll denn das jetzt? Ich bin allergisch. aisch. Tschüss. Hi. Guten Morgen. HMPG Schlitz. Wir houten. Ja, ich hab so Hunger, ey. Ihr habt auch Hunger Ich muss doch auch mal was machen hier Ja, gegen Hoppy gerne, ne? Du hast zwei Raketen? Ja, aber ich geh nach oben Ich geh nicht runter, ja Ah, scheiße, okay Wieder biegen Es rappelt im Karton Dung, 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 dung Ich muss Piep töten Es geht nicht Ich muss Nicht gegen Piep, wenn er gewinnt ist das Ding durch Oh Gott Aber ich muss Ja, der hat eh Angst, der zittert schon Dann ist das Spiel dann vorbei Wenn er gewinnt ist das Spiel vorbei, Pinsel Und du hast nicht gewonnen, wenn du Er provoziert mich Ich würde jemanden mit einem Pokal raus Ja, alles gut, Pinsel Tu dich mit jemanden in deiner Klasse Nimm mich oder Könis Lass dich nicht provozieren, Lass dich nicht provozieren, Pinsel Nur90 Keine Nimm mich oder nimm Dings Nimm Hoppy oder mich Nimm mich oder Hoppy Nimm mich Nimm mich oder Hoppy, dann wird es noch spannender, am Ende Ja, ja, nimm Kürtis oder Hoppy Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich fick dich. Ja, Yibbi. Oh, ich bin gecrasht. Wie du dich so schlawinerst. Yibbi. Kein Gegner. Yibbi. Nein. Scheiße. Du, was machst du da? Ich lasse es spannender werden. Das denkst du nur, du Pinsel. Das war die richtige Entscheidung. Ich bin erster. War gut, Yabbi. Die Punkte kannst du haben. Ne, Mann. Jetzt musst du gleich auf mit René. Ja, Pinsel. So wie ist es jetzt so. Das ist nicht dein Ernst. Das hast du nicht gemacht. Mag keine Bienen. Oh mein Gott. Oh, oh. Ich bin zufrieden. Solange ich am Ende am meisten Leute getötet habe, bin ich happy. Boah, ich glaube, ich hätte Piep auch so genutzt in dem Spiel. Er ist nämlich nur noch Zweiter, der. Yo, what the dog doing, Alter? Oh, dann. Ja, immer schön auf drauf. Ich bin zwischen die Beine geschmissen, die Gurke. Spring und zünden in der Luft. Bin trotzdem noch 14. Ach stimmt, ich habe eins, acht, sieben Schlüssel, Alter. Eins, Sack Zwiebeln. Eins, acht Zwiebeln. Ja, du kriegst Self-Pokal für Schlüssel. Mann, warum habe ich nicht wieder mein übliches, faires Pokal, Ding genommen? Aber wenn wir frühzeitig abbrechen, gibt es doch die Pokale am Ende gar nicht, oder? Ja, stimmt, stimmt, ja. Boah, das ist geil. Ich hätte nämlich auch für die meisten Leute getötet. Man muss sich im Dunkeln verstecken, sonst brennt man. Okay, weißt du, warum ich dich gefordert habe? Ja, weil ich schon alt bin. Hobby hat weniger Schlüssel. Das heißt, ich bin mir so oder so sechster angewiesen. Hey, ande ma amas, ey. Oh, du de gut, don't die. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, da bin ich. Genau, und dann kommt Licht, wenn es eh helle ist. Sie wollen mich da verarschen. Nicht tot? Ach, come on. Heiß. Ui, ui. Warum hat der den 100 Punkten? Ich verstehe es nicht. Kriegste Punkten, wenn du läufst, oder? Nee, 100 Leben. Das ist das Leben. Ach so, oh mein Gott. Easy. Not the fans. Hat er easy gesagt? Ratte mal, wer gleich meine Dingschen frisst. Junge, der hat alles. Der hat Porter, Geschenke, Keeten, alles. Ach, Leute, dann genehmigen wir uns. Wer gewinnt jetzt? Ach nein, doch nicht. Weg mit dir, Schmutz. Geh mal kurz aufs Klo. Er bin ein Lutscher. Zieh die Kunde aus, du Wichser. Ähm, wo ist denn dieses... Wo ist denn dieses Ding? Am Friedhof rechts. Ich will Tauppi töten. Was soll denn das? Warum? Ich bin schon letzter. Warum ich nicht mehr den töten? Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Boah. Pinselt, ich hasse dich, ne? Und du kommst nochmal zu uns und fragst uns, was du mehr P machen sollst. Ja. Warte ab, Junge. Danke, Leute. Haut rein. Bye-bye. Warte ab, Junge. Arschloch. Minuspunkte nehm ich. Mama, sei. Kann ich den überhaupt... Oh, yeah, oh, baby. Tony. Ach, Tony. Tony liebt aus, so lang für den Prime 62. Sag mal, Tony, willst du überhaupt noch Mod sein? Oder willst du abgeben? Das wäre meine Möglichkeit, rauszufinden. Sehr gut. Ohne, weil das ist doch... Das ist eigentlich das Gemeinde. Er kann sich nicht mehr wehren. Dann so eine Kiste. Jetzt hat der Luis ein Spiel, wo er mobben kann. Ich hatte mal vom Jake Corner gemobbt zu werden. Schweinepriester. Ach, ich bin auch mal wieder dran. Ja, gut. Wo sind wir denn hier? Mila und... Ah, das lohnt sich nicht, oder? Ich sag dir, was okay? Du willst das beide töten mit der Rakete. Mach's mit der Rakete. Ich tue es. Ja, tue es einfach. Tue es, wir sind hier. Bring's zu Ende. Goodbye, my friend. Ich hab beide abgeknallt. Aber mich hast du getötet. Runde 9, wichtig. Wichtig, richtig. Boah, ich krieg auf jeden Fall Pokal für die Dinger, Alter. Ich hab 204 Schlüssel. Ohne, wir sind dich. Wie geht's dir? Beschenkt? Oh, Leute, ne? Ich mein, wir sind ja jetzt kurz vor Ende. Ja, auch, weißt du auf mich einzutreten. Das liegt doch schon seit den ewigen Runden am Boden. Ich schieb dir recht ab, wenn das nicht der Mitte jetzt in der Pomme ist. 08. Ach, komm! Ey, die Spiers ist soo gegen mich. Dann töte den anderen, Hoppy. Komm, scheiß drauf. Jetzt kannst du das Geschenk nicht benutzen. Nee, kann ich auch nicht. Ich schüt... Ohohohoho. Absolut sinnlos, Alter. Ja, das ist egal. Da ging's ums Prinzip. Oh, ja, vor den... Aha. Der geht hier oben rum, das ist... Du hast sogar gesagt, ja, von hinten und dann gestöhnt, Alter. Der mit dir. Was? What the fuck? Ach, der lebt auch noch. Das hab ich. Vom Luis her ist gar nichts, Alter. Ich bin einfach... Ich bin einfach da, um da zu sein. Das ist einfach ein Macher. Einfach ein Macher. Das ist konzentriert. Ist ne stille Wasser. Ich überlege gerade, wie ich gewinnen kann. Du bist schüchtern, Luis, oder? Naja. Also ich bin halt... Ich bin halt der Neue in der Runde, ne? Da ist der Neue. Wie der Neue, Junge. Gute Hase. Gute Hase. Ach so, ausweichen. Einfach dodgen. Da bin ich... Da müsste ich eigentlich gewinnen, Alter. Übrigens streamen morgen kein... Kein Streamen. Ach so. Oh. Boah, jetzt hat er schon gewonnen. Oh, das ist lustig. Fuck, der hat gefickt. Schön. Weg, Mila. Dass man nicht schlagen kann, sag ich ganz ehrlich. Ich stehe vor. Oh, ist noch ein... Wie soll ein Huhn. Mein Herz. Das Ding spawnt neben mir. Ich hab's nicht gesehen. Oh, nein. Ich hab versagt beim Dodgen. Los, wiederhol das Ding. Morgen doch streamen. Scheiße, morgen doch streamen. Boah, der Luis ist ne harte Nuste, Alter. Ja. Nein. War unentschieden, ne? Fuck. Ob das nicht letzter? Nee, nee. Erster, erster. Ah, der Luis gewinnt das Ding, glaub ich. Wenn der jetzt den... Wenn der jetzt sein Geschenk aufmacht. Ich glaub, der Luis holt das Ding, Alter. Ich glaub, Luis ist halt einfach ein... Übrigens spielen wir hier um 2000 Euro, ne? Ja, genau, okay. Ja, aber du... Oh, der hat sogar zwei Porte, Alter. Bruder, kannst du mir nicht... Alles klar, alles klar, alles klar. Warte mal. Naja, du musst mich nehmen, da ist keiner. Oh Gott, das tut mir so... Mach, du tust, Junge. Du musst. Tust, Junge, tust, Junge. Tust. Das stinkt hier richtig am Friedhof. Ja, boah. Das ist zu schön, Freund. Ich würd' sagen, die Robe geht echt raus, oder? Die Robe muss entfernt werden. Ja, ja, klar. Ich schreib gleich den Joe an. Die sorgt auch für Legs und so, das echt... Das ist echt... Benutz was, töt doch Hobby. Mila, du hast nen Würfel. Ja, 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 ja. Warte. Oh, Geschenk. Aber recht nicht. Könnte es nehmen, aber ich hab halt nichts. Ich hab halt nichts. Ja, aber klar, alles klar, alles klar. Sehr gut, Mila, sehr gut. Karma, einfach nur Karma. Du bist so tief, bist du, Mila. Mein Land. Diese Schwer hast du... Ja, komm, ey. Ja, komm. Weißt du... Ich hoffe, deine Schuhe haben Löcher. Wir haben die eh? Ja, gut. Oh nein. Einmal voll heilen, bevor der Hase kommt. Geschenk. Kann der nicht losen. Nee, der hat keinen Schlüssel. Bringt aber gar nicht irgendein... Nichts bringt was. Ja, dann würfel du einfach. Du könntest Dings umbringen. Ah, nee, kannst du nicht umbringen. Ein paar Schlüsse könntest du nicht klauen. Die hat nur 14, das bringt nichts. Ja, besser als gar nichts. Oh, die hat das Geschenk geklaut. Tch. Das ist echt... Dann schnell weg, Junge. Es ist okay, hörst du? Es ist okay. Der Kerl wird umgebaut. Es ist okay. Du musst den Luis stoppen. Irgendwie. Wenn ich die Rakete... Nee, nee, nee. Du musst den nicht stoppen. Wie fliegt die da hinten? Ja... Wie fliegt die hier? Die fliegt zum Geschenk. Die fliegt einfach nach Hause und dann zum Mond nochmal kurz. Aber, Schlüsse, wir fliegen jetzt nach Hause, Baby. Komm, spring auf. Hände, knallt. Ach, oh Gott. Wie viele sind es? Oh, Pinsel, oh, Pinsel, Pokal. Oh, drei nur. Oh, Glitfun. Ja, 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 ja. Strecklich. Schön, 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 schön. Ja, Pinsel hätte gewonnen, ne? Hat noch wer einen Teleport? Den Teleport hat keiner mehr. Ja, doch. Oh Gott. Bringt nichts. Na ja, warte mal, das bringt alles schon was. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja noch eine Spielrunde. Ich muss jetzt Erster werden. Was hab ich denn noch? Ja, nix. Nix. Pissig. Ippi. Oh, schmeckt. Oh, das schmeckt. Aua. Oh nein. Oh, der Hase räumt jetzt mal von hinten auf. Iwi. Ja, halt verdient, ne? Warte mal, ich lieg da zweimal. Och, nö. Das schlagen alle immer nur wie die Irren. Das muss man machen. Da steht ein Wort über deinen Kopf und dann musst du auf die Buchstaben gehen. Wir müssen auf jeden Fall den Pinsel schlagen. Und man kann zuhauen. Gute Idee. Und wer? Was? Ich seh was? Was hab ich? Warte mal, musst du mal ne Leertaste draufdrücken? Ach, komm. Hä? Was? Ach, Mercury. Junge, Stunlock. Wisst euch. Ich kann mich nicht bewegen. Ich werd so saui. Ich bin so ein Vollidio. Nicht mehr geht's, dass es alphabetisch angeordnet ist. Guck dir Piep an. Oh, es hat's gerade geschafft. Wo bin ich? You're anus. Die Piep spammt einfach nur reinboxen. Ich sag nicht weiter. Nee, Alter. Wo bin ich denn? Ich kann mich einfach gar nicht mehr bewegen. Richtig saui werd ich. Junge, das ist so dumm, das Spiel. Das ist immer verwirrend mit so vielen Leuten. Das sieht man ja gar nicht mehr, wo man ist. Junge, ich werd die ganze Zeit geboxt, ihr Dreck. Acht Punkte, wirklich. Hauptsache nicht letzter. So, René kriegt den Port. René kriegt den Port. Ach, du Scheiß. Bestes Spiel. Bestes Spiel. Liebes. Das war's. Die Pappt auch Gefühle. Der muss noch würfeln. Der kann aber nicht würfeln danach. Ja, ja, eben. Gott, nein, er kann nicht würfeln. Oh, mit Pippen macht ja gar nicht Spaß. Nee, echt nicht. Deshalb hat er auch kein Kind. So ein Schwitzer. Apporten. Ah, Luis kann auch noch apporten. Ich kann nicht. Nee, kann nicht. Geschenk, vielleicht hast du Glück. Oh, sieht gut aus. Oh, er hat gewonnen. Weckesnackt. Nee, ich hab's nicht frei. Einfach weggesnackt, Junge. Wir sind hier um 2 Uhr nachts noch nicht fertig. Alles wieder offen. Da, oder? Bis, äh. Oh, Gott. Junge, willst du endlich mal die scheiß Hunde-Zente machen? Und dann kommt's drauf. Wir machen die, Junge. Schön, schön. Oh mein Gott. Ja, gut, war nett. Das ist wieder so weit weg. Und die Karten werden neu gemischt. Und ab ins Labyrinth. Ach so, ist doch gar nicht fertig. Ach ja. Ach, ich war fast am Aussteigen. Kann Pinsel nur nach oben lang, nein, ne? Ach, wenn Pinsel jetzt in zwei macht, fickt ihn der Hase. Ehrlich? Ja. Aber sowas von. Oh, yippie. Hast du ein Geschenk? Nee. Nee? Kannst du dich selbst abkleiden mit der Schrottwinte? Oh, der hat der Kürbis-nicht-Kürbis-ding. Der hilft nicht, oder? Ja, doch. Doch, doch. Vor dem Hasen? Mhm. Na gut. Hat der mich nicht aufgeschützt? Hinter dir. Der war doch, der schützt, glaub ich. Magier. Jibie. Gott, Alter. Jetzt Rakete nehmen sollen, das ist doch was bei dir, Körlis. Immer mit der Ruhe. Okay. Boah, das Spiel macht mich schon aggressiv. Wer benutzt jetzt den Porter? Wir riskieren's. Schwarz. Nein. Nichts. Gut, gut, gut. Du bist schuld, Mila. Wo ist eigentlich Miss America? Die Mila wollte die einladen. Ähm, die ist auf Kurzstrecke gerade wieder. Wie? Olympia in Europa? Flugbegleiterin. Nee, nee, in Europa. Flugbegleiterin? Ja. Machst du da, Mila? No, ich guck. Oh, ich guck. Ja, komm zum Papa. Komm zum Papa. Hi. Danke. Ich hab halt nur 300 Schlüssel. 200, glaub ich. Oh, immer noch nicht so cool ist dabei. Ich hab nur... Oh. Aua. Nase? Oh, das ist geil. Ah, okay, das geht so. Oh, nein. Oh, boy. Friendly. Nein. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, nein. Nein. Da hab ich direkt rausgekegelt. Da, Mila. Pinze. Oh, das ist so geil. Pinze hat fast weggepöttet und selbst runtergeflogen. Ah, ja. Ah, ja. Puh, tschüss. Oh, nein. Junge, was war das denn? Oh. Oh. Nein! Komm, komm! Dodge! Dodge! Ja! Oh mein Gott! Ja! Geh, 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 geh! RIP Jeder letzter Platz Haut ab! Komm her, Junge Runter mit dir Nö! Dodge! Lass dich nicht zurückbringen! Nein! Bitte! Nein! Ja! Oh mein Gott! Egal, Hauptsache nicht letzter, Britta ist auch gut Hauptsache nicht letzter Jibbi, rein da! Spielen wir ernsthaft? Pummelpanik grad seit zwei Stunden? Seit drei Stunden? Seit drei, ja, ich glaub schon Wollten eigentlich nur noch eine große Statt spielen Hast du immer noch einen Teleporter, Luis? Ja Ey, das kann nicht wahr sein Oh mein Gott Raus aus der Kameraspiel, Junge, spiel! Ja Und wieder an die Kamera Ja, das kann nicht wahr sein, alter Er ist aber auch am Was für'n Kürbis weggemacht! Hau mich nicht, bitte! Das gibt so auf die Fresse in der Peenheit Nein! Die Robe kannst du halt so vergessen Jetzt doch Schlitz! Oh Gott, Alter Bruder, was soll ich machen, alter? Muss nochmal ordentlich auf Pinsel gehen, bevor er war, ne? Äh Äh Gag halt nix Kannst du Gurke schmeißen Spring! Hoch! Weg! Oh, Assi! Hier Jetzt hab ich eigentlich aus dem Leben gescheitert, Junge Oh, jetzt spore ich ja hinten Willkommen, Sky, willkommen Welcome to the party Boah, ist das anstrengend Hehehe Boah Mikrofon muted Oh, Joko Und QB-Dankst du für die Wiese am 33 Und guten Abend Das Ding ist so süß, Alter Was? Das bringt ihm Genugtuung Hä? Hast du kein Aims-Guy? Hä? Die Waffe nicht One-Shot? Nee, das ist, weil der nen Helm anhat Was hier Helm anhat, Junge? Du hast noch einen Bar-Butter-Helm Hättest du halt nur 75% Damage Ach, meh, die Kitte Mila, du musst den töten Warum hab ich eigentlich nur Schlüssel, was ist da wieder passiert? Mila Ich hab nicht aufgepasst Oh, Mila hat nix Nein Mila, du musst den töten Nein Mila Oh mein Gott Der hat ein HP noch Ja Und ich hab einen Schlüssel Oh mein Gott Johnny, vielen lieben Dank für die Wiese am zweiten Monat Schlüssel Bruder, was ist das für ne Zahl, Alter? Dankeschön Ich will gleich kurz anmerken, wir haben gleich schon 11 Uhr wieder Ja, aber ich gehe davon aus, es sind 10 Minuten vorbei hier Ja, ungefähr Was machst du denn da? Was hast du denn da? Was hast du denn da rein und Was hast du denn da rein und Für den Flex? Achso, hat gekäfert bisschen im Kopf oder was? Ja, nochmal kurz ne, ein bisschen äh Hallo Yoshi Hallo Yoshi Das käfert, ey Ey, ich hab so Hunger, ey Ich auch Das ist schon frech, ey Oh, bei mir ist alles fresh Was soll ich machen? Bei euch Bei dir auch oder bei euch Robby's Junge braucht das Geld Mikrofon activated Ey Sorry Sorry Der gibt Ah, Junge Der hat es echt langsam Fliegen Dann fliegen Ah, das ist cool Das Rene gut rennen Ich raste aus Da bin ich nicht so gut Ich fliege immer wieder ab Außenbahnstart Katastrophe Nein Das ist ja schon überrundet Oh Gott, Junge, ich bin so schlecht, Alter Ja Ach Gott Ach nein Bester Fahrer vom PD Ich bin so gut Oh mein Gott, was mag ich denn, Alter? Sag mal Ey, Junge, das kannst du keinem erzählen Du bist doch schon fertig Ja, könntest du, du bist schon fertig Hä, aber der fährt doch die ganze Zeit Ja, das macht er von alleine, muss aber noch rein und fahren. Ja, du bist schon lange fertig. Hey, lass mich, ich bin alt, Alter. Lass mich, ich bin alt. Lass mich, ich bin alt. Ihr schwindet hier im Spectator. Ich bin alt, Junge. Komm schon. Oh, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt, der gewinnt. Er hat gewonnen. Oh, Mann, ich hab doch auch jetzt genug Schlüssel. Ach, ich hab gar nicht genug Schlüssel. Ich muss halt einfach nur darauf warten, dass ich noch Schlüssel habe für das Ding. Künzel hat gewonnen. Hi, passend in Chat. Ja, Hi, Per. Clap in Chat. Ach, na, wie viel haben die Wette jetzt gewonnen? Ihr frisst meine Poplar. Ich hab auch eine Wette gemacht. Ich will gucken. Wir haben auch eine Dings. 10% an den Nurvpinsel. Ja, ihr Loser, ey. Beste Fahrer von PD. So, jetzt, wie heißt das Spiel, das Ankniffe? Goosegoosdack. Goosegoosdack? Schöne Spiel. So, wer will da jetzt nur mitspielen? Ich. Weiß ich nicht, aber das kann man auch bestimmt mit 10 Leuten oder so spielen oder mehr. Also, das ist kostenlos. Also, von dem her. Why not? Ja, aber ihr habt doch irgendwas gesagt wegen Voice und so'n Shit. Ja, Ingame-Voice hast du einfach. Ja, aber das ist schwierig, wenn da irgendwelche Randoms reinkommen. Ja, nicht Wendem, sondern irgendwie. Machst du Privates, die wir vertrauen? So, ich werde jetzt kurz auf K gehen, ja? Ich bin gleich viel da. Ja, ich muss eh runterladen. Okay, beeilt euch, Leute. Ist schon spät. Okay, kurz installieren. Wer macht denn Lobby? Der sagt, ist schon spät, aber bleibt eh noch bis 3 Uhr. Der macht jeden Tag 16 Stunden Streams, Alter. Ja. Was soll denn das? Mikrofon muted. Bye, Jerome. Gute Nacht. Meinte, für euch? Ihr seid sehr alt. Mikrofon activated. Junge, ich mach das schon so lange, da durftest du noch nicht mal auf einer WP sauber spielen. Wenn du nach 12 warst. Wie alt bist du, Curtis? 32. Ja, ich auch. Okay, wir können uns ja ein Zeichen. Tja. Ist das ein ägyptisches Spiel? Muss man da mit Controller spielen? Nee. Nein. Dann lese ich mich doch nicht durch, Alter. Ich muss mich da einloggen? Ja, aber da kannst du irgendeinen gefakten Namen nehmen. Ah, wenn ich den mit dem, dann kommt nicht nur zurück. Ich kann das nicht lesen. Oh mein Gott! Junge, was tust du da gerade? Clash of Clans? Finde ich kacke, alter. Was muss ich denn jetzt hier machen? Hast du dir Sound jetzt so, Chat? Wir müssen gleich eine Lobby eröffnen. Wie viele Leute sind hier? Okay. Mach mal einen da auf, ja? Am besten der, der alle bei Steam hat, ne? Ja. Nee, nee, man kann das mit dem Code machen. Aber... Da war ja was. Ich würde den Code auf jeden Fall liegen. Ja, ähm... Deswegen mache ich auch nur für sieben Leute. Dann passt das direkt für uns alle. Deswegen gebe ich auch erst den Code, wenn... Wenn Pinsel da ist, damit wir gar keine Probleme da haben. Mila hat dir wahrscheinlich schon alles freigespielt. Äh, Ruth fragt, ob er mitmachen kann. Ah, ja, ja. Willen wir noch Leute finden? Äh, wie ändere ich das? Äh, was mit Jay? Ich spiel doch nicht mehr. Hallo, hallo. Ja, was ist mit Jay? Ich weiß nicht, ob Jay Conor noch da ist. Jay, bist du noch hier? Ja, frag dir mal. Jay Conor, schreien mir. Grüße, grüße. 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 Grüß, grüßtag. Ich muss ja gar nicht sehr rumstellen. Grüße, gut. Na, mein Hübscher, wie geht's dir? Na, schön. Und dir? Wunderbar. Auch gut. Heute der AP-freier Tag, oder wie? Na ja, heute AP-frei und dann halt über die Weihnachtstage AP-frei. Ja. Morgen nochmal rein, ein bisschen rumkicken. Bloß nicht erwitteln. Ich bin nochmal kurz der kleine Priester, gleich wieder da. Die Jungen. Ich hab keine Ahnung, Mila, erklär mal bitte, was er für ein Spiel ist. Das ist so wie Dings, er hat Among Us. Wie Among Us. Das ist wie Amogus. Das ist einfach wie Among Us. Okay, Jay will nicht mitspielt. Ja, dann mach ich für acht Leute jetzt. Also einer ist so ein Killer und der muss dann einen töten und wir diskutieren dann, wow. Gibt sogar tatsächlich mehrere Jobs, glaube ich. Also nicht nur Detective wie bei Among Us, sondern was gibt's da noch alles? Äh, Cheryl, es gibt bei dem Bösen mehr so wie Assassin, glaube ich. Ja. Ähm, Detective, was gibt's noch? Ich glaub, du kannst auch Fake-Imposter sein, das heißt Imposter sehen dich als Imposter, aber du bist eigentlich gar keiner. Mhm, und du kannst eine gute Ente sein, aber einen umbringen. Kommt auf die Einstellung an. Prinzipiell ist aber genau das gleiche. Die Guten, die müssen Aufgaben erledigen, damit die Runden rumgehen. Und die Bösen müssen töten. Und dann, äh, der, der muss sich versuchen rauszubringen. Nee, Dodo ist so scheiße. Dodo gewinnt immer. Oh, Dodo, ich liebe Dodo, komm schon. Dodo ist so einfach als Dodo zu gewinnen. Ah, Quatsch. Die spielen das ja nicht mit Systemen, Mila. Die wird einfach nach Gefühl gebrochen. Ich bin, komm, ich bin beste Dodo, komm. Küsst den Dodo doch. Dann küste ich mich halt selber. Machst du eh. Ja. Und spiegelt jeden Tag. Aha. So eklige. Äh, Übung macht den Meister her. Ja, komisch, bei mir hätte nichts gebracht. Ach so, dann küste ich doch in Zukunft auch selber, du Arschloch. Was hab ich da gerade gesagt, Alter. Ich hab so Hunger, ey. Ja, was ist hier mit dem Code? Wo gibt man den überhaupt dann ein? Manchmal weine ich mich in den Schlaf. Und links steht, äh, Raumcode. Da kannst du eingeben. Ich glaub, KingSmile und Nina würden auch mitmachen. Ähm, nee, ich hab gefragt, haben nicht geantwortet. Der hat mir gerade, schreibt er mir im Stream, ob wir noch zwei brauchen. Ach so. Ich wünschte, Miss America, weiter. Dann muss ich nochmal rausklappen, muss nochmal kurz, Lobby für Tech. Wir warten eh noch auf, Pinsel. Danke, Florianic. Ich sag dir, Mila, das ist genau das Ding. Die Leute sind gut mit zwei Mördern. Für Helen, hier. Ähm, ja, dann sollen wir mal hochkommen. Die spielt das ewig gerne so was. Mein Gott, Eid, hat mir irgendein fällt hier. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Hallo? Hallo? Äh, hallo? Hallo? Der Herr? Moin, Moin. Wir sind ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ja. Wie ist das? Frau Excel-R-Check. Machen wir zwei Killer oder einen? Da! Kann ich mal aufhören? Kann mir einer 10.000 mehr P-Line? Ja klar, kein D-Mann. Ja klar. Von der Labelkasse kein Ding. Label? Ja man, Line Records. Hä, ist das so ein Line wie, Cooper hat sich bei Spencer 10.000 geliehen und nie wieder gesehen? Äh, nein. Ich hab' alles ausgespielt. Hast du dich einen neuen Porsche? Warum willst du dir das Geld leihen? Hä, ich leih mir immer Geld. Auf dem ersten Server, wo ich gespielt hab, 2017, hatten wir glaube ich 100 Millionen Schulden. Das ist kein Witz. So, rein da. Ja René, was ist jetzt mit dem Rumpcode? Ja, wie gesagt, ich gebe den Code erst, wenn ein Pinsel kommt, weil sonst wird das von allen geleakt. Ja, du musst ja jetzt nicht angeschriegt sein, ne? Ja, fahren sie sich mal runter, dein Herr. Junge, seht du mal, sag ich das. Wir sind hier nicht in den Pommes, der Herr. Wir sind hier nicht in den Herbst. Entschuldigung. Sonst müssen wir hier tasern. OOC bis zu kein Ding, der Bruder. Los, Taser, komm, mach, mach, taser mich. Ja, okay. Ich stirb alles. Fick dich. Man sieht doch den Code gar nicht, wenn man dann drin ist. Eben, man sieht den Code gar nicht. Zack, weggetasert. Ich glaube, das kann man einstellen. User, join your Taser. Man muss auf dein Auge klicken, man macht kein Auge. Eben. Ja, okay, dann gebe ich jetzt den Code, ja. Ich sag's euch. Ich muss hier raus. Und wenn ich nicht schwarz bin, ne? Wenn ich nicht schwarz bin oder weiß. Aha. Ja, ich hab so schnell auf Kopieren geklickt, ne? Also, das Spiel existiert nicht, steht da bei mir. Ja, ja. Die sind so reingefallen. Junge, ich hab alle geträumt. Achso, mein Gott. Ich check's jetzt jetzt. Ich hab übrigens keine Ahnung von dem Spiel. Unter i oben, Informationen. Ey, wer ist schwarz? Ich bin schwarz. Panamera, Flo, Junge. Also, beide rot vergeben. Warum höre ich alle doppelt? Warum? Warte mal. Weil das in der Boysen-Boys hat man. Ist das ein Mute-Mute hier? Ja, muss man alles in dem Geld machen. Hallo? Grüße. Hallo. GameSpeak Newton. Ja, ja. Wir haben den Code reingeschickt. Es gibt keinen Einladen. Ach ja, stimmt. So war das. Sorry. Ich hab keine Ahnung von dem Spiel machen. Das ist ein gutes Appet. 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 Wer ist denn... Wer furzt denn hier rum? Wer ist denn Pastor? Ja, mit F. Ich furze hier rum. Ja. Mit F nicht. Mit F. Mit F. Mit F-Muskel. Ich kann nicht pupsen. Das ist sus. Ich glaub, du musst den Furz erstmal kaufen. Den F. 10 Euro. Ja, F-Muskel betätigen, der Herr. Oh, oh. Oh, scheiße. Ich hab irgendwas in dem gekauft jetzt. Wärt ihr mich in-game nicht? Nein. Oh, du hast direkt Jumper-Sparbe aufgeschlossen. Glaub mir. Hast du vielleicht hier auch Push-to-Talk? So wie ich. Wie ist denn Push-to-Talk? Hört man nicht in-game, Halle? Mit V kann man reden. Das steht immer direkt drunter. Grüße. Ihr könnt auch in den Optionen nochmal einzelne Leute lauter und leiser stellen. Genau. Genau, mit Escape. Mit Escape-Spieler und dann können wir das machen. Könnt ihr mich hören? Nee. Ja. Bin ich laut oder leise? Personal. Perfekt. Nee, das ist nicht der Code. Oh, hier steht der Code, ne? Nein, das ist nicht der Code. Ich weiß. Was ist der Code? Verdeck den Code. Das ist der... Wir müssen hier furzen. Verdeck den Code. Okay, ich triff mal hier. Fass. Suß. In das Medium. Kai, warum machst du mein Sassfurt? Das war mein Unikat. Muss ich hier irgendwo draufklicken, oh what? Ich muss nur auf Ready machen. Wo denn? Der Rest kommt von alleine. Unten in der Mitte. Ganz großartig. Ein dicker Bildschirm unten in der Mitte. Poppy, hast du gefurzt? Was ist das? Mila, drück mal Ready. Mila redet noch nicht. Mila, trust me, mach Push-to-Talk. Ja, ist besser. Das ist auch super scheiße mit der Fündlichkeit. Hört man mich atmen? Ey, gar nicht, Mann. Scheiße. Am besten nennt ihr euch mal was. Hört ihr mich? Hallo? Ja. 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 Okay. Oh, du klingst voll süß. Chat, ich habe keine Ahnung. Ihr müsst mir helfen, okay? Oh, ich weiß nicht, was ich machen muss. Chat, was muss ich machen? Als Dings? In das Medium. Hallo? Wo ist ein Span? Wir unten im Team Speak. Hallo? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Hallo? Ich muss irgendeinen umbringen, ne? Aber wie bringe ich den um? Mit Space, okay. Das ist ein cooles. Hallo? 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 Ich weiß nicht, weil du mal... Lass mich in Ruhe nicht abstechen, Mann. Ich habe nichts getan. Ich schwöre es. Ich einfach nicht abstechen. Wenn ich es wäre, hätte ich gehört, ist es umgebracht. Was müssen wir machen? Ich muss da zusammenbleiben. Pass mal auf, oben rechts... Oben rechts siehst du so gelbe Punkte auf der Karte. Gelbe? Drück Tab, drück Tab. Auf Tab siehst du gelbe Punkte, da sind deine Aufgaben. Siehst du das? Insel. Was? Was? Bist du gelb? Mit dem Maul. Da war gerade einer, der hat Pinsel getötet. Du, bist du gut? Grüße. Hallo? Hallo? Der Pinsel war gerade hinter mir und damit weggelaufen und dann war der wieder weg. Ach, sorry. Ja, oh ja. Was? 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 Der Pinsel ist einfach verschwunden. Der ist mir hinterhergerannt. Hast du? Du Mörder. Warum? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir müssten irgendwelche Aufgaben legen. Ich hab auch keine Ahnung. Ja, ja, halt die Maul. Ich bin das Medium. Ich bin das Medium. Dann fühle ich dich. Warum bin ich hier eine Leiche? Hier ist eine Leiche. Wo? Die hab ich besorgen. Ich bin das Medium. Einer ist gestorben. Das ist aber eine Taube. Oh nein. Ich hab den Pinsel und Kadaver gefunden. Hallo? Also ich glaub... Hallo? Das sind schon drei Taube. Hallo? Ich? Also... Wo hast du den gefunden? Hä, Hopi war doch gerade noch bei uns. Das war Sky. Sky ist safe. Ja. Nein. Nee, das war nicht Sky. Das Medium. Hallo? Der? Also wir müssen jetzt quasi diejenigen rausfinden, die getötet haben. Ähm. Ja. Ja, genau. Gibt es so Assassin hier drin? Äh, nee. Okay, weil ich war das. Ich war das. Ich bin Wächter. Was heißt das? Weiß ich nicht. Ich konnte irgendjemanden töten. Also, hey, du hast den getötet. Und ich hab so gesagt, hey, bist du böse? Und er so, ja. Und dann hab ich den getötet. Du kannst einmal pro Spiel kannst du jemanden umbringen als Wächter. Ah. Ich weiß nicht mal, wie ein Wächter ist. Ja, ich hab ihn getötet. Ich hab Hoppy getötet. Ja, wir müssen jetzt noch nicht unbedingt jemanden voten, aber wer ist denn jetzt am meisten Wo muss ich denn jetzt hier klicken, hallo? Unten links und überspringen. Oder auf die Person, die du voten willst. Ich hab keinen gesehen. Ja, gut. Was heißt Medium? Das ist eine Rolle. Ach so, und was macht die? Und Sky ist am Trollen. Genau. Nee, der hat Dings, der hat, äh, einer ist Party, ähm, Böse, ne? Er hat ihnen einfach die Stimme gemacht. Hallo? Und was hat dieser Vogelkörper gerade auf dem Boden zu bedeuten gehabt? Ja, das ist eine Leiche. Das war eine Leiche. Ach so. Aber können wir nicht alle einfach zusammen rumlaufen? Ja, aber das ist schon Schmutz. Okay. Aber hier ist ein Vogel tot. Hier ist eine Taube, die ist tot. Die ist immer da. Die Taube ist immer da. Ja, und? Okay, wer wurde? Hallo? Sky ist tot. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ging echt schnell. Mila, hast du Sky gekillt? Hör du es? Was hast du gesehen? Ich hab eine Taube gesehen auf dem Boden und hab gefragt, wie viel die da ist. Also, ich bin in der Kirche. Also, da lag eine tote Taube. Ja, nicht, dann hab ich gefragt, aber die sind alle weggerannt. Oder? Ja, aber ist das auch eine Leiche, wenn da so eine Taube liegt auf dem Rücken? Ja. Oh mein Gott. Also, nieder war es nicht. Sky war, warte mal ganz kurz. Sky war bestimmt Kanadier. Und als Curtis ihn umgebracht hat. Ja, deswegen sag ich ja, dass es schnell ging. Kanadier ist in der Rolle, wenn du jemanden umbringst, der Kanadier ist, reportest du die Leiche. Dann musst du instant reporten. Es sei denn, wir haben auch einen Profikiller. Weil dann, wenn man vorbeigeht, reportet man, also, automatisch, oder? Nee, ich glaub, du verwechselst, dass du mit der Mamas, oder? Auf diesem Platz, wo die Tauben sind, da war links eine Taube. Aber mir sind Leute vorbeigelaufen, die ich gefragt hab. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, weißt du, ist schon so schwierig. Ich überspring erst mal. Ich auch, ne? Aber Curtis... Nicht. Versteht das nicht mit Kanadier und so? Ja, da kommst du rein. Was passiert jetzt? Hat keiner verloren. Ich war im Wasser. Hallo? 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 Muss man nicht irgendwelche Aufgaben machen, oder so? Nee, das ist... Was sind denn die Tauben nochmal gewesen? Hallo? Hier ist was. Oh, nee. Oha. Was war das? Ach! Wirst du... Wir hätten nicht... Du hast sie mal eingeschaut. Ich wusste... Mein Kegel-Done war noch nicht ready. Ich hab alle weggesliced, Alter. Hört, du kriminelle Drecks auf. Du hättest das gewusst, hätte ich Basti da schon weggemacht. Wow, Alter. Wir brauchen mehr Rote-Time. Seid ihr einig? Was brauchen wir? Ich hab Papi halt mit Rekord. War das ein bisschen cool, wie ich euch umgebracht hab immer? Nein? Ich dachte, das wär cool gewesen. War saukool. Cool war das. Ich hab mal gesagt, als Maul hab ich ihn abgestochen. Wir waren beide Gänse, die töten konnten, Mila. Echt? Okay, was kann ich jetzt hier kaufen? Ja, ich war auch eine Gänse. Aber ich war gut. Deswegen hab ich gesagt, ich kann töten. Ich war auch gut und konnte töten. Ach, du warst Sheriff oder wie? Drück mal auf das I. Da sind alle Rollen. Töten, wenn jemand anders getötet hat, könnte ich quasi nach einem Mord kann ich töten. Warte kurz, ich muss pupsen. Warte kurz. Ja, mach mal. Ich mach halt einfach eine blöde Gans, ey. Sass. Pay. Pay to get Aspro. Ach, echt? Auf Info, oben rechts, da sind ja alle Rollen, die aktuell drin sind. Übrigens ist Attentäter auch drin, ne? Das, was Mila meinte mit Assassin. Also ich finde Assassin schon gut, so damit man so unsicher ist, seine Rolle zu kommen. Genau, sonst rennen nämlich alle rum und sagen ihre Rolle. Und Sky sagt immer, er ist das Medium, egal was der ist. Ich bin neunfummig. So, ich will auch pupsen. Soll ich einstellen, dass die Enten, also die Bösen, ihre Mates sind? Können sie nicht sehen, dass sie nicht wissen, wer der Mate ist? Ne, ich finde schon. Aber das wäre lustig, glaube ich. Bei so vielen Leuten und zwei. Aber da gibt es doch extra eine Rolle. Ja, da gibt es doch eine Rolle, dass die es nicht mehr so sehen können, ne? War ich gut? Ja, aber der ist ja dann kein, der ist ja dann kein, kein Böser. Ja, ne? Also ich finde es gut, so wie es eigentlich nett ist. Das Einzige, dass es ein bisschen mehr Discuss-Time, ne? Das ging so schon rum. Ja, hab ich schon, hab ich schon reingemacht. Okay, cool. Ich hab schon über eine Minute reingemacht, glaube ich. Ui. Ich will auch furzen. Hey. Musst du so ein Ding auswählen und dann F. Na, mit F. Ne, wenn ich da drück, passiert nichts. Achso, du musst diese Sprechblase, beziehungsweise Pups-Gedankenblase mit im Shop kaufen und so. Pups-Gedankenblase? Ey, Pinsel, riech mal. Ja, das ist eine Pups-Gedankenblase. Report mal Pinsel. Schnee im Sommer. Egal, ich bin ready. Schönst geistig, wenn wir anfangen. Guy ready machen. Guy ready machen. Oh, Mila. Oh, Mila, du siehst ja cool aus. Pups mal. Noch nie eine Ente pupsen, gehört voll Schwachsinn. Hallo? Hier ist die Taube, die ich vorhin meinte. Mein Lieblingsmensch. Ja? Geh weg. Hau da ab. Hilfe. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Was, bin ich? Silencer? Geh weg. Geh weg. Komm her. Geh weg. Geh weg. Hilfe, Hilfe, lau. Sie soll ein Mörder sein. Okay, das ist nicht so offensichtlich. Das kann nicht sein. Man hat mich die ganze Zeit verfolgt. Soll ich dich töten? Grüße, Grüße, die Herrschaften. Hallo? Am Brunnen befinden sich zwei Leichen auf einem Haufen. Das bedeutet jemand, der hier in der Nähe ist. Der war's. Ja, am Brunnen. Ich weiß nicht mal, wo der Brunnen ist. Wer war denn bei Medium? Medium. Wer hieß Medium? Medium war ein Curtis, ich, Pasto. Also mich hat der Dings die ganze Zeit verfolgt und meinte, ich soll stehen bleiben, der Kingsmile. Oder der hat gesagt, komm her. Nein, da habe ich gar nicht. Hast du wohl. Die Morde waren ja aber auf der rechten Seite. Das heißt, Kingsmile ist raus von dem Morde. Aha, Verleumdung. Zwei Morde, das heißt zwischen Mila, Pinsel und Nina müssten eigentlich zwei Mörder sein. Aber ich will mal eben ansprechen, dass der Curtis von rechts nach links geflüchtet ist, als er von mir weggelaufen ist. Nee, Pinsel und ich waren beieinander und dann haben wir noch René gehört und dann, kurz danach war er tot. Ja, aber ey, beachtet, wir müssen hier nichts überstürzen. Curtis ist von rechts nach links geflüchtet, als er von mir weggegangen ist. Ich war im Knast. Ich war im Knast. Keine Ahnung, was ich hier mache. Ich stinke. Hallo? Ja, hi. Ey, Mila. Pass doch. Mila. Bitte töte mich nicht, okay? Komm mal mit. Guck mal, ich habe eine Kirsche gefunden. Ich bin wichtig. Ich bin wichtig. Ja, komm mal mit. Ich bin super wichtig. Guck mal, hier eine Kirsche. Kirsche für mich. Ich habe Angst. Ich bin wichtig. Presse. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, Alter. Hallo? Ich habe eine Leiche in der Kirsche gefunden. Hallo? Wo? Grüße. Ja. Hast du sie gerade abgeschlitzt und auf einmal kam der Report. von alleine? Ja, ja, ja. Scheiß drauf. Ja. Hä? Habe ich nie gedacht. Stimmt. Mila ist mit Dings in die Kirsche gegangen. Also keine Ahnung, ist schon reingegangen und da kommt der Report zu. Der Kanadier. Nee, warte mal, warte mal, Mila kann. Er hat es doch gerade schon zugegeben, was das war. Und was müssen wir jetzt machen? Er hat es gerade schon zugegeben. Auf ihn drauf zu Worten. Und warum gibt der da zu? Toll mit dir. Nein, du. Ja, aber warum gibt der da zu? Da ist man auch manchmal überfordert, was passiert. Ich bin gerade überfordert. Du hättest einfach lügen müssen, vor allem warst du nicht. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich habe ja nie besterben. Ich habe einfach Mila abgestochen und dann wurde sie direkt reportet. Treffpunkt am selben Ort, okay, wo wir waren. Und was passiert jetzt? Achso, das hat doch nicht alles. Es gibt zwei. Ach stimmt, das hätte ich ja was sagen können. Hallo? Ach, ich glaube immer falsch. Keine Ahnung, ob ich hier wegkomme. Bin ich denn hier? Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Hallo? Geh weg! Jetzt komm her! Halt's Maul! Rote Auerhahn! Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinlaufen muss. Was? Soll ich den roten töten, wenn der kommt? Es ist jetzt noch einer tot. Wer ist tot? Okay, dann müssen wir gucken, wo du kürtest kam. Ist das hier auch hier einer? Hier ist niemand, hier ist niemand. Ist diese Taube, die da liegt, ist das auch ein Dings? Geh weg! Nein! Na, hier unten, guck. Hier hat gerade eine Taube. Hallo? Hallo? Ich glaube, Kürtel. Hey, halt's Maul! Es war wirklich Kürtel. Es war Kürtel, ja. Haben wir gewonnen? Der wollte uns so auffällig nach... Nee, ich habe verloren, weil ich dich getötet habe. Wie, ich habe dich doch getötet. Ich war schneller. Ach so, dann warst du schneller, okay. Weißt du, was ich übrigens für eine Rolle war, Kürtel? Scheiße, Sky liegt da ins Tod. Weißt du, was ich für eine Rolle war, Kürtel? Ich war Imitator. Das war ja so kamer, ne? Das war ja so kamer. Ich wurde für dich froh angezeigt. Aber ich war, ich war guter Mörder, Alter. Ich kenne das gut. Ja, du wolltest dann... Ich habe es nicht verstanden. Ich habe, ja, ja, aber ich hätte euch beide umbringen müssen. Also die komische Rolle, wo ich rausgebotet hätte werden. Warum bin ich immer Mörder? Ich war, ich war Canadian. Was heißt Canadian? Kanä... Na, wenn du mich tötest, wird sofort reported. Ach so. Genau. Ach so, nee, scheiße. Aber die anderen, die jetzt zum Beispiel nicht Attentäter sind, die dürfen nicht zusammen die ganze Zeit rumlaufen, ne? Ähm... Ist ja lame. Ja, also doch, dürfte, aber ist ja dumm, ja. Können, aber ist auch irgendwie auffällig. Und die Leute, die sterben, die können gar nicht erst reden. Die dürfen noch nichts sagen. Nee. Okay. Oder untereinander reden. Also man kann, man kann halt mit den Geistern miteinander sprechen. Okay. Also ich hoppio und pinsel, hört mal auf, legt mal euer Cringe beiseite und dann läuft das. Was? Ich will auch pupsen. Hallo? Chat, warten wir nochmal Medium? Nee, geh weg, du Mörder. Alter, war letzte Runde, ja. Abgeschlachtet hab ich dich. Du. Tschüss. Ich hab Angst. Vor wem? Halt zum Maul. Warum? Höh. Nee. Ich bin das Medium. Darf man das sagen? Ich bin das Medium. Huhu. Hallo? Hallo? Oh, oh. Ähm, hi. Hallo? Da liegen alle Leichen am Brunnen. Kings Smile hat einen umgebracht und die Nano steht da mit den Worten. Huhu. Wir sagen, wir wissen von nix. Also ich bin das Medium und ich kann nicht sagen. Nein, 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 ich hab gesagt, pass auf. Ja? Ja, wir wissen ganz genau wo. Es sind alle drei Leute beim Brunnen gestorben und zwar ist es so, dass ähm ... Der Pastor und äh ... Panamera Flow sind gleichzeitig ... Kings news murder. Ja, ja, genau. Ich hab Mila umgebracht, das stimmt. Aber Panamera Flow und Pastor sind umgefallen und dann ... Konnte ich rächen. Und als Rächer hab ich Mila gekillt. War das die Aufgabe vom Medium? Du siehst, ob Leute tot sind. Wenn man stirbt. Also ich bin rechert. Nina hat auch gar nichts gesagt. Warum sagt Nina dann mit den letzten Worten, wir sagen einfach nichts dazu? Ja, warum? Also da lagen doch nur da Leichen. Boah, so klingt ein Mörder. Schweinerei. Wer denn von den beiden? Nina und Kingsman beide? Wir sagen nichts dazu, sagt er. Kingsman hat es ja keiner wissen, was passiert und ich die Beide umgebracht. Ich laufe hinter Nina her, dann kann ich rechen. Ich bin Rächer. Nein, kannst du nicht mehr, nur einmal pro Spiel. Also Panamera ist tot, passt und Mila. Ja, 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 ja. Entspannt euch mal, was soll das denn? Ich bin das Medium. Ihr musst die Stimme noch über das GoXR pitchen. Ich bin das Medium. Ich dachte jetzt auch, wir wurden Nina zuerst raus. Hallo. So. Jetzt bin ich richtiges Medium. Hallo Hoppy. Wo ist der Helm? Hoppy. Aber was für Boxen soll ich öffnen? Hier? Okay, und jetzt? Achso. Okay. Klappt. Was passiert hier? Ich bin nicht gestorben und ich bin das Medium. Wie schnell ging das denn gleich? War eine gute Runde. Warum votet ihr da was, die Schweine? Hey, ich hab gar nichts gerafft. Ich hab gar nichts gerafft. Ich hab gesagt, ich bin der Rächer und ihr votet mich, Mann. Ja, natürlich hab ich dich gewartet. Ich hasse mein Leben. Warum werd ich immer getötet? Vor allem, wieso wurde Mila angezeigt, als wäre sie in meinem Team? Ich hab mal ne Frage. Weil ich eben älter war. Hallo, ich hab mal ne Frage. Wenn man jetzt nicht der Antetäter ist oder so, dann muss man noch irgendwelche Aufgaben erledigen, oder? Ja, das ist mit dem Punkt. Was macht man als Medium? Da kannst du Shift drücken und dann siehst du, wie viele Leute gestorben sind. Also wie viele Tote es gibt. Guck mal, drück mal oben auf das Riefe-Info. Und Aufgaben machen auf Taten. Da siehst du deine Aufgaben. Da siehst du, welche Rollen es gibt. Kennst du die Anzahl der Geister, ja. Aber ihr seht doch auch, wer alles tot ist, oder nicht? Nee. Achso, okay. Du drückst einmal an den Shift. Mila, wo kann ich den Pups jetzt kaufen? Na hier. Den hast du schon. Nee, ich muss auf den... Warte, komm her. Wenn du die Sprechblase oder Gedankenblase... Komm her, wo bist du? Hier. Komm hier. Und dann? Hier ist ja auch der Schau. Ja. Und dann gehst du auf die Pupsblase. Oben, ne? Ja, genau. Und da siehst du, wie viel du für eine Pupsblase ausgeben musst. Achso, das sind alles Pupsblase. Meine Mama hat mich gegen Alkohol ausgetauscht. Genau, Pupsen. Ich auch. Die sind alle stolz auf dich. Warte, Mila, ich pupse dich an. Okay, ich bin ready. Warte, ich pupse dich an. Komm, warte. Hallo. Hey, ich bin Kanadier. Ja, ich bin Amerikaner. Nein, ich bin Mörder. Ich bin Kanadier. Ich bin... Oh. Oh, hallo. Hallo. Fonksy. Nein. Lass mich. Hallo. Ich bin Kanadier. Ich bin Kanadier. Ich bin Kanadier. Hallo? 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 Hi. Ich hab grad einen umgebracht. Hä? Links. Oh, da hat einer eine Bombe. Geh weg. Da ist jemand explodiert. Bombe, 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 Bombe. Irgendjemand ist... War das das gar kein? Das ist Bombenleger, Curtis. Irgendjemand kann Bomben verteilen und die gibt man dann weiter. Und jetzt Dinge irgendwo Füße von dem... Von der Ente. Hast du das? Ja. Die muss... Ist du Mörder? Die muss sie einem geben. Die siehst du doch. Okay. Okay. Fuck. 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 Was muss er da sein? Äh, das war ich nicht. Scheiße. Das sieht jetzt gar nicht gut aus. Scheiße. Sieht jetzt ganz und gar nicht gut aus für dich. Äh, Piep hat... Piep hat Bombe verteilt, glaube ich. Also ganz kurz. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Es ist Nina. Es ist Nina. Oh Gott. Nina kam aus der Richtung. Achtung. Ich hab die Bombe bekommen. Und, äh, rutscht dann neben mir. Ich hab gefragt, ob ich ihm was erzählen darf. Und dann hab ich auf einmal die Bombe bekommen. Dann hab ich gesagt, ich hab die Bombe, hab sie ihm gegeben und bin durchgezogen. Er ist mir hinterher gerannt und dann ist er genau hier explodiert. Genau hier steht er. Ich geb euch einen Tipp. Nina kam von hier unten. Gesundheit, der Herr. Gesundheit. Gesundheit. Okay. 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 Bist du nicht? Was hast du für eine Hier passiert gar nichts Nein, ich kann nicht die Bombenlegerin sein Als die erste Bombe hochgegangen ist waren wir beieinander Ja, und ich hab Hallo Hallo Was machen Sie hier Beweise vernichten Warum Das nicht gewesen sein kann Der Typ hat gerade gesagt, dass der Beweis am vernichten ist Wer? Der Scheiße, jetzt haben sie mich Hallo? Ich hab eine Leiche gefunden Das ist Da oben Aus Der Anbetung Ja, da war Pinsel und Hoppy waren dann drin Wo? Aus der Anbetung Aus der Anbetung ist oben rechts Da waren wir überhaupt nicht Nee, da war sie nicht drin Das stimmt Nee, wir waren im Gerichtsgebäude Im Bürgermeister Hoppy, soll ich sagen Soll ich sagen, was ich denke? Ich bin die ganze Zeit mit der Nähe um den Brunnen rumgelaufen Ja, süß Okay, pass auf Okay, pass auf Curtis ist es Ich bin Ich bin Imitator Und Curtis hat mir gesagt, dass er das war nicht Werd für den ja wohl rot angezeigt Das heißt, Curtis ist ein Verbrecher Ja, das heißt, wie viel Curtis war Du hast mich, Pinsel, du hast mich Er hat es mir nämlich einfach gesagt Curtis, erzähl mal Wieso sollten wir dich jetzt hier nicht voten? Hallo? Aha, alles überprüft Könntest du reden mit uns? Oh, der wurde gesilenced Oh nein, stimmt Das gibt's ja auch Oh Gott Stopp, ich habe Beweise, dass ich die ganze Zeit bei Hoppy war Ich war die ganze Zeit bei Hoppy Das stimmt Wenn ich jetzt tot, dann habe ich gewonnen Das Silenced gibt's ja auch noch Ja Ich habe gewonnen, oder, Chad? Wäre natürlich jetzt bedarf Lüge nicht Oh nein Oh nein, du bist doch verastet Ich habe vergessen, dass es Dodo gibt Können wir bitte die Rolle ganz rausnehmen? Ich will mal kurz was sagen, okay? Nein, Quatsch Es ist voll nervig, die ganze Zeit als erstes zu sterben Ja, sorry, die Bombe war halt auf dir Mila, ich habe gewonnen René hat mich richtig gefickt Ich war einfach Sprengmeister René, fickt mich Ja, es war mir klar, dass du das warst Wieso? Das Problem beim Dodo-Vorpommern Ja, irgendwie war er ziemlich sass, ne? Ja, du warst sass Curtis hat mich einfach gefickt So? Ja, du, ich bin so schnell Also das nächste Wartende ist Hobby einfach ab, wenn er vor mir steht Du warst sogar böse, Hobby, oder? Ja, ja Ich will Feuer pupsen Du bist halt schön als Abdeckung Darum die Bomben machen den Job Sorgen für genug Verwirrung Ähm, macht ihr ready? Ja Schöööööön rein da Ja Oh ja Oh ja Da Moment Was macht der hier? Ich bin das Medium Hallo? Ach du Scheiße Was macht denn ihr? Hey Wer hat denn den jetzt umgebracht? Ich habe René getötet, weil der Sky getötet hat Ich bin Rächer Ich habe gerade René getötet, weil der Sky getötet hat Okay Habt ihr das nicht gesehen, wie er Sky getötet hat? Okay Ja Ich bin mir mit Rächer Was gibt's noch für Rollen? Was gibt's noch für Rollen außer Rächer? Und den Der Hobby hat die Also Okay, hier sind zwei Leichen und keiner hat reportet Hallo Was gibt's für Rollen? Also der Hobby meinte, er hätte René getötet, weil er den Sky getötet hat Ich war daneben, aber ich habe es nicht gesehen Ich habe auf einmal nur zwei Dinge gesehen Ich stand da zu vier Leuten, wie konnte ich das nicht sehen? Der ist hochgelaufen, hat Sky abgemesselt Dann bin ich hochgelaufen und habe René getötet Okay Also wenn Hobby Wer ist, warte, wer ist wo hochgelaufen und hat wen abgemesselt? Ähm, wir standen alle unter Sky, unter Medium Dann ist René auf einmal nach oben gesteppt, hat Sky getötet Und dann bin ich aus der Gruppe auch nach oben gesteppt und habe auch Sky getötet Und was bist du? Das war aber alles auf dem mittleren Platz Er ist ein Rächer, würde ich sagen Ja Bist du Rächter oder Rächer? Rächer Rächer kann man nur dann, man kann sich nur dann, man kann nur dann Rächer sein, wenn jemand getötet wurde Okay Und wenn Piep, dann müsste Piep Wächter gewesen sein Oder Piep war einfach ein Mörder und hat sich verklickt oder wollte es auf uns schieben, weil wir da eh auf einem Haufen standen Oh, der Hobby verarscht uns gerade alle und der ist ein Mörder Ja, aber dann hat er ja seinen Kumpel auch umgebracht Was gibst du noch? Also ich kam hier gerade hoch und es waren viele Leute auf einmal da und es waren Leichen da und keiner hat reportet Ja, aber es gibt doch auch noch Sheriff Vielleicht ist Piep Sheriff, hat Sky getötet und Sky war eh Und wir standen alle einfach in der Mitte, keiner hat irgendwas gesagt, Sky meinte nur erst das Medium und René hat zugestochen Also ich kann jetzt sagen, ich hab den Rücken von Ruth Also der Pandamera-Flo, der ist ziemlich leise, der sagt ja gar nichts Ja Er ist mit mir rumgelaufen Er ist mit mir rumgelaufen, da war nix Ähm, ich hab gar nix gemacht Gar nix? Ja, ja, ja Ich glaube Ich hab gar nix gemacht, gar nix Warte, gibt es zwei normale Rollen, die töten können? Ja Ja Achso, okay Sprecher, Wächter und Sheriff glaube ich auch, ne? Achso Ich bin's Ruth Bist du Dodo oder was? Geh weg Hm, hm, hm Wofür mache ich das hier? Okay Okay Wofür ist das? Hä? Keine Hilfe Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich beschütze Mila Geh weg Geh weg Ich hab Mila beschützt Mila will ich mir sterben Oh, hier sind ja alle Äh Was hab ich gemacht? Ich Ich weiß nicht, was ich gemacht hab Ich hab einfach auf die Glocke gedrückt Ich hab euch vermisst, ich war ganz alleine Ja Ich hab auf die Glocke gedrückt Aber Nina wollte mich töten Ehrlich? Ich bin nicht ganz sicher, dass das passt Ja Also eigentlich Panamera wollte mich töten Ich glaube, es ist der Pastor Ich würde sagen Du wolltest mich doch töten Weil der beschützt Nee Stimmt doch gar nicht Ich glaub Ich glaub Mila ist ne Mörderin Und warum Glaubst du, dass es der Pastor? Ach Weil der so ruhig ist Das ist so mein Gefühl Nee, nee, dieser Panamera-Flow Der letzte Runde schon nix gesagt Ja Wer ist es Ey, Mia ist ne Mörderin Jetzt werd ich mich schon die ganze Zeit umgebracht Der kam gerade zu mir Ja und hat gesagt Das war knapp Weil Äh Nina Nunana Er hat gerade um die Ecke kam Ja, da wollte mich töten Ich sag euch das Ich sag Köln Ich sag Köln Ich bin kein Töter Ich glaub, es ist der Pastor Also das ist eigentlich schon ganz sicher Ich bin kein Töter Aber nur einen Wir haben Zeit Ja, ich auch nicht Doch ich höre dann Wenn du lügst Ich kenne dich schon viel zu lange Ich will den Pastor safe Achso, okay Ja, dann votet mich Aber warte Dann wär ich ja jetzt ein Mörder Ja Das versteht jetzt Okay, das ist klar Wer kommt hier denn Das ist ein Mörder in den Knast Was will der Scheiß denn Was soll denn die Scheiß Was ist Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache Sonat Hallo 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 Knaschbesuch Aus dem Weg Ich kann das aufmachen Ich kann das aufmachen Soll ich das aufmachen Für die Nein, nein, nein Lass sie erstmal da drin Hast du dich nicht drin lassen Ja, erstmal gutes LP sollen die bieten Bevor die rauskommen Ja, wir leben noch Mila Hallo Mila Hallo Hallo Ich sag dir Hallo Hier war doch gerade jemand Ich bin kein Ihr scheiß Mörder Ja Also Jetzt werde ich wieder rausgeworfen Mila ist meiner Kill Den Kill muss Mila oder Curtis gemacht haben Ich bin Imitator und Mila hat mir das gerade gesagt Hab ich überhaupt nicht Ich hab Curtis noch nicht einmal in der Runde getroffen Bringt mich um, ihr werdet sehen Ja, dann bist du Dodo Nee, du bist Dodo wieder Ich hab dich nicht einmal gesehen Nicht einmal in der Runde hab ich dich gesehen Ja, ich kann Homo machen Aufgaben Ja, nicht einmal in der Runde hab ich dich gesehen Doch, ich war gerade im Gefängnis Ich bin gerade beim Friseur Ich bin gerade beim Friseur Votet mich Ihr werdet sehen, dass ich Also, was denkst du? Nee, ich würde Curtis nicht voten, weil er einfach Dodo ist Mila Was hast du denn, was ist denn passiert? Also, ich sag euch Psychologisch betrachtet Ja, ja Ich würde einfach Panamera Ich hab dich nicht einmal gesehen Warte mal Okay, pass auf Ich hab ne Idee Ich würde Curtis nicht voten Wir wollten keinen Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Pass auf, pass auf, pass auf Wir treffen uns am Brunnen Alle, die an den Brunnen kommen, sind Proof Ich hab ne Ich hab ne Ich weiß nicht mal, wo der Brunnen ist Das ist Rätselslösung Ja, ich weiß nicht mal, wo der Brunnen ist Okay, ich versuche den Brunnen Nebenwürfelpark Also, so mittig und dann immer nach rechts Immer rechts, immer rechts Mila, du dreckige Mörderin Ich hab dich geschaut Oh, der ist Unmörderin Hey Hab in Knast Hab in Knast Hab in Knast Okay Dann treffen wir uns am Knast bei Mila Am Knast Insel, ne? Ja, der Knast ist jetzt hier links Oder du bist es Oder das ist die Bank Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit Ich hab nämlich jetzt das Masterplan Hör zu Wisst ihr, was ich Nicht aufmachen Ich bin Mila, tut mir leid Ich bin Sheriff Mila Ich bin Sheriff Und wenn ich Mila jetzt töte und überlebe Dann ist Mila Warte mal, warte mal Wie du willst Mila töten? Mila Ich kann Mila jetzt theoretisch Ja Der Pinsel will dich töten Hat er gesagt Pass auf Hier ist Pinsel, komm rein, los Alter Mila Hier ist ein Wendmann Oh, was heißt das? Hier Soll ich das machen? Soll ich das machen? Soll ich das machen? Pinsel, Pinsel ist der Mörder Zieh durch, Bruder Zieh durch Geht weg Nein Ist jeder Knast? Ich bin Sheriff Ich bin Sheriff Das heißt, weil ich noch lebe Wer hat den getötet? War es ich? Wie sie drückst du? Macht ja keinen Sinn Ihr habt Mila getötet Also Pinsel ist der Mörder Der ist ein Fuchs Also ich kaufe das dem gerade nicht ab Also Pinsel sagt der Ronne Sheriff Sheriff heißt, wenn ich jemand töte, der böse ist Okay, die Frage ist Warte mal Die Frage ist ja War Pinsel schon mal in der Nähe von einem anderen Tatort beteiligt? Also sprich Hoppy, Sky oder René? Also am Anfang war es ja so René hat Sky gekillt, glaube ich Und wurde dann von Hoppy gekillt Jetzt hat Es könnte sein, dass Pinsel Wurde der in der Nähe von Hoppy gesichtet? Wo der gestorben ist? Ich habe den mit euch gefunden Mit Pana und mit dir Als wir unten an dem Steg lang sind Da haben wir sie gefunden Aber Pinsel kann sich nicht sein Er hat aufgeschlossen Das war der Panamera Du redest schon die ganze Zeit so Vorhin hast du gar nicht gequatscht Also ich kann gerade wegen Aufschließen sagen Dass ich gerade einen Schlüssel gefunden habe Und dadurch auch die Zelle aufgeschlossen wurde Wahrscheinlich Du hast die Ja, ja, es gibt einen Schlüssel Jetzt gerade Ich hatte den Schlüssel Ich will den Panamera Der klingt verdächtig Ich glaube auch Der wollte mich dann abstechen Ich würde überspringen Ich müsste überspringen Weil Mila war auf jeden Fall Monster Mila war Monster Das wäre es Also Mila ist auch schon Das sage ich euch, wie es ist Läuft die ganze Zeit hinterher Und fragt, ob ich böse bin Du hast gesagt, sie ist böse Nein, du bist ja auch böse Der Panamera-Flo ist der Mörder hier Nein Scheiße Nina ist Mörder Nina ist Mörder Warum machst du sowas, Panamera-Flo? Du bist der Mörder Tut mir leid, Mila Oh Pinsel Kannst du mal aufhören, mich zu voten? Nein Der Nächste im Knast Tschau Habe Knast Der holt den jetzt raus Er ist Sheriff Angeblich Du bist der Penner Ich bin's nicht Ich bin's wirklich nicht Oh, da ist ein Stab Hallo Passt du, du Verbrecher Ja Du Mörder Du Verbrecher Hallo Du Mörder Hallo Haarepensel Wie kriegen wir dich da raus? Grüße Also ich habe einen Schlüssel gefunden Ich könnte ihn da rausholen Hey, hör doch auf Hallo Ich könnte theoretisch noch einen töten Aber könntest Du hast gesagt, du bist Imitator Du bist der Verbrecher Nein, ich bin Sheriff Ich kann Jeden töten Wenn ich dich jetzt töte Und du bist wirklich Imitator Stimmen wir beide instant Okay, ich bin Imitator Das ist meine Rolle Ja Und deswegen habe ich Mila getötet Weil du gesagt hast Okay, dann ist ja dieser Panamera bestimmt Weil ich habe zum Pastor gerade gesagt Du bist ein Mörder Der meinte nein Weil eigentlich müsste der mir ja vertrauen Und der Dings hat auch nein gesagt Aber dem vertraue ich nicht Weil der schon so komisch klingt Oder diese andere Ja, der Wir gucken einfach mal Ob wir eine Leiche finden Und Die ist die Mörderin Die sind alle schon wieder Wer? Und da frage ich mich Warum ist Nina so leise? Die sagt gar nicht Ja, ja Du Verbrecher Ich bin Das ist diese Nina Pinsel Entweder die oder die Panamera flog Also ich kann sie töten Aber wenn ich falsch liege Wenn ich falsch kässe Dann sterbe ich auch Nee, das ist die Töte die Musst du Ich würde sagen Töte die Nina? Ja, mit allen anderen Hab ich gesprochen Und keiner hat mir vertraut Okay, dann Sag mir, wo sie ist Hast du, wo ist die Nina? Wo ist sie? Ich suche sie auch Wir gehen jetzt suchen Ich töte die Oder Oder wir töten einfach Pinsel Ja, genau Wie reportet man Schnell Wie reportet man Ich weiß nicht, wie das geht Also Ich bin Imitator Und ich hab grad gesehen Der Pastor mir anvertraut hat Der grad den Pinsel vor meinen Augen getötet hat Ganz einfache Sache Der Pastor ist der Mörder Ja, das könnte sogar sein Weil der Pastor Vorhin mit Panamera Die ganze Zeit unterwegs war Just saying Ich hab den aber nicht mehr gefunden Ich war grad mit Pinsel unterwegs Wir wollten die Nina suchen Und der Pastor war dann dabei Also ich sag euch ein Der sucht die Nina auch Oh Ja Und dann hat der Pastor den Pinsel umgebracht Und hat gesagt Oder wir bringen den einfach um Ja, ja Ja, klar Du bist der Mörder Ich sag so Aber ich frage mich Warum sollte er das Warum sollte es er dir sagen Wenn du vorhin schon gesagt hast Weil ich Imitator bin Und weil ich die ganze Zeit Warum sollte ich dir das sagen Weil ich die ganze Zeit Die Leute anquatsche Und der sieht mich jetzt so Du Basis Vertraut mir Vertraut mir Pastor Nee, 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 nee Hört auf Oh doch Ich hab Ich hab Leute gesucht Ja, ich hab Ich hab Panamera Ich hab den nicht abgestochen Ich lach, weil du den vor meinen Augen Abgestochen hast Und jetzt mir in die Schuhe schicken willst Ja Frechheit Ich sag dir, das ist frech Du bist ein Wester Ich muss ehrlich sagen Ich glaub schon, dass es irgendwo Kürtis war Ich sag euch, dass er Kürtis Du Der ist richtig dreist Ich sag euch das Ich wusste nicht mal, wie man reportet Junge, Alter Also ich verbote dich Kürtis Und dann mir in die Schuhe schieben wollen Ja, ja Vertraut mir Hina, was sagst du? Nee, nee, nee Was sagst du? Weiß ich auch nicht Also wenn ihr jemandem vertrauen könnt Dann ja wohl der Kirsche, oder? Also das ist ja ganz klar Okay, wegen dem Akzent schon Schon wie der redet Ja Du scheiß Mörder Wir haben dich erwischt Du Penner Nee Oh doch Außer die Leute anscheinend gegen mich Aha Idioten Idioten Scheiß Mörder Jetzt bin ich mit dem in der Gefängniszelle, Alter Ich stech dich ab, Junge Verpiss dich Du Scheiß Mörder Komm her Ich stech dich ab, Alter Ja Der ist aus dem Kast raus Jetzt verstehe ich das auch erst mal hier Scheiße, du kannst mich umbringen, ne? Ja Aber dann verrätst du dich Warte Fünf Vier Du verrätst dich Zwei Hilfe Wie willst du erinnerst? Der ist hier in den Tunnel reingegangen oder sowas Hilfe Hilfe Der ist in den Tunnel reingegangen, Hilfe Du bist da oben in diesen Ding reingegangen Hilfe Du bist in den Tunnel reingegangen Hör auf zu lügen Scheiß Mörder Das Pensel getötet Und die hab ich meine Frauen gebracht Der ist in den Tunnel reingegangen, hier oben links Ja Muss nicht auf der Schlüssel Nee, 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 nee Guck mal, der ist hier oben reingegangen, hier Nee Ja, guck mal Warte, da wusste ich gar nicht, dass es da reingeht, hier Ja, ja, komm Du laberst, Junge Du bist so ein Schwätzer, Alter Ich werd dich jetzt nicht auf dem Auge lassen Nee Ja, komm, bring mich um Dann wissen alle, du was Du kannst mich nicht umbringen Nee, nee, nee Oh, doch Du kannst mich nicht umbringen Alarm Schwein, der Alarm Lang Nachladen Und Pass voraus wählen Genau Pass doch Du kannst mich nicht umbringen Weil die Angler dann wissen Und deshalb hab ich doch die ganze Zeit gelebt, Junge Du bist am Arsch Und du bist oben in so Ich dachte ich auch Du bist in der Gefängniszelle oben links in so ein Ding reingegangen Und dann hat der runtergezählt Nee, nee, nee Und wollte mich töten doch Aber der kann mich nicht töten Ich hätte dich einfach töten sollen Ich hätte dich einfach töten sollen Das sag ich doch Beständnis Dankeschön Vielen Dank Vielen Dank Das ist jetzt schon ziemlich doof, ne? Ich geh schon Aber warum hast du denn eben Kürtis gewählt, Mann? Was? Schweinemöllner, der Pastor Einfach Kürtis raussehen Dann haben wir gewonnen Ihr werdet sehen, dass ich hier nicht bin Ich sag euch Ich sag die Wahrheit Ich bin Ehrenmann Ich schweine Du Kackmörder Nein Rackmörder Ja, abgesoffen Abgesoffene Sache Könntest du Weiß nicht mal, dass der dir eine Stimme Der hat deine Stimme verstellt, ne? Du warst die ganze Zeit mit dem Und Mila Und Mila war auch Mörderin Ja, war sie auch Scheiße, Passdorf Ähm, Leute Ja Ähm, ich geh jetzt pennen Ich weiß nicht, ob ihr auch aus der Lobby fliegt Falls ihr aus der Lobby fliegt Nee, eine musst du noch machen Mila, bist du böse auf mich? Eine geht noch, komm Eine geht noch Mila? Komm René, komm Eine geht noch Eine letzte Mila? Eine letzte noch, komm Mila? Eine letzte noch Da war kein Troll Ich wollte einfach nur das Medium aufbringen Mila, man hört dich nicht Hurensohn Was? Lolo? Bist du böse auf mich? Weil ich dich enttarnt hab? Aber es nervt einfach Ich werde die ganze Zeit rausgevortet wegen nichts Aber du warst grad die Mörderin So, ich bin die ganze Zeit in der ersten Runde spätestens totes Nährhaft Ich bin voll gut in dem Spiel anscheinend Nach der Runde bin ich ja auch raus Ich hätte fast rausgekommen Also man darf sagen, was man ist, oder? Ja, aber es gibt Attentäter und wenn die wissen, was du bist, können die deine Rolle snipen Dann stirbst du Okay In der Voting-Phase Dann warst du von mir Ich bin gar nichts Ich bin gar nichts Und wenn ich wieder gevotet werde, dann Vortet Mila Ganz ehrlich, ich werde nur hier stehen bleiben Ich werde nur hier stehen bleiben Komm mal mit in mein Büro Komm mal mit in mein Büro Komm mal mit in mein Büro, bitte Ich bleib hier Nee, dann stirbst du, weil irgendwer kommt Nö Ich auch Komm mal bitte mit in mein Büro Nö, ich bleib genau hier Nee Nee, jetzt kommt der Nebel Und da wirst du sterben von irgendwen Und dann bin ich wieder gevotet Ich bin hier Es war der Pastor Niemand ist hier Ja Ähm, es war der Pastor Es war der Pastor Ich hab's nicht gesehen Ich hab gesehen, wie der Pastor Kingsman umgebracht hat Äh, ich hab genau reingeguckt Warte, ja Wallahabubs, ich schwör's Auf Wallah-Basis? Also ich Ich hab nichts gesehen Ich bin jetzt auf Wallah Was ist das ich, das ich war? René hat Wallah gesagt Also René hat Wallah gesagt Aber Moment Ich bin auch Ich bin auch recht Ich war das Liste Ich konnte ihn aber nicht umbringen, weil der Nebel scheinbar nicht gezählt hat Okay Ja, weil ich gar nicht da war Ich bin nach links gelaufen Ich würde sagen Wir können uns nicht sicher sein Also nur René hat das gesehen Aber René hat auch Wallah-Basis gesagt Ja, und sein Wallah-Bedeutung Ja, aber Der ist Deutscher Der war Ich würde erstmal überspringen For real Pastor, du kommst sofort in mein Büro Ich bin Imposter und ich weiß, dass René ist Deswegen Ich würde erstmal überspringen Ich würde nicht zu schnell machen, weil ich kenn das zu gut Zu schnell rausgebetet zu werden Das war René Also vielleicht einfach mal chillen Oh, oh, oh Ich muss noch beten Pastor, du scheiß Mörder schon wieder Zwei Imposter-Woot Scheiß Mörder Pastor, ich hab dich im Auge, ja, Kelp Ja? Ja Zwei Imposter hab mich gebootet, ja Okay Ja Hey Wo ist René, Alter? Pastor? Wo ist er? Luis? Nein, 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 nein Jetzt nicht, Kelp Ich bin Bester Ich mach dich kaputt, Alter Okay Wo ist er? Hi Mila, schon verdächtig? Wo ist der? Wo ist Piep? Ja, wo ist Piep? Nee, warte, ich bleib einfach bei euch Dann seht ihr ja, dass ich mich töte Geh mal weg Mila, wenn ich sterbe, wird der Pastor oder Sky? Ich war das nicht Pastor ist es, Pastor ist es Pastor ist es Ich bin Bester Oh Gott, oh Gott Er geht mir hinterher Ja, der Pastor war, der Pastor war Ich bin Bester Ja, ich hab ihn getötet Der Grüner war's Der, der Grüner war's Ja, hallo? Weil er mich Ja, Pastor hat einen abgeschnitten Der Grün, ne? Grün Ja Ganz schön Ja, der hohe Stimme Ihr habt's gesehen Was hab ich? Ja, ihr habt das wahrscheinlich alle gesehen Ihr habt das wahrscheinlich alle gesehen Ich hab's ja extra gemacht, damit sie Immer noch? Weil er hat mich zu Unrecht beschuldigt Ja, das ist wegen dem Game Zu Unrecht Der Dodo kann nicht umbringen Warte, 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 warte Der Dodo kann nicht umbringen, ne? Nee Nee, ich glaube nicht Der Dodo Der Dodo muss rausgewordet werden Grün, Matt Oh Gott, oh Gott Ich hab's genau gesehen Pastor hat ihn abgeschlachtet Ich war's nicht Also, doch, ich war's Doch, ich war's Aber ich bin Wächter Aber Wächter kann doch nur einmal töten, oder? Ja, ich hab auch nur einmal getötet, ja Jetzt hab ich Ja, ich hab mich nicht Mich nicht Da Mirai Volk hat gesprochen Scheiße Mich nicht Ihr habt den falschen gewählt Ihr habt den falschen gewählt Ich bin nicht, oder? Ich glaub nicht Aber einer muss noch Party-Dings sein, ne? Ja Okay Ich hab's ja keine Ahnung, was ich mache Aber es ist lustig Oh, Mila ist nicht da? Äh, ja Na, du bist auch verdächtig Ey, was hab ich gemacht? Mila ist nicht Mila ist nicht am Dings Die wollte immer am Dings sein, Pinsel Machst du da Was hat sie gesagt? Ach, ich muss hier so ein Scheiß Rohre verlegen Und ich hab keine Ahnung Was hat er für eine Rolle? Mixer Was hat er für eine Rolle? Ich bin Wächter, Mann Dumme Wächter Ich hab genau Ich hab genau gesehen Okay, da sind jetzt einige tot Ich hab doch grad eben auch noch Pinsel gesehen Also es lag jemand tot Am Mediumplatz Und Mila ist gerade von da weggegangen Richtung Bank Scheiße Ja Also ich war mit Mila die ganze Zeit unterwegs Also ich war die ganze Zeit Den Sky, den hab ich schon geworfen Hoppi Was jetzt hier sind? Da muss der Panamera-Floh weggerannt sein Und Milas Stimme ist verzehrt Nee, der war ja auch an der Bank Nee, Mila, du bist es auf jeden Fall nicht Es muss zwischen Panamera und Nina sein Ach, ich kann jetzt sehen, wer das ist Also es ist der Panamera-Floh, der Böse, ne? Ja, wir waren zusammen an der Bank Also ich hab das Bild-Rätsel gemacht Ja, Hoppi Versteht dich so schlecht Wer kam denn noch von links? Aber ich hab Sky gehört Das hab ich gerochen Erschwein und Schicks Wir waren doch oben Ich hab dich doch kurz gesehen, Hoppi Ey, ich bin da Ich hab so gesehen Ich hab gesehen, einer ist in die Bank gerannt Hoppi I don't get it Äh, Questio, danke für die Wiese am 50. Monat Und Skype, danke für die Wiese am 5. Ähm, bis kurz Ja Ja, kann ich sagen Und deshalb ist hier bei Sky auch nichts passiert Da ist eine Person in die Bank gerannt Ja Richtig, Shad Deshalb ist bei Sky nichts passiert, als ich ihn umgebracht habe Könnt's ja auch nicht beide sein, oder? Aber welche? Ich bin oben Muss Panamera sein Ich bin da beim Gewicht geordelt, oder? Ja, aber es macht ja keinen Sinn, wenn ich mit Mila rumlaufe Und dass ich das dann war Finde ich jetzt aber nett von euch Oh Gott Ah Ah Was? Ich war Sheriff und ich hab den Sky umgebracht Oh mein Gott Wie hat denn Nina Ja, warum? Mann Oh mein Gott Du sagst, es muss Panamera-Flo sein Ich war's ja auch Warum hast du mich umgebracht, Könntes? Weil ich, weil ich hatte so ne Ich hab so Ich dachte, du bist böse, Alter Beim Sky hab ich das Auge hochgebracht Ey, ich wollte kurz vor Enter drücken, ne? Da drückst du mir diese Ja Kitz mich einfach Ehrenlos So René, eine geht noch, oder? Eine geht noch, Peep Komm, eine geht noch Komm, eine geht noch Komm, eine geht noch Warte mal Hat Curtis gerade Spaß daran? Ja, das macht Spaß Ja Ey, ich bin bereit Ey, Nina, ganz kurz Wenn du stimmt Ah, okay Was, du, tust du angeln? Ja Wollen wir ein paar, paar Fiche fangen? Fiche Fiche Du bist bestimmt ein Mörder Ja Wichser Was kann ich jetzt machen? Jetzt, Geist Z, Hilfe Wie dann, Fingen Merkt's euch Wenn dir das jemand gibt Dann bist du in diesem Meeting Automatisch hochgepitcht mit der Stimme Ja, dann sollte jemand ja sagen So, yo, du bist hochgepitcht Und dann kann man ja überlegen So, wer ist, wo Würdest du sagen Nix Bist du böse? Dann wärst du schon tot Hab ich schon fünf Bist du böse? Ja Hallo Tina Du willst irgendwie sterben, oder? Kann das sein? Ich schwege nur die Treppe Ja Hand geht auch weg Sehr unpiepselnd Oh, ich klatsch grad die Ameisen, Leute Ich klatsch grad Oh Ah Da ist noch eine Ach Nehmen wir mal Ich noch ein Rancher Book Oh Ach Ja, ey Was kann der Kanadier nochmal machen? Hab ich schon wieder vergessen Wo ist Mila? Ja Wo ist das denn? Ah Warte Ah Okay Mila Oh Der muss irgendwie das Wasser durchlaufen Ich versteh nicht Der muss die Kacke abdampfen Ich weiß es nicht Also ich kann dir schon mal Wer tötet die jetzt? Sag ich doch Oh shit Scheiße Alles klar Okay Wir müssen voten Und irgendwie ist die halbe Stadt tot So Pastor Hat gesagt Dem vertraue ich Ich war auch die ganze Zeit bei dem Ganz kurz Also ich hab grad gesehen Gegen Ende hab ich gesehen Sky Äh Warte mal Wo war das? Sky, Pastor Und Pense Und dich Ja Ne, 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 ne Ich glaub Sky hab ich nicht gesehen Kingsmire hab ich gesehen Oder? Ja Wir haben uns da getroffen Willst du ihn jetzt decken? Ich weiß nicht Also ich glaub Sky hab ich nicht gesehen Nee Sky hab ich Es waren drei Leute, die ich gesehen hab Kann ja nicht sein Also Kingsmire hab ich auf jeden Fall gesehen Äh Wer war noch bei dir, Pense Gerade gegen Ende? Pastor ist bei mir Und der war's nicht So, Sky kam aus dem Raum raus Und da lag ein schwarzer Leiter Warte mal, Sky, sag mal was Sky, sag mal was Ja, Sky ist gestylent Ne, die ist nicht gestylent Ich glaub, der macht grad nur so Es hat, Pastor, sag mal was Du hast nämlich Dingsstimme, ne? Pastor ist safe Ähm Ja, Pastor ist safe Ja, dann kannst du nur Pinsel sein Dann muss Sky sein Ne, ne Der stellt sich tot Also der stellt sich safe nicht Der ist dann dieser Dodo-Typ Nein, das ist dieser Dodo-Typ Oh, ne, 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 ne Ich denke schon Ich weiß ich nicht Ne, glaub ich nicht Weil der kam grad von unten Von der Leiche Und wollte, glaub ich, Er abhauen Und als er uns dann gesehen hat Ist er wieder umgedreht Es muss Sky sein Also falls jetzt wirklich Dodo ist, GG Aber ich denke, er ist es Der kam aus dem Ding raus Und da lag eine Ente Es muss Sky sein Der stellt sich jetzt tot Es ist Pinsel Ne, Pinsel ist nicht Und Pastor konnte mir sagen Wie viele Leute tot sind Und ich seh's ja Er lügt nicht Er hat zwar nur drei gesagt Aber die anderen sind dann Halt kurze Zeit danach gestanden Das heißt, danach ist nur noch Einer drin Oder ein Dodo gewinnt jetzt Ich hätte auf dich schießen sollen Ich hätte auf dich schießen sollen Okay, ganz kurze Frage Warum sollte jemand Jemand Böses gesilenced werden Idiot Du kannst dich ja auch einfach Totstellen, Mina So einfach Nix, ich kann nix sagen Danke Fühl ich, fühl ich Wir haben so reingehasst, Alter Du, was nett ist Hat schon lange keiner mehr Zu mitgemacht Seid die Blut Warte, warte Ich geh pipi Ich geh pipi Ja, ich geh jetzt aber raus, Leute Macht mal eine eigene Lobby Nee, komm, eine noch piep Eine geht noch Ach, Junge Du redest doch eh nicht hier Du bist doch eh noch am Türen Ich muss jetzt leider Halt es hier drücken Es tut mir leid Ich bin auch raus Eine geht dann noch Auch raus Nee, komm jetzt hier Oh ja, ist geil Leute, ich wünsche euch ne Guna Guna Ja, gute Nacht Ne, ne, bin da Guna Guna So, wer bleibt noch drinne? Guna Der Pastor Aber Ich würde noch drinbleiben Ich auch Ja, eine Runde Ich wünsche auch viel Spaß Guna Ja, ich würde noch eine Runde machen Guna Ja, ich auch User left your channel Komm, Piep, eine geht noch Das schmeckt raus Ich pupse Mila an Hallo, Filzer Wir spielen heute kein RP Aber es hätte auch sein können Beziehungsweise haben kein RP gespielt Wir haben Puppen Party gespielt Und Gus Gus Richtig Aber ist gleich wahrscheinlich vorbei Mal gucken Richtig Wenn ich Pupps komme Feier Sind sie jetzt alle bereit? Ne, Mila ist kurz auf Klo Ne Ja Ah Aber dann macht man nur ein Eine Eine Killerente Weil Das macht bei Oder Ich bin morgen online Ja, morgen machen wir wieder RP Und dann Heiligabend Und so ein Shit Bei 8 ist 6 Werd ich auch kommen Wahrscheinlich nur Das ist 2 Killer So ein bisschen Ich hab jetzt auch mal eins gemacht Also wir gehen trotzdem ins CP Aber da wird wahrscheinlich nicht viel los sein Wir gucken einfach mal Ich bin auf jeden Fall da Okay, aber dann müssen wir sagen Dass man nicht beieinander Die ganze Zeit rumpimmeln darf Gut, du würdest gerne wissen Wie es geht, oder? Ja, und wie machst du das? Nur für euch bin ich gar nicht Nur mit der Maus klicken Und gute Nacht, Magnum Wie meinst du? Dann gehst du auch Ja, so geil watschen Aber ich stell mir das Spiel Das sieht schon echt dumm vor Wenn du mit Randoms spielst So Ja, mit Randoms Brauchst du nicht spielen Das spielt mir ja nicht mit Randoms Mila wieder da? Okay But isn't that you Was ist denn das hier? Okay Achso, da kriegt Ah, okay Da kriegt man diese Punkte für Hallo? Und wie sieht es mit Helis aus? Oh, boy, oh, boy Ja, ja Ja, ja Hallo Ich muss kurz mein Konto an Die Herren und Damen Hallo Nein Kann da vielleicht einfach mal einer reinstechen hier? Darkest Day Dankeschön für den Elften Monat Das geht nix Oh Hat mich nicht gemutet Das hier Ja, genau Vielen Dank für den Elften Monat Elften Monat Weg Elften Monat Oh Was? 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 Ich hab die auseinandergenommen Ich bin Sheriff gewesen Oh mein Gott, ich bin der Beste, Alter Naja, die hat mich sehr komisch verfolgt Und wollte gerade, glaube ich, klicken Und dann hab ich die weggeklippt Ganz einfache Sache Ja, ja Ich weiß genau, dass du mich umbringen wolltest in dem Moment Ich merk das an dem Movement Moment, doch, ne kurze Runde Ich merk das an dem Movement Der wollte das Spiel nicht spielen Der wollte das Spiel nicht spielen Am besten gehst du einfach zu Dio Ihr könnt es Ja, das war vielleicht mal irgendwann geplant Aber als ich dann Hoppy gesehen hab, hab ich gedacht Ne, kein Bock auf English-Kinegarten Na gut, das kann ich verstehen Weil ich würd nämlich richtig ermitteln Wir können ja noch die Ich lass mich ja hier nicht verarschen, ne? Hallo Pastor Grüße Ja, bring mich rum, ruhig rum Ich bin Kanadier, dann hast du ein Problem Warum mach ich das hier? Hallo Pinsel Was machst du hier? Ich hab das Kissen hier gemacht Ich hab die dümmste Rolle, die du dir vorstellen kannst Ich bin Kanadier Also don't bring me um Doch, wenn ich umgebracht werde, dann wird das sofort reported Was ist denn das hier? Ich hab die unnötigste Rolle Also Der Pastor steht auf der Leiche von Hoppy Ja Genau Untersuchung Hallo Also ich war mit Pinsel Und ich hab das Kissen ausgehauen Der Pinsel war auf jeden Fall nicht in der Nähe von der Leiche Den Pastor hab ich auch kurz getroffen Aber der war nicht auffällig Und wir waren sogar kurz alleine Und Mila war mit Panama Ich glaub, Mila ist gesilenced Mila Ja, Mila redet nicht Mila wurde gesilenced Und wie wir vorhin gelernt haben Der Mörder wäre nicht gesilenced Warum sollte ein Mörder still sein? Er muss ja gucken, dass der jemand anders fällt Also Mila nicht Pinsel war mit mir, das weiß ich Pastor Ja, ich würde Panamera Das ist einfach viel zu verdächtig, Junge Schon wie du redest Ja, da bin ich Weg mit dir, Junge Weg mit dir Ich würde skippen Nö, nö, der klingt schon so verdächtig Der drückt die Stimme wie ein Gangster Aber es gibt Aber es gibt doch Dodo Vielleicht macht der das so bewusst Dann will ich austricksen Ja, aber der hat nicht Der hat das nicht eindeutig gesagt Es gibt nur einen Mörder Nee, nee, wenn, dann ist Pastor Dodo Der ist komisch auf der Leiche Nee Ich dachte, der Flo war das Ich bin Detektiv, sagst du Nein, ich Oh, Mann Mal gucken, mal gucken Glaube ich nicht Oh, fuck, okay Oh Das war nicht gut Meine Ermittlungen sind schlecht, entscheidend Pack doch, du Wechsel Du warst das Du bist der Mörder Nein, bin ich nicht Buhl Bist du Buhl Ja Ich nicht Sonst wärst du jetzt schon tot Ja Würde dich nämlich einfach slicen, Junge Du bist der Mörder Ich habe keine Aufgabe Du bist deine Aufgabe Aha Ich habe da hinten nur eine Verschwinde Die machen da Äh, da Ja, hallo Ähm, ich höre es oben Ich habe eine Frage Ich war die Runde vorher Die ganze Zeit mit Panamera Flow Wirklich Die ganze Ich habe es auch die ganze Zeit gesagt Aber ich habe nicht gemerkt, dass mein Mikrofon Also nicht er hat mich gemutet Ich habe dem Pinsel gesagt, dass ich keine Ahnung habe Wenn ich sterbe Und dann sofort reported werde Wenn er schlau ist Und ich Panamera Flow War das entweder Nina oder der Pastor Ich glaube, das war Nina Weil Curtis hatte vorher zu mir gesagt Nee Curtis hatte vorher zu mir gesagt Er ist Kanadier oder wie auch das hieß Diese Rolle, die man Wo man dann selbst noch gewählt hat Das hat er mir auch erzählt Und Pinsel war jetzt die ganze Zeit bei mir Von dem her ist das so Curtis hat mir auch Vorhin erzählt Curtis hat mir auch gesagt, dass er Kanadier ist Das heißt, es müsste Nina sein Und ich kann dir sagen Ich bin Imitator Die Rolle ist unnötig Es gibt nur einen Täter Oder Okay Oder ich Oder ich Oder müsste es Nina sein Bye bye Ja, oder Das passt sowas Aber wenn, dann haben wir jetzt Bad luck Nee, Nina, mach keinen Sinn Pass auf, pass auf Es gibt nur einen Mörder Ja, es gibt nur einen Das heißt Der Mörder muss jetzt ja Curtis umgebracht haben Und warum sollte Curtis sagen Er ist Kanadier, wenn es nicht stimmt Genau Also man muss ja die Wahrheit gesagt haben Also war es Nina Genau Er hat ja auch eine Quatsch erzählt, ne Also ich habe jetzt Nina Kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist Ich wohnte auch Nina Ganz genau Curtis lügt mich nicht an Wir sind beste Freunde, oder Genau Also das mit Mila Natürlich Das ist das glaube ich nicht Hä, ich habe mich aus Ja, dann ist es safe, Nina Okay Hä, nur weil ich sage, dass du es eventuell sein kannst Ich habe halt niemanden gesehen, so Ja, also ich kann safe sagen, so Ich habe halt niemanden gesehen Wir sind einfach gut, wir sind einfach gut Ich hätte das mit dem Kanadier einfach für mich behalten sollen Ja, hättest du mal die Klappe halten Hervorragend So eine Scheiße Ich hätte dich sowieso nicht gewartet Weil ich wusste, dass du, äh Dass du du da bist Weil du da die ganze Zeit auf der Leiche stand Aber die anderen hätten mich vielleicht gewartet, weißt du Ich bin auch mal planen, gute Nacht Tschüss Ciao, ciao Ja, ich bin dann auch raus für heute Das macht echt Spaß, wenn man nicht sofort gewartet wird Oh, wow Oh, wow So, wer ist noch bei einer Hunde dabei? Eine können wir noch, aber eigentlich ist das etwas zu wenig Ja, komm, eine machen wir Eine auf schnell Direkt auf krank, ich auf eine Mach, 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 mach runter Und dann schnell Der Pastor muss auch auf ready noch Entschuldigung Hallo Alle im Chat sind müde Wie kann ich denn aber sehen? Oh, Mini are dead Hallo 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 Chat, wie kann ich sehen, wie viele tot sind? Ich bin Ich bin Ich bin Und ich sterb schon die ganze Zeit Bitte geh Du bist nicht das Medium Ich bin das Medium Danke Das kann ich sein, der Und es sind noch niemandes gestorben Sicher? Ja Also bist du ein Faker, also bist du ein dreckiger Verräter Ich bin das Medium, vertraut mir, noch keiner ist gestorben, der ist das Der lügt über seine Rolle Nee, 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 nee Ich bin Sheriff Ja, jetzt bist du auf einmal Sheriff, ne? Ich bin Sheriff, Alter Ja, ja Ja Der sagt aber immer Der sagt immer, dass er Medium ist Ja, na und? Okay Jetzt ist noch keiner gestorben Ja, dann kill ich jetzt wen Kill ich jetzt Hoppy Los, komm, guck mit Nee, nicht Warum? Warum Hoppy? Weiß nicht Nicht mehr Hallo? Oh Gott Oh Gott, nee Wo macht man das? Oh Das ist mir zu krass, ich geh bimmeln Ich geh einfach klingeln Das ist geil, der hat nämlich bei seiner Rolle gelogen Hallo, ich hatte ein bisschen Angst vorm Nebel Und dann dachte ich, ich geh mal kurz jetzt hier rein Und dann klingel ich mal Und dann ist der Nebel weg Und dann geht's mir wieder gut Dankeschön Ich verdächtige Hoppy, Pastor, Mila Das sind meine Vorschläge Hä? In diesem Sinne Warum? Ey, ich bin's die ganze Zeit Keine Ahnung Können wir mich jetzt bitte ausnahmsweise mal raus Sky? Ich hab keinen Verdacht, es ist ja auch nichts passiert Naja, irgendjemand hat den Nebel angemacht Und Sky ist die ganze Zeit in der Mitte So Warum bin ich im Verdacht? Warum bin ich im Verdacht? Ja, aber Sky ist mir hinterhergerannt Und deswegen weiß ich, dass er den Nebel nicht gemacht hat Das heißt theoretisch so In meinen Augen ist Sky-Crew Doch, klar kann der das auch gewesen sein Ja, du musst das anhalten Du siehst doch nicht, wo wer was aktiviert hat Klar kann der das auch gewesen sein Der ist die ganze Zeit bei mir Du Schmock Ich wohnen mir jetzt Ich war's nicht Ich war's nicht Dankeschön Also ich weiß, dass Mila nicht ist Wo ist ein Pinsel? Ich sag Sky, weil der hat nämlich vorhin bei seiner Rolle gelogen Der hat sie als Medium ausgegeben Wir haben immer noch keinen Toten Das kann nicht sein Wo ist denn Pinsel? Keiner ist gestorben bisher Passt doch fehlt Ich hab ne Frage Keiner ist tot Ey, links war das hier Hier Was? Der gute Hoppy Den hab ich erwischt Wie der den Sky umgebracht hat Der war nämlich mit Sky gerade unterwegs Mila kam in meine Richtung Und dann kam der wieder und hat sich erschrocken Weil ich da hinter dem war Ich war ganz und der Hoppy war's Hoppy war's Hoppy ist der Mörder Guck mal auf die Anzeige, Leute Du hast Sky umgebracht Ich bin halt ein Medium Ich hab die ganze Zeit gesagt, dass noch keiner tot ist So und Pinsel und Ding Ja, 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 komm, komm, komm Ich hab nen Kulon Ich kann doch keine zwei Leute töten, du Schlaumeier Ja, halt klar Hoppy Hoppy ist der Mörder Du kriegst jetzt noch die Chance, mich zu überzeugen, Hoppy, ja? Nee Dass du's nicht warst Ich kann keine zwei Leute gleichzeitig Mila ist rechts weggelaufen und Hoppy war mit Sky unterwegs Lass mich bitte doch auch mal reden Du bist raus, mein Mann Nein, du hast sogar gelacht, als ich dich erwischt, weil ich dich erschrocken hast, Junge Ich hab gelacht, weil die sich gegenseitig getötet haben Ach komm, du bist schlecht in dem Spiel und du bist schlecht in der Dorn Wenn du jetzt nicht raus bist, dann geh ich mit Curtis mit Hoppy ist der Mörder Hoppy ist der Mörder Ja Es funktioniert, also ich sag jetzt ja, ich bin der Mörder, ihr wurdet mich ja eh Aber es funktioniert ja nicht, die haben sich trotzdem gegenseitig getötet Du konntest mich immer noch überzeugen, ja? Halt die Maul, sag ich immer Okay, Hoppy, was hast du denn dann gesehen? Wer hat denn dann den Sky umgebracht? Die haben sich gegenseitig getötet Die haben sich gegenseitig getötet und ist selbst gestorben Das hab ich jetzt dreimal versucht zu erklären, dass sie sich gegenseitig getötet haben Ich war einfach nur in der Nähe Du bist trotzdem Wenn du nicht bist, dann ist es der Pastor Oh, ich hab Curtis gewartet Wenn der nicht ist, ist es der Pastor Aber ich bin's nicht Wisse, Kack, Hoppy Aha, okay Erwischt Aber du hast, du hast, du hast falsch zusammen Du hast falsch zusammenbandiert Sky hat mich umgebracht und weil ich kein Monster bin, ist er selber gestorben Das hab ich doch mehrfach gesagt Ja, aber Hoppy war trotzdem, war trotzdem da vor Ort Ja, aber das war Zufall Ja, aber trotzdem Einfach die Runde gepickt Also ich hätte es eigentlich nicht sein können, aber Ich bin einfach ein guter Ich bin einfach guter Mittler Ich geh Knister und die Worte, Toppy Ja, weil der halt in der Nähe war Ja, aber das hätte ja rein mechanisch nicht funktionieren können, dass ich zwei töte Deswegen Nee, du hast ja Abklingzeit Ich hab ja Abklingzeit, kann ja sein, dass in der Zeit, wo ich Abklingzeit hatte, Pinsel gestorben ist Die sind doch zusammen da hingelaufen Ja, ja, erzähl ich, wir haben dich erwischt, Junge Geh durch die Suppenküche Das ist wie, wenn du eine Matheklausur schreibst Und du schreibst einfach englischen Aufsatz da rein Und der Englischlehrer kontrolliert es und sagt Sehr gut, Englisch Du kriegst noch eins Ja Mila, riech mal Weißt du, wie es dir jetzt gerade ging? Wie den armen Obdachlosen im Park Die immer beschuldigen Kleine Spende, bitte So, ich mach jetzt aber aus, weil ich hab super Hunger, Alter Aber hat auf jeden Fall Bock gemacht Oh Gott Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht Ähm Können wir gerne irgendein Mikrofon activated Hallo Hallo Okay, das hat ein bisschen Spaß macht Technisch mitgerechnet Kack, Hopi Erwischt, erwischt Das ist Dass das überhaupt klappen konnte Ja Knister, ich bin einfach feifett Ne, du bist einfach vollkommen hohe Wieso? Sag mir Was war denn? Das war die Intention Sky und René immer Die töten einfach auf Verdacht Und entweder es klappt Ich wollte dich einfach nochmal träumen Ich hätte dich vorher töten sollen Wo ist denn die Mila? Die hat gerade mal rumgepupst Mila? Hallo Ja, kann man mal öfter machen Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht Ich hab unfassbar Hunger, Alter Mila, können wir auch so mal zocken, wenn du willst Nö Okay Beim nächsten Mal mit Helen Ja Ja, können wir machen Ja Rap Game auch Dann bedanke ich mich natürlich fürs Mitspielen Ja Total wie Loser Dabei Dabei Ich schlafft gut Bye 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 Ciao Chat Vielen lieben Dank fürs Dabeisein Ich hoffe, ihr hattet Spaß Nein Morgen wieder RP Gucken, was abgeht Äh, und dann Feiertage machen wir auch Wir gucken einfach mal Auch wenn wir nur einen Shorten machen dann so Hopps, ein bisschen, ne? Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht Bleibt gesund Lasst euch nicht anquatschen Danke für den Support Danke für alles Und bis später Bye 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 mil Bye Bye Vielen Dank.